Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Streaming-Abend zu Until We Die. Das Spiel habe ich ja letzte Woche schon mal angespielt, als es noch in der Pre-Version war, also vor Release. Mittlerweile ist der offizielle Release draußen seit... Intro kennen wir schon. Hier wollte ich eigentlich starten den Stream. Upsi. Mittlerweile ist die finale Version draußen, seit ein paar Stunden. Heute 17 Uhr ging es, glaube ich, raus. Wartet mal kurz, dann mache ich mal kurz den Chat draus, dass ich euch noch gescheit sehe in der Zwischenzeit. Wunderbar. Okay. Dann mal herzlich willkommen zusammen an alle. Die sich hier einfinden für diesen Abend. Denn dieser Abend wird lustig. Denn es könnte sein... Ich entscheide... Ich lasse euch entscheiden. Aber es könnte sein... ...dass wir sogar auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen heute. Auf brutal. Und nein, sie haben den Schwierigkeitsgrad bisher noch nicht genervt. Nicht, dass ich es gesehen hätte. Ich kann noch mal ganz kurz nachgucken, ob sie bei Day-One-Patch irgendwas gemacht haben. Aber es ist nach wie vor der, von dem ich gesagt habe, der leicht kaputt ist. Irgendwelche Versionen... Ne, das ist die alte Version. Ne, ich glaube, außer dem neuen Charakter wurde noch nichts hinzugefügt jetzt. Okay. Albtraum 800%. Das ist es wahrscheinlich in etwa. Okay. Dann würde ich mal sagen, starten wir mal das schöne Spiel. Und gucken mal, was sich getan hat seit dem letzten Mal. Und zwar gleich eine Sache, die ins Auge springt. Und die kam heute frisch dazu. Also im Vorfeld... Ich habe jetzt wirklich die ganze Woche... Also jetzt nicht durchgängig zu sagen... Also ich habe jetzt immer wieder nebenbei Until We Die gespielt. Ich habe jetzt mittlerweile 40 Spielstunden in Until We Die. Und jede Menge Versuche. Und ich habe jetzt tatsächlich das Early- und Mid-Game ziemlich gemeistert im Spiel. Und... Ich komme dann gleich noch dazu. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gespielt. Und es kamen immer wieder kleine Updates, wenn ich gespielt habe. Das Spiel ist nicht leichter geworden, so viel schon mal im Vorfeld. Aber es wurden so ein paar kleine Sachen. Es gab ein paar Balance-Änderungen. Nichts, was das Spiel leichter gemacht hat, aber so ein bisschen im Balance umgeändert hat. Und wir haben jetzt noch einen neuen Charakter. Der kam heute mit dem Release-Wit dazu. Also ansonsten hat man immer nur Iwan spielen können. Wir können mal die Charakter-Beregrafie lesen. Nachdem er viele Jahre lang gedient hatte, schiede er aus der Armee aus. Und widmete er sein weiteres Leben der Wildpflege auf einem Jagdgut. Da er ein Berufsjäger war, fürchtete er sich weder vor Raubtieren noch vor Wilderen. In der Arbeit bewies er, dass er ein harter und zuverlässiger Arbeiter mit klaren Führungsqualitäten ist. Er kann gut mit Schusswaffen umgehen. Das Vorteil von ihm, mächtiger Schuss. Jede fünfte Patronin in Iwans Magazin ist explosiv. Diese Patronen verursachen mehr Schaden. Diese Bonus kam irgendwann schon die letzten Tage dazu, soweit ich es gemerkt habe. Und es gibt einen neuen Charakter. Mit dem spielen wir jetzt einfach... Ich habe jetzt so lange mit Iwan gespielt. Ich möchte mir jetzt mal angucken. Anna. Als Charakter neu dazugekommen. Und ihr seht schon, ein dritter wird irgendwann auch noch dazukommen. Und ich glaube, beim Endingscreen, beim Outro, hat man da doch drei Leute am Lagerfeuer sehen. Einer davon war Iwan, anderer war Anna. Ich glaube, da war noch irgendjemand. Das müsste der letzte dann sein. Ähm, ja, Anna. Vor der Inversion arbeitet sie als persönliche Fitnesstrainerin. Und in ihrer Freizeit begeistert sie sich für das Scheibenschießen. Dabei gewann sie auch zahlreiche Wettbewerbe in den unterschiedlichen Disziplinen. Sie ist willensstark, zielstrebig und verantwortungsbewusst. Sie trägt immer eine Schrotflinte bei sich. Auch beim Aufs Klo gehen, ne? Weil ihrem Vater gehörte... Äh, die ihrem Vater gehörte. Und von ihr wird sie sich nie trennen. An andere Waffen zeigt sie kein Interesse. Ich habe die Schrotflinte mal ganz kurz angetestet. Und die ist durchaus wuchtig. Vor allem, ich spiele sie sowieso sehr nahkampfbasiert hier im Spiel. Dementsprechend könnte das interessant werden. Ja, und sie hat noch einen Vorteil. Guter Appetit. Regeneriert Ausdauer, wenn sie Nahrung aufnimmt. Das könnte vor allem im Early Game extrem interessant werden. Okay. Direkt mal Ofengäse reinrendern. Alles klar, Hörin. Gut, dann schauen wir uns mal Anna an. Und ja, es gibt nach wie vor erst mal, auch bei der Release-Version, erst mal nur die eine Mission. Aber wir haben jetzt noch einen zusätzlichen Charakter. Und kann ich eigentlich... Ah, ne, ich muss dafür rausgehen. Ich möchte euch nicht mehr was zeigen. Handlung. Bei Handlung haben wir Statistik. Ähm, das Lustige ist, Siege eins. Macht mir zwei draus. Also, das eine Mal, als ich gesiegt habe, bei uns im Stream damals, das ist irgendwie nicht drin in der Statistik. Dieser eine Sieg ist von gestern. Und ich hab's gestern geschafft. Nach... Ein paar Versuchen. Da sind noch nicht mal meine Rage-Quits drin. Also, es sind wirklich nur die, bei denen ich, glaube ich, wirklich gestorben bin. Nicht mal die, wo ich bei Hälfte-Spiel gemerkt habe, ich kann, äh, alte 4 machen. Ähm, nach sehr, 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 sehr viel Spielzeit habe ich mittlerweile in Early und Mitgeben soweit perfektioniert, dass ich's tatsächlich geschafft habe. Und ich weiß, ich hab gesagt, dass es unschaffbar ist. Aber ich hab's geschafft, das Spiel auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Gestern Abend. Ich kam jedes Mal ein bisschen weiter. Irgendwann hab ich's geschafft bis Tag 18. Irgendwann hab ich's bis 22. Und irgendwann hab ich auch die letzte Welle noch gepackt. Ähm, deswegen, ich hab's auf den zweiten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Und ich hab auf diesem Run nur eine B-Wertung erhalten. B. Ich hab nur einen einzigen Befolgsmann verloren. Denn der Run war nahezu perfekt. So, am Ende wurde es trotzdem knapp. Und dementsprechend... Frage... Ich kann nur den Höchsten jetzt nehmen mittlerweile. Aber, ja, meine Frage an sich ist... Fortfahren? Äh, 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 äh... Fortfahren? Ach, okay. Gibt's Spiel auf Pass alumin? Ich könnte's mir vorstellen, dass das Spiel für Konsole gibt. Ähm, ja, wir nehmen jetzt Anna. Und was die Schwierigkeitsgrade angeht... Erfahren, wo ich schon damals den Arsch aufgerissen bekommen habe... Ähm, es ist immer noch extrem schwierig. Und jeder kleinste Fehler wird bestraft. Da muss wirklich alles perfekt funktionieren. Nochmal ein Schwierigkeitsgrad höher. Hört sich erstmal schlimm an, aber ganz ehrlich, okay, Konstruktion dauert länger, ist natürlich doof. Nacht ist kürzer. Kann doof sein, muss aber nicht so schlimm sein. Die Reise des Händlers beeinflusst mich auch nicht so sehr. Das ist halt der Brutalste, dass man mit nur zwei Gefolgsleuten anfängt und Küche zieht weniger an. Muss auch nicht so schlimm sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich es auf Albtraum zumindest nicht so aufs Mal bekomme. Einfach weil ich wie gesagt im Early-Game jetzt schon mittlerweile eine Build-Order habe quasi, dass man das auf irgendeine Weise schafft. Aber ich lasse euch trotzdem mal entscheiden. Was, Esran, gibt es nur, wenn du keine Soldaten verlierst, aber mindestens drei von den Toten zurück... Achso, ich muss auch welche von den Toten zurückholen? Also das ist... Ähm... Ähm... Den Perk dafür habe ich schon freigeschaltet. Den Perk, das man Soldaten wiederbeleben kann, bekommt man ja, wenn man auf Erfahren bis Stufe 22 kommt. Also, Albtraum wollt ihr sehen, ja? Schreibt einfach mal rein. Erfahren oder Albtraum? Genau, Kniescheiben schießen. Das war jetzt ein Witz. Ah, okay. Ja, 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 das gibt's wirklich, Tobi. Man kann... Ähm... Es gibt einige Sachen, die sich die hinzufügen, wenn man auf Erfahren weit kommt. Ab Stufe 18 werden die Stalker verbessert. Diese, ähm... Mit der Maschinenpistole. Und auf Albtraum... Äh, hier auf... Ab Welle 22 bekommt man hinzu, dass man Gefallene wiederbeleben kann, kurz nachdem sie gestorben sind. Albtraum, 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 Albtraum. Ich weiß nicht, ob meine Bildorder 100% funktioniert mit einem weniger Start-Dorfbewohner, aber es könnte funktionieren. Okay. Gut, dann... Ich glaube, die Masse hat gesprochen. Dann machen wir Albtraum. Gut, lang genug geschwatzt. Wie lange sind wir im Stream drin jetzt? Gut, 8 bis 9 Minuten. Das geht als Einleitung. Okay. Dann... Geht der Spaß los. Das könnte jetzt sehr interessant werden. Ah, komm und dann. Wir kommen einmal wieder an. Jawohl. Dankeschön. So, mit nur zwei muss ich mal gucken. wie ich das jetzt am besten mache. Komm mal her. Vom Spiel muss ich zum Glück nicht mehr sehr viel erklären. Ist auch lustig, der hat andere Sprüche. Die macht nicht mehr... Wie der Typ. Die spricht sogar tatsächlich irgendwie aktiv. Irgendwie zumindest. So, du gehst los. Mit den drei Leuten habe ich immer zuerst den Generator aktiviert, aber wir können es auch so machen. Genau, geh mal los und bring mal mehr ran. Äh... Ah, verdammt. Ja, mit einem weniger. Ist ein bisschen anders gleich. Aber komm. Gleich den Generator. Dann gehen wir gleich nach links. Äh... Moment. PPS. Ich wollte mich für deine Videos und Streams bedanken. Hab dich im Lockdown letztes Jahr entdeckt und verfolge dich immer aktuell. Freut mich zu hören, PPS. Übrigens, die Schrotfünde. Batz. 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 Fertig? Ah, gut. Im Übrigen, hätte es das Unterschlupfnetzwerk oder aber Ingenieursfokus nicht gegeben, hätte ich wahrscheinlich sogar neu gestartet. Ingenieursfokus ist mir mittlerweile sogar lieber. Gerade jetzt, wo die Bauzeit geringer ist. Aber gut. Unterschlupfnetzwerk kann ich auch leben. Äh... Im Entzünden eines Phases kommt ein Wanderer in die Basis. Was soll ich das? Vor allem wegen Bevölkerungslimiterhöhung. Das ist mega praktisch. Okay. Bitte Unterschlupfnetzwerk mitkommen. Hörner, Hörner. Hörner, Hörner. Das ist bei den weiblichen Bauern in den Dorfgarten. Das könnte ich nahrun. So, bitte... gleich Nahrung sammeln. Die Nahrung ist wichtig, gleich mitzunehmen. Und wir gehen weiter nach links. Nächste Nahrung, bitte. Äh... Asche, Asche. Asche, Asche. Das holen wir uns dann später noch. Die Vorräte rennen uns nicht weg. Am Anfang im Early-Game viel Nahrung zu sammeln ist mega wichtig. Gegner-Bubbles sind hier noch keine. Ich müsste hier und da also... nicht wundern, wenn ich mal ganz kurz hier und da ein bisschen ruhiger bin. Denn ich muss mich hier tatsächlich ein bisschen konzentrieren, dass das auch was wird. Komm, zusammen ist jetzt mal hier, während der jetzt die restlichen Dinger da macht. Ich werde aber hier und da pausieren, um ein bisschen auf den Chat einzugehen. So, das sollte eigentlich noch ganz gut hinhauen. Du machst hier... ... und weiter. Pilze hier drüben. Kommen da noch mehr Missionen. Also, jetzt zur Release erstmal nur die eine, wie ich gesehen habe, wie auch die Entwickler geschrieben haben. Aber es sollen noch mehr kommen. In Zukunft sollen noch mehr Missionen dazukommen und noch der dritte Charakter und vielleicht noch weitere Boni und Perks. Nebel verdichtet sich, bla bla bla. Das bisschen Zeit haben wir noch. Komm, nimm das noch mit. Das kriegt man. Im Übrigen, sobald es wirklich Nacht ist, sollte man nicht zu weit draußen stehen. Irgendwann spawnen da plötzlich Gegner hinter dir und das kann richtig böse ins Auge gehen. Na komm, wird fertig. Dankeschön. So, ich hab sogar schon alles mit. Dann nehm ich fix noch den hier. Wir sollten rechtzeitig zurück sein. Und nein, ich hab noch keine Mauern gebaut. Oh, das ist schon der erste Spawn. Interessant. Okay, erwischt. Ich hab noch keine Mauern gebaut. Das ist durchaus beabsichtigt. Also, wie gesagt, ich hab mittlerweile Build Order und Reihenfolgen soweit perfektioniert, dass man wirklich sagen kann, dass ich so ressourceneffizient wie möglich arbeite. So, jetzt kommt nämlich der Dude zurück mit seinem lustigen Schiebewegelchen. Komm mal ran da. Der erste Angriff ist übrigens schon abgewehrt. Es kommen nur diese paar Dudes am Anfang. Ja, ja, bla bla bla. Ja, komm, lad dein Zeug ab. Danke. Also, mal ganz kurz. Enttäuscht, dass Charakter nichts Neues dazugekommen ist. Ein bisschen. Ich hab auch gehofft, dass es mehr wird, aber das Grundspiel schon mal... Es ist etwa wie mit Kingdom, nehm ich mal an. Also, bei Kingdom gab's ja auch erstmal ne Kingdom Classic und dann gab's immer mehr Erweiterungen und Bonus hinzu. Ich glaube, so wird sich das Spiel ja auch entwickeln noch. Und im Übrigen, es gibt einiges. Es gibt noch einiges, was ich euch letztes Mal nicht gezeigt habe. Komm, wer ist fertig? Das kostet jetzt halt 10 statt 8 jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad und er ist länger unterwegs. Das ist nicht cool. Einmal hier bauen, einmal hier blündern. Halt, falsch! Ah, ich brauch noch keine Ingenieure. Ich brauch die Mauer hier noch nicht eigentlich. Na gut, ich hab's jetzt schon mal angefangen zu bauen, immerhin etwas. So, danke. Nach rechts geht's jetzt. Ich hab noch den... den... die Build Order in den Kopf, die ich mach mit Ingenieursfokus, aber ich hab jetzt unser Schlupfnetzwerk. Das heißt, ich möchte erstmal rechts aufbauen. Denn, oh Mist, ich hab die Pilze verpasst. Egal. Ich merke, ich mach jetzt tatsächlich ein bisschen Fehler aus, ähm... wahrscheinlich ein bisschen aus Aufregung, weil ich jetzt Vorführeffekt habe. Aber es sollte eigentlich noch alles ermessen. Also, es sind jetzt bis jetzt Millifehler, die jetzt noch nicht so viel... kaputt machen. So, holt mir bitte die Schaufler. Die brauch ich sofort. Ingenieure können noch ein bisschen warten. Gibt's ne Art Progression? Also, mit diesen zusätzlichen Räumen, die man freischaltet, schon. Aber sowas wie einen Skillbaum, wie ich's mir auch oft habe, gibt's noch nicht. Vielleicht kommt sowas noch dazu. Wünschen sich viele Leute, wie ich's gelesen habe. So, Stefan, du gehst mir jetzt mal her. Und machst mir hinten die Mauer. Aber ja, es gibt einige Sachen, die ich nicht gezeigt habe, denn... es geht... die Map ist noch größer, als ich dachte. Und es gibt noch ein paar Upgrades. Ich hab ja letztes Mal auch die letzte Forschung nicht zu Ende gemacht. Da weiß ich auch mittlerweile, was kommt. Das ist sehr, sehr interessant. Es gibt einige Sachen, die ich nicht entdeckt habe beim letzten Mal, die das Spiel noch ein bisschen erweitern, interessanterweise. Ob wir zu allem kommen auf Brutal, ist die andere Frage. Aber ich versuch mein Bestes. So, bitte fertig werden. Bitte Fass anzünden. Dann kriegt man den zusätzlichen Rekruten. Oh Gott, ich merk grad, das wird vom Timing echt knapp. Tag 2 nähert sich dem Ende und ich möchte noch nach rechts vorstoßen. Ich hab mir übrigens eine Faustregel gemacht. Du kommst mit. Ähm, alle ungeraden Tage nach links vorstoßen, alle geraden Tage nach rechts. Zumindest bis Tag 10 in etwa ist das sehr, sehr ratsam und sehr, sehr hilfreich. Okay, Wuchung wegmachen. Pilze, aber Gott, wie schreist du denn? Nur weil du an der Wuchung vorbeirenst. Stell dich mal nicht so an. Gibt's noch das Iron Harvest DLC? Vielleicht nach meinem Umzug. Muss ich mal gucken, wie ich das einplan. Aber die nächsten paar Monate erstmal wahrscheinlich noch nicht. Äh, was bringen die Drohnen? Welche auf dem Stratt? Die Drohnen sind super. Also, die Drohnen sind ja dann, ich wollte es ja so nicht zu weit spoilern, die Drohnen sind dann fürs spätere Game, äh, fürs Endgame, wirklich mega wichtig. So, ein paar Raupen mitnehmen, bitte. So, hier rechts müsste noch keine Wucherung sein. Ähm, ich werde ein bisschen weiter links anfangen zu schaufeln. Komm, das schaffe ich. Bringt mir die Vorräte mit. Von rechts kommt jetzt, also, durch meine links-rechts-links-rechts-Strategie mit, äh, immer mal links, dann rechts, links, rechts, links. Bis Tag 5 haben wir Ruhe vor rechts. Also vor der rechten Seite. So, ihr beide geht hier ran. Aufschlagen, ich brauche euch noch nicht zur Defensive. Das schaffe ich alles noch schön selbst. Du kommst mit und plinterst mir mal schön eine von den Kisten, die hier rumliegen. Und ich gehe mal an die Front. Du plinterst die Kisten. Und ich sag mal Hallo. Wir haben immer noch keine Mauer, aber die brauchen wir auch noch nicht. Wir sind äußerst sparsam. Hi. Die Schrot finde ich echt nicht schlecht. Der lässt sich echt arbeiten. Muss ich echt sagen. Nicht verkehrt. So, du fährst wieder los. Jetzt können wir links mal aufbauen. Ich glaube, ein Gegnerwelle müsste noch kommen. Äh, ach da war's. Die Pilze werden automatisch abgeerntet, sobald ich baue. Da dachte ich's mehr. Übrigens, mal geschlagen zu werden ist nicht schlimm. Der Held kann gerade im Early Game extrem viel tanken. Im Endgame sollte man nicht... Ich habe einmal einen Run versaut. Also ich hätte... Ich hätte es fast vorgestern schon mal geschafft, das Spiel. Statt gestern. Und bei der letzten Welle, bei den letzten Gegnern bin ich ein Zentimeter zu weit raus und haben irgendwie fünf, sechs Artillerie-Gegner mich gewoneshottet einfach, weil die gleichzeitig geschossen haben. Habe ich auch geflucht. Äh. Frostpunk DLC. Kann ich noch nicht sicher sagen, ob ich spiele oder nicht. Also ich... Ich weiß, es gibt einige interessante Frostpunk DLCs. Vor allem hier bei Last Autumn. Die wirklich mega interessant waren. Aber... Was zur... Was sind die... Wollte gerade sagen, kommen die Gräber mal bitte zurück. Jetzt wollen wir nämlich nach links vorstoßen. Tag drei, wieder ungerade. Wir wollen nach links. Sehr, sehr wichtig. Aber in der Zwischenzeit hätte ich trotzdem sehr, sehr gerne, dass mir dieses Ingenieurszentrum schon mal gebaut wird. Hm... Du holst mir Pilze. Jetzt bei kommt mit. Boah, die Schrotflinte ist perfekt, um solche Wuchungen zu räumen. Die kommen gar nicht mal zum Schlüpfen. Normalerweise schlüpfen die nämlich. Empire at War. Ich hab's schon mal damals gestreamt auf D-Life. Ob und wie stark ich spielen werde, ich weiß es noch nicht. Ob es... Es ist als ein mögliches Projekt für irgendwann mal so quasi vorgemerkt. Aber... Es steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Prio-Liste quasi. So, die Pilze lass ich erstmal noch. Die hol ich mir auf dem Rückweg. Ah, fette Robbe. Dankeschön. So, einmal hier wegmachen bitte. So. Denn hier... Und das ist auch was Schönes. Können wir erstmal kaputt machen. Erst ab Tag 5 bis 6. Und ja, das hab ich alles durch Trial and Error rausgefunden. Oh la la. Sind das... Warum kommen hier schon so viele gespawnt? Ihr solltet eigentlich noch nicht hier sein. Alter, ist die Schrottwinde stark. Normalerweise hätte ich viel mehr Probleme mit dem Zeug. Mhm. Ist das eine der Spawns, die kommen, wenn ich zu früh vorwärtsgehe? Seltsam. Kann sein, dass die irgendwas mit der Release-Version verändert haben, weil diese Welle sollte eigentlich nicht kommen. Egal. Weitergott machen. Und genau sowas, genau diese Vorstöße sind essentiell immer wieder nach links und rechts, um überhaupt nicht überrannt zu werden. Schon nach Tag 5 oder 6. Übrigens, es geht weiter nach... Hier können wir sogar noch Zugänge blockieren und so. Das wird später noch mega wichtig. Also man kann hier an diesem Gebiet auch vorbei und es geht noch um einiges weiter. Und das sind viele Sachen dabei, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Auch sehr viele Tunnel und Untergrundwege und solche Sachen. Eine ganze Menge. So. Hammer, Hammer. Sachen da hinten blündere ich später. Ich hätte jetzt gerne noch die Pilze. Oh, dieser Bonus ist auch mega. So. Wir müssten eigentlich nur von links angegriffen werden, aber wir können die Nacht trotzdem produktiv nutzen. Indem wir hier das Zeug wegräumen und hier die Kisten wegmachen. Von rechts sollte eigentlich noch nichts kommen. Ich sage immer nur eigentlich, weil es kann sich mit der Release-Version was geändert haben, aber eigentlich nicht. Hallöchen, du. Oh, hi. Gerade auf dem Check. Kann manchmal echt fatal sein. Alter, die Schuhe finde ich echt stark, ey. Da brauche ich vielleicht noch nicht mal das Munitions-Upgrade. Ah, ganz kurz was gucken. Haben die Eye-Ampferen das Mörser-Vieh mit der Welle einfach nur getauscht, dass es leichter geht zum Vorrücken? Oder gibt es das? Nee, nee. Das Mörser-Vieh gibt es ab Tag 5 oder 6. Ich glaube, ab Tag 5 kam es dazu. Beziehungsweise, ich sehe es, wenn es da ist. Man sieht es auf dem Boden. Wenn es rauskommt. Also, sie haben das nicht entfernt. Ich habe bloß niemals bemerkt, dass es in den ersten paar Tagen gar nicht da ist. Und diese Tage muss man nutzen. Und schon mal dieses Wucherungen wegmachen. Später kommt es dazu und dann wird es viel, viel schwieriger, dingerlos zu werden. So. Macht schön weg. Ähm. Ach ja, stimmt. Upsi. Ähm, einer von euch, bitte forschen anfangen. Hallo, Gegner. So. Ich habe viel zu lange mit dem forschen gewartet. Ich hoffe, das rächt sich nicht. Aber es sollte eigentlich noch gehen. So, mitkommen. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt haben wir einen neuen Tag. Neuer Tag ist neues Glück. Und ja. Gerader Tag. Wir gehen wieder nach rechts. Oh, stimmt. Oh, mein Gott. Ich mache viele kleine Schlüsselfehler jetzt gerade. Vorführeffekt. Ich habe den Händler jetzt gerade stehen lassen die ganze Zeit. Unseren, ähm, Versorgungsdude. Äh, extra Schaufler, bitte. Danke. So, wieder Richtung rechts. Wie gesagt, das ist die gesamte Order auf 30 bis 40 oder 50 Versuche. Alles antrainiert gerade. Das hat mich ziemlich in die Verzweiflung getrieben. Die Pilze lasse ich erst mal noch. Die hole ich mir später noch. Erst mal andere Prioritäten. Unter anderem. Hallöchen. Wer hat denn hier unerlaubt Eier gesetzt? Machen wir gleich mal weg. Und hier rechts ist übrigens erst mal offen. Später gibt es die Verbindung. Und die Verbindung, die wir sehen, die hier aufgeht, wird wichtig. Weil wenn wir da rüber gehen, gibt es einige nette Sachen. Habe ich letztes Mal auch nicht gezeigt. Weißt du schon, wie lange du heute streamst? Also so drei, vier Stunden sind auf jeden Fall geplant. Mal gucken. So, ich mache eigentlich immer gerne den... Komm, einer von euch fängt mal an, hier aufzuschlagen. Da ist ein bisschen Zeit, haben wir. Hm. Die Tür dann später. Da gibt es auch einen netten Trick. Nehmt die Pilze bitte noch mit. Was? Und wenn man richtig heftig pusht, dass es... dass gar nichts spawnen kann, weil Progress weit genug ist. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt kommen einfach immer wieder diese Spuckviecher. Wenn du zu weit vorstößt. Ich habe öfters mal versucht vorzustoßen und das war... Ich habe dann immer aufs Mal bekommen plötzlich. Also... Ich glaube, es gibt da schon eine Art. Ich mache mit einem schon weg und das hier drüben passt eigentlich auch. Komm, ich lasse das so, wie es ist. Und gehe Richtung links nochmal. Das sind Vorräte für schlechte Zeiten. Die lasse ich erstmal noch. So, ich habe gerade niemanden zum Reparieren. Da ist eigentlich schlecht, aber ich denke mal nicht so ein Beinbruch. Anna. Mal ganz kurz abchecken. Ist da links was? Normalerweise bin ich zu der Zeit nie da drüben, aber... Ah, Tatsache. Komm, mach mal ein paar Eier weg. Das kommt eigentlich erst die Nacht 5 dran, dass ich das kaputt mache. Also mit Anna ist das wirklich um einiges leichter. Ich glaube, da könnten ein paar Schulzelfieler verziehen werden dadurch. Nö, nö, nö. Kommt mal schön mit. Nur weil jetzt dunkel wird hier. Nicht gleich den Schwanz einziehen. Macht mir die Mauer eins weiter. Gibt's ein Ziel in diesem Spiel? Ja, kurz um überleben. Wird's nur noch Warhammer 3 spielen. Warhammer 3 Je nachdem, wann's released wird und wie's mit dem Zeitplan hinhaut, würde ich mal sagen. Ihr kommt mal mit. Wir holen mal ganz schnell die Vorräte. Komm, 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 komm. Und los. Und zurück. Gegner in der Mauer kann sein, dass die jetzt kaputt geht. Ja, die haben die eine Mauer. Na, egal. Ah, keine Explosivviecher, bitte. Erstmal Asche hier. Erstmal Butterball, die Aschefische hier. Und ja, ich hab mir angeladen, einfach aus Spaß, wenn mir langweilig ist, nachzuladen wie so ein Bekloppte. So. Dankeschön. Alles vorbereitet für die Expansion nach links. Und, ah, Forschung fertig. Die lassen wir auch gleich weitermachen. Grab in der Zeit mal was aus. Gräber sammeln und schneller Vorräte. Wunderbar. Äh... Ach, das war die alte Mauer. Gott, die baue ich später fertig. Ich habe hier erstmal Wichtigeres zu tun, ne? Du nimmst die Pilze mit und wir gehen weiter vor. Ich habe den dritten Gräber noch auf der rechten Seite, aber komm, wir schaffen das mit zweien. Kaputt machen, bitte. Inzwischen hole ich mir mal die Pilze von hinten. Und ja, hin und her laufen ist sehr viel in dem Spiel. Aber gut, ist bei Kingdom auch. Das ist einfach, ähm, Teil dieser Spiele. Äh, ist... Ne, oben rechts ist nicht Ivan. Also oben rechts ist einmal unser, unser, ähm, Fahrer. Der Typ von der, mit der Drasline oder wie das Ding heißt. Dann der Ingenieur für die Forschung und das Stalker-Team. So, einmal sollte ich noch kaputt machen. Ach, stimmt, hier ist ja immer noch kaputt gemacht. Darf ich hier? Ich darf hier. Ich sehe das Vieh nicht. Man sieht das nämlich am Boden, wenn das Vieh da ist. Äh, und ja, es geht dann noch eine gute Weite. Hm, Holzbretter werden von nichts als Spucke und Baumwollfetten zusammengehalten. Durch dieses Loch könnten Mutanten hinein. Wir müssen jetzt etwas abdecken. Und ja, das macht uns später auch die, die großen Wellen leichter. Aber hier weiter nach Wings werde ich später mal erforschen. Einmal kaputt machen, bitte. Dankeschön. Sehr freundlich. Hm, einer macht mir mal bitte hier das Ding-Klong auf. Ding-Klong-Di-Dong. Weil da ist jetzt noch ein bisschen Netz-Technologie-Punkte. An der Stelle. Okay, warte mal, komm erst mal mit. Wir machen mal kurz die Maden. Mein Gott, dass die immer so rumjault. Wahnsinn. Okay, ich bleib dabei. Einer macht mir weiter-Klong-Klong. Das sollte bis zur Nacht ganz gut reichen. Und wenn Gefahr am Mann ist, kommen die eh zurück. Also für normal ist... Aktuell ist mir wirklich bis jetzt noch niemals jemand, den ich so auf Remote... Also den ich einfach da hinten gelassen habe, ist mir bis jetzt noch niemals jemand draufgegangen dadurch. Kann sein, dass sich in Zukunft mal ändert, aber in den frühen Wellen zumindest. Später macht man das eh nicht mehr. Später, wenn diese Explosivviecher kommen, können Leute draufgehen. Das ist böse. Und ja, jetzt sollten rechts auch welche kommen. Deswegen sollte ich auch früher zurückgehen. Weil das hat mir oftmals den Arsch gekostet, weil jetzt plötzlich von rechts Gegner kommen, wo ich nicht mit gerechnet habe. Dementsprechend sollte ich jetzt mal gucken... Halt, ich habe noch genug Zeit. Schnell zu looten. Arma mitnehmen, bitte. Schaufel. Weil Gräber sammeln schneller. Das spart uns Zeit. Going Medi-Evil sieht nice aus. Ja, da habe ich schon viel zu gesehen. Das ist ja quasi so ein Rimworld im Mittelalter. Durchaus interessant. Also ich bin mal gespannt, was es mit dem Spiel auf sich hat. Und ich weiß nicht, ob ich es wirklich jetzt großartig spielen werde, aber es sah schon mal sehr interessant aus. Warten wir mal weiter hier. Ein zusätzlicher Dot, bitte. Dann gehen wir mal zur rechten Seite mit einem zusätzlichen Gräber. Weil ich glaube, rechts kam dann sogar der erste Angriff. Da ich jetzt links so weit gesäubert habe, müsste da eigentlich nur diese Spuckvieh kommen, das erste Mal. Genau, rechts. Genau das. Das hat mich nämlich jedes Mal überrascht, weil ich immer gedacht habe, Mensch, ich habe doch da gesäubert. Wo kommen die noch bitte her? Übrigens, es hilft sehr oftmals, Gegner zu flankieren. Von hinten macht man viel mehr Schaden. Das muss... Ach, da kommt noch... Da kommt noch mal mehr. Ich könnte warten, bis sie reinspringen, vorbeigehen und jetzt schön hinten reinschrotzen. Da gehen die ziemlich schnell down. Okay, das soll jetzt links gewesen sein. Rechts. Ach komm, ihr bleibt da, ich werde euch eh hier brauchen. Später. Ja, jetzt müsste das Spuckvieh kommen. Das könnte sein, dass es mir eine Mauer wegschrotet. Deswegen baue ich auch die Zelte noch nicht auf, weil das passiert gerne mal. Ach, das sind noch die normalen Viecher. So, komm her. Ich weiß, dass du kommst. Ich weiß ganz genau, dass du kommst. Und du wirst mir jetzt nicht mehr großartig hier rumnerven. Genau dich meine ich. Wunderbar. Das Ding macht übelst Stress. Nach rechts. Ah, kurz auf den Techniker warten. Ähm... An sich, Shadow Wolf, das kannst du wahrscheinlich auch auf dem Toaster spielen, das Spiel. Also, ich hab's halt oftmals gespielt, während ich noch am Rendern war oder sonst irgendwas gemacht hab. Beim Rendern ist CPU halt wirklich zu 99% ausgelastet. Das Spiel geht trotzdem noch. Also, man braucht nicht sehr viel, was das hinhaut. Nächste Technologie, bitte. Ich bin erstmal mit meinen Gerätern zufrieden, so viel wie ich hab. Ich hab dann doch zu oft jetzt das Problem gerade, dass ich nicht hinter R4-Geräbe von den Startreichen gehe. Ähm, du reparierst mir mal. Dann geht's weiter nach rechts. Dann... Ja, bauen wir auf, bitte. Ich möchte schon weiter vor. Drei ist eigentlich flötet. Man braucht nicht gerade Zeit bei den Pilzen, weil es kommen immer vier Stück raus. So. Äh... Eier, wir brauchen Eier. Es gibt einen weiteren Charakter. Ja, der kam mit dem Release dazu. Und einen dritten wird's auch noch geben. So, jetzt haben wir Tag 6. Ich zeig's euch gleich mal. Ab jetzt ist das erste Spuckvieh da. Ähm... Erstmal die fette Made noch mitnehmen. Dankeschön. Äh... Ja, da. Seht ihr es da unten direkt vor mir, bevor ich schäle? Da, da... Verdammt! Oh Gott! Ich hasse das Vieh. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Das kommt mittlerweile... Das wurde vor kurzem auch hinzugefügt ins Spiel. Das kommt mittlerweile auch raus, wenn man nur die Eier zerschießt. Damals konntest du wenigstens die Eier zerschießen. Mittlerweile kommen die auch raus, wenn man auf die Eier schießt. Das kann mit einem... Mit Pech kannst du dir den gesamten Rand versauen, weil die dir einfach alles wegspucken. Das ist nicht nett. Hannah. Hannah. Tag 6. Jetzt wird's unsicher für mich, weil die ersten fünf Tage habe ich nahezu perfektioniert vom Durchlauf. Ab jetzt ist es ein bisschen mehr Freestyle, aber es funktioniert für gewöhnlich ganz gut. Ähm... Ich weiß nicht, ob von rechts groß was kam, aber ich kann da sicher etwas aufstellen. So. Alle geheilt? Gut. Ähm... Hannah. So. Zwei Gräber und ein... Einer zum Reparieren mal da. Dann holen wir uns unseren neuen Dude ab. Bitte weitermachen. Wunderbar. So. Stufe 1 Mauer reicht erstmal noch aus, finde ich. Ähm... Die da vorne bauen wir weiter auf. Und die Pilze nehmen wir schnell noch mit. Auf jeden Fall. Ansonsten... Hm... Hm... No risk, no fun. Die hätte ich gerne auch noch. Bevor die Viecher mir in den Rücken fallen. Könnte sein, dass die jetzt von hinten schon anspringen. Ich glaube, ich bin schon weit genug im Nebel drin. Aber andererseits, wenn ich jetzt das... Die Barriere baue... Oh, PPS. Dankeschön für die 10... 10 Schweizer Franken. Wee. Hm. Ach stimmt, ich habe ja durchaus Zuschauer in der Schweiz und in Österreich und... So. Ich bin eigentlich nah genug dran, dass mich die Viecher nicht anspringen. Deswegen kann ich sogar ein bisschen Schutt wegräumen. Man muss... Man muss in dem Spiel immer produktiv sein. Erst... Vor... Auf den zweiten Spiel ist es gerade schon. Beim dritten ändert sich das erst recht nicht. Ähm... Kurze Frage zu deinem Warpips-Video. Der Gegner hat manchmal so eine Heldeneinheit namens Tanja rausgehauen. Ist das angelehnt an den... An Emilio Kuhn? Nee. Äh, Ryoshin. Das ist angelehnt an Command & Conquer. Ich meine, die haben ja auch den Soundtrack-Typen von Command & Conquer drin. Also hier, die Tiberian Sons heißt ja diese Band. Es ist eine Command & Conquer-Anlehnung. Aber ich kenne durchaus, äh, ähm, hier. Jojo Senki. Also ich habe Tanja geschaut. Aber an die ist es nicht eine Anlehnung. Es ist an... An die von Command & Conquer. An Spezialagentan, ja. Ich glaube, Tag 6 ist ruhig. Ich habe genug zerstört. Krass. Ich glaube, das liegt daran, dass ich ein Ei mehr nach links zerstört habe vorhin. Das hatte ich auch noch nie, dass die... Dass Tag 6 komplett ruhig ist. Krass. Gefällt. Jetzt müsste die große Welle kommen. Von links. Ungerade nach links, ne? Das heißt, ich werde nach links vorstoßen. Pana. Dankeschön. Von links kommt eine riesige Mutantenwelle. Mach dich bereit. Okay, ich mache mich bereit. Ich gehe jetzt mal über und hol noch die Schaufler dazu. So, oh Gott. Ja, ich habe schon... Aber nach rechts expandiere ich mittlerweile sogar sehr gerne als erstes. Wegen der Munitionsverbre... Wegen der Munition... So, einen Moment mal kurz. Oh mein Gott. Wir sind gearscht. Das Spiel hat aus irgendeinem Grund jetzt mit dem Release... meinen Progress resettet. Also, die Zusatzgebäude. Wir haben keine Munitionsfabrik. Wir haben keine Zementfabrik. Und wahrscheinlich haben wir auch nicht die verbesserten Stalker. Oh mein. Ey, ich... Ohne... Ganz ehrlich, ohne die Fabriken... Sind wir gearscht? Ohne die Fabriken bin ich gearscht? Die sind essentiell? Ich glaube, da muss ich es doch noch einmal auf leicht durchspielen. Da kann ich euch wenigstens Sachen zeigen oder so. Aber ich glaube, die scheiterst du nur frei, wenn du auf einfachen Spielmodus erstmal durchgespielt hast. Oh, die... Warum resetten die das mit der Release-Version? Oh Mann. Ich kann versuchen, so weit wie es geht zu kommen, aber ohne die verstärkten Mauern und ohne die bessere Munition wird das ewig eklig. Oh Mist, ich habe schon zu wenig Forschung. Egal. Gehen wir weiter. Äh, aber ich kann das Lager bauen, ne? Komm, mach mal Lager. Komm, Lager bauen. Ah, dann nehme ich den Freiwilligen auch noch mit, wenn ich schon mal hier bin. Die haben den Progress resettert. Wie eklig ist das denn? Ich habe echt mein... Oh Mann, ey. Ich sollte die... Denn Tag 7 überlebe ich trotzdem noch safe. Aber für die... Ab spätestens für die zweite große Welle, die dann kommt, ab Tag 15, brauche ich eigentlich die Munitionsfabrik. Ja, Gräber werden gefahren, das weiß ich. Oh, nice. So, dann wollen wir mal links noch ein bisschen... Vielleicht macht ihr meine bessere Schrot, stimmt ja was aus. Mach ich mir einfach mal Hoffnung. Komm, sammelt mir mal nur so viel wie möglich Zeug auf dem Weg. Ihr holt mir mal eine schöne Ladung Pilze. So, hier müsste jetzt auch ein blödes Blubviech sein, ne? Ja, das sehe ich schon gleich. Guck mal, es ist nur dieses Vieh da. Sonst nichts. Oh, okay. Ah, interessant. Das ist neu. Die spawnen jetzt jedes Mal, wenn ich zu weit nach links gehe. Nein. Ich habe Nein gesagt, Mann. Macht mal hier noch ein Objekt, bitte. Ah, ich bin aber zu sehr verwundert. Das habe ich eigentlich ungern. Kann sein, das wird es draufgehen deswegen. Wenn mich ein Spucker zu stark erwischt. Komm, holt mir den Typen noch. Ich brauche Forschungspunkte. Sag mal, was ist denn jetzt los? Ach, dann nehme ich mich. Oder bekomme ich diese Forschungspunkte jetzt nicht auf dem Schwierigkeitsgrad? Egal. Das ist jetzt doof, dass ich keine... Oh Mann, ey. Jetzt wird mir die einzige Möglichkeit genommen, dass ich das auf dem Schwierigkeitsgrad gut schaffe. Ah, ich muss hier schon bauen. Ah, kommt mal her. Kommt mal her, kommt mal her, kommt mal her. Das müssen wir noch schaffen. Ich würde gern das Fass noch anzünden. Das ist noch so ein bisschen unsere... Unser Plan B. Die sollten eigentlich ein bisschen brauchen, bis sie da sind. Weil wir so viele Eier zerstört haben. So, ich hätte gerne die Blitzfallen. Limiterhöhe, wunderbar. Äh, Barrikaden bitte. Gut, dass ich Flächenschaden mache jetzt. Das könnte extrem viel ausmachen. Und offen. Die kleinen Viecher habe ich jetzt absichtlich getankt, weil die mir sonst nie Soldaten in den Rücken fahren. Äh... Komm mal her, zünd nochmal an. Dankeschön. Jetzt müsste noch eine Welle Minions kommen, zusammen mit dem Spuckerfiel. Gerade für sowas ist unser Schlupfnetzwerk mega wichtig. Aber ohne Munitionsfabrik, also das macht halt alles mega viel einfacher, wenn wir durch die Munitionsfabrik... Okay, überlebt. Aber... Äh... Warum ist die Musik nicht vorbei? Weil das für Bossmusik... Eigentlich müsste es jetzt ruhig sein. Oder ist es Teil des Updates, dass die Musik weiterspielt, auch wenn wir es geschafft haben. Weil normalerweise müsste die Musik jetzt aufhören. Ich bin etwas irritiert. Hm. Ich bin echt irritiert. Ich betrete mir unbekanntes Terror damit. Ah. Kommen die nicht aus dem Durchgang, wo es heißt, dass man das Loch schließen kann? Yep, zumindest zusätzliche. Und wenn wir rechtzeitig das Loch schließen auf der linken Seite, dann kommen die bei der zweiten Welle nicht von links. Also nicht von beiden Seiten. Das ist etwas Schönes, was ich auch rausgefunden habe. So, jetzt haben wir einen ruhigen Tag. Jetzt... Also der Tag nach dem Angriff ist immer ruhig. Es sei denn, die haben das gepatcht, oder ist es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad anders. Aber ich vertraue einfach mal darauf. Ähm... Können die Ingenieure... Nee, ich habe das Lagerbauen drin, aber nicht... Wo ist mein Ingenieur überhaupt? Ach da. Ja, ja. So, du machst mir mal, dass die Ingenieure Türe aufbrechen können, auch wenn das zu spät kommen wird. Aber ich brauche es zumindest für... Äh... Ich nehme trotzdem meinen Ingenieur mit. So, Tag 8. Irgendwie hört die Musik gerade nicht auf. Wir haben jetzt eigentlich einen ruhigen Tag. Das Spiel hat einen Bug. Die Musik hört nicht auf, episch zu sein. Also es ist nicht, dass das so schlimm wäre, aber... Ich fühle mich leicht. Einer macht mich immer weg. Überepisiert. Das ist meine Musik, ist bei mir auch. Das ist ein Bagger. Das ist komischerweise vor Release nicht drin gewesen. Resetet sich das irgendwann, oder bleibt das jetzt die ganze Zeit? Warum... Warum darf ich den nicht plündern, oder habe ich das aussehen schon gemacht? Teil des Schwierigkeitsgrads oder so? Na, egal. Ähm, oh, wir können... Ja, komm, macht den Zugang zu. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben. Ihr beide macht mir hier auf. Dann möchte ich weiter nach links. Dann holt ihr mir mal das Forschungsfläschchen. Dann holt ihr mir das Forschungsfläschchen. Dann gehen wir mal da runter und holen uns den ersten hier. Und gehen nicht sehr weiter. Weil rechts ist so ein Anspringviech. Das schaffen wir jetzt noch nicht. Vielleicht mit der Scham... Nee, ich möchte es nicht riskieren. Das Ding kann mich mit zwei, drei Pissen töten. Da gehe ich später rein. Da gibt es aber eine fette Kiste. Ich fühle mich so... Belästigt von der Musik. Schnief. Gott, Tag 8 ist noch lang. Das fühlt sich gut an. Ja, stimmt schon. Der Tag vergeht auch so langsam, ne? Irgendwas buggt hier. Aber gewaltig. Na gut, wenn es ein Geschenk der Entwickler ist, nehme ich es an. Das ist dann... Das nehme ich als Ausgleich. Dafür, dass... Ähm... Irgendwie zählt der Tag noch als Nacht oder so. Aber das ist der Ausgleich dafür, dass mir meine Zementfabrik und meine Schusswaffenfabrik genommen wurde. Dann plündere ich hier mal alles aus, wenn der Tag so langsam vergeht. Es kann auch sein, dass die Anzeige verpackt ist, dann bin ich am Arsch. Wenn mich gleich Viecher von rechts anspringen, bin ich tot. Okay, das war's mit links. Nein, oh Gott, ich hab mehr als genug Zeit. Weil normalerweise müsste jetzt schon der Tag rum sein und ich gehe dann nach rechts jetzt in die Kammer rein. Ja, es hat die Wave... Weil ich glaube, nachts ist... Ähm... Ist ja... Gitter Tag. Äh... Vergeht die Zeit langsamer. Und aus irgendeinem Grund hat es jetzt die Nacht nicht beendet. Aber gut. Ne, die Nacht ist eigentlich beendet. Hät es die Nacht nicht beendet, würden mich jetzt Viecher anspringen. Au. Brain-Aff-Car-Boy-Boobsquats. Danke für die 5 Euro. Kennst du das Game? Voliant Hearts. Und wie findest du es? Wenn ein Spiel ist unbedingt mal... War das das Spiel, was im Ersten Weltkrieg gespielt hat? Dieses Adventure? Ich glaube schon, oder? Sagt mir irgendwie was. So... Ingenieurentüre aufbrechen haben wir jetzt noch nicht drin. Aber ist okay. Sollte auch ohne gehen. Machen wir das später. Aber der Tag, wir haben jetzt ewig viel Zeit. Also ich meine, wie gesagt... Ich betrachte das als gegen... Es fühlt sich jetzt schlecht an, das auf diese Weise zu gewinnen. Aber andererseits, ich habe weder Zementfabrik noch... Ähm... Munitionsfabrik. Von daher... Will ich mal sagen... Finde ich das nur fair. Ähm... Oh Gott, aber ich merke gerade... Der Ingenieur forscht auch ewig lahm. Also so einen großen Vorteil haben wir anscheinend gar nicht. Wie ich es mir... Wie ich es mir gerne ausmeilen würde. Eine Schaufel mehr können wir eigentlich machen. Wird nur kurz oder lang brauchen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich mit der Situation zu und umgehen soll. Aber komm, lassen wir es einfach so, wie es ist. Wir könnten eigentlich jetzt mal richtig gut expandieren dadurch. Ein weiterer wird mir bitte zum Ingenieur. Danke. Äh... Was ist das? Ach, ich kann wieder... Oh, das ist neu. Das ist cool. Ich kann wieder Leute zurück machen zu... Oh Gott, das ist aber schlecht. Jetzt habe ich ein Werkzeug verbraucht dadurch. Ich kann Leute wieder degradieren zu normalen Bauarbeitern. Interessant, das ist neu. Ja schön, jetzt hätte ich meinen Grieber gerne wieder zurück. Was, warum habe ich jetzt drei Ingenieure dabei? Warum habe ich jetzt drei Ingenieure... Egal, ich werde sie brauchen. Ich werde sie schon brauchen. Hörner, Hörner, Hörner. Wie lange ich heute mache? Solange bis wir fertig sind. Ja genau, dieser lila Schleim von der Decke. Das gibt solche festgeversetzten Spawnpunkte, wo die Fische runterspringen, sobald du zu weit rausgehst. So, bitte hier die schönen Pilze mitnehmen. Dann mal schön hier aufmachen. Dann... Oh, ich dachte, ja stimmt. Weil es so lange braucht. Kriege ich noch nicht mal die Türen zum Aufbrechen aktuell. Das ist echt gemein. Hier, guck mal, die gehen auch hinter die Mauer, als wäre noch Angriff. Und das gerade bei der ruhigen Nacht, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eigentlich müsste eigentlich sicher rausgehen können. Nutzen wir die Zeit mal und machen hier ein bisschen auf. Holen uns den einen Tüten noch. Das ist übrigens auch eine Tür, die wir aufmachen können. Hm. Ist das Spiel Kingdom sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich sogar. Das ist am nächst... Das erste, woran es überhaupt noch reinkommt, ist Kingdom. Aber eben mit einem Metro-Setting. Oh, Helmut Fischer, danke für die 1099. Deine Stronghold-Grosader-Videos sind top, mach weiter so. Dankeschön. Und ich gebe mein Bestes. Warum darf ich jetzt die Mauer... Ich darf auch die Mauer nicht weiterbauen. Was hat das Spiel gerade? Das ist gerade irgendwie übelst. Weil ich hoffe, das wird mit der nächsten Nacht besser. Ja gut, jetzt kann ich gar nicht mehr machen erst mal. Es sei denn, ich könnte mit den Ingenieuren die Tür aufmachen. Aber da kann ich auch in der Nacht rein. Zumindest, wenn ich dann auch mal hier von ausgebaut habe. Was ich auch irgendwie gerade nicht darf. Das ist total verwirrend. Das ist gerade ein übelster Bug. Ja gut, dann baue ich eben die Mauer hier weiter aus. Werde ich auch noch brauchen. Gibt es zum Release... Also, ich weiß nicht, ob... Also, aktuell gibt es noch keinen Koop. Ob einer nachgereicht wird, ist eine gute Frage. Es könnte gut sein. Also, gehen wir noch mal los. Jetzt wird mir halt auch die Nahrung ausgehen. Mal gucken, ob es sich nach dem Tag... Wenn es sich nach dem Tag nicht resettet, dann... Ist eh GG, weil ich kann ja nichts mehr machen hier. Wenn sich die Tage nicht gescheit resetten, dann... Ist eigentlich mein ganzer Handlungsspielraum... ...am allerwertesten... ...gelandet. Haschel, Haschel. Introduce us among number of Bugs. Ah, okay. Der Release-Patch... Aber was haben die großartig verändert, dass jetzt Bugs plötzlich dazukommen? Weil... Das Einzige, was die verändert haben seit der Ursprungsversion, ist, dass der neue Charakter dabei ist. Oder versucht... Verursacht der neue Charakter die Bugs. Das kann ich fast nicht glauben. So, ich brauche eigentlich keine Verteidigung, weil... Obwohl, andererseits... Also, normalerweise müsste Tag 8 in der Nacht nichts kommen. Aber... Da das Spiel sowieso gerade buggt... Ich weiß nicht, was... ...und wem ich da gerade noch trauen soll. Ah, ich habe zu spät mit Foschen angefangen. Ich sollte eigentlich schon längst die Tür aufmachen dürfen. Man. Wenn sich der Bug nicht behebt... Ganz ehrlich, wenn sich der Bug nicht behebt, dann spielen wir es einfach auf einfach durch... ...und wir gucken uns einfach mal alles an, was das Spiel zur Verfügung hat, ohne dass ich mir Stress machen muss. Schon alleine, dass ich mal die Zementfabrik und das Zeug... ...also die wirklich wichtigen Sachen freischalte, mit denen man auch die höheren Schwierigkeiten gerade schaffen kann. Weil ohne die ist es eigentlich nicht machbar. Es ist doof, dass ich hier nicht bauen darf. Mann. Aggressives Nachladen hier. Das ist jetzt... Ich kann nichts machen. Ich habe alles erkundet. Ich habe alles mitgenommen. Die rechte Seite hat sich noch nicht geöffnet. Ich kann noch keine Türen aufbrechen. Ich bin gerade ziemlich handlungsunfähig. Hm. Forsch mal schneller, Mann. In der Demo ist ja ab Tag 7 Ende. Das kann natürlich... Ja, das kann damit zusammenhängen vielleicht. Ah, ich verarsche, meine Leute. Ich muss mich nur einmal kurz umdrehen und alle ein bisschen rennen. Der hinterste in der Reihe ist der Gearschteste einfach. Links und rechts. Jetzt ist der mit seinem Schiebeweglichen. Der ist ziemlich schnell. Jetzt habe ich bloß keine Nahrung mehr für dich. Tut mir leid. Das könnte sich vielleicht ändern, hätte ich die Farmer schon. Aber ich darf ja nicht weiter expandieren. Mann. Ah, hier darf ich. Komm, mach mal. Vielleicht kann ich... Darf ich mir meine Farm aufbauen? Ich müsste genug Ressourcen dafür haben. Ah, ich darf wirklich weiter vor. Cool. Ja, Hauptsache den Spawn gibt es noch, ne? Dankeschön. Geh doch nach Hause. Krippereh mal. Die Schrotflinde ist echt stark. Heiliger Wimber. Alles klar. Ähm, Shadow Wolf. Boy, boy. So, mal gucken, ob es sich nach der Nacht... Also wenn es sich nach der Nacht nicht resetet, dann kann ich das Spiel eigentlich... Obwohl, ich kann mal schauen, ob ich es schaffe, die Farm aufzubauen und vielleicht noch irgendein... Nein, ganz ehrlich, ich weiß nicht, so ein... Ob es da... Aber wenn es auch auf einfachen Schwierigkeiten gerade so bugt, dann ist es eigentlich ein Problem. Dann ist es aktuell unspielbar, ne? Auf der Version. Also es ist natürlich dann doof. Mann, 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 Mann... So, jetzt müsste ich gleich Türen aufbrechen dürfen. Obwohl ich dafür gerne die Nacht nutzen würde. Genau die Nacht 8 nutze ich dafür eigentlich gerne, aber... Darf ich ja anscheinend nicht. Naja, dafür habe ich schon mal wenigstens alles auf der linken Seite geplündert. Passt. Ich stehe schon mal bei der Tür bereit. Wenn die Zeit so gut es geht, so nutzen. Bei Tag 13... Oh, das hat sich immer noch nicht resetet. Vielleicht ja mit der zweiten... Nachdem die zweite Welle kam. Ich versuche mal, ob ich die Farben bauen kann. Das ist ja dann total... Also so möchte ich brutal, aber auch nicht schaffen. Na gut, okay. Wenn ich dadurch den ganzen Shit wieder freischalte, den ich eigentlich haben sollte, bin ich zufrieden. Aber wenn es wirklich so lange dauert, Himmel, dann... Ganz ehrlich, wenn die Tage jetzt wirklich wie hier einfach fünfmal so lange dauern, dann dauert das Stream bis Mitternacht, ey. Das Game restart... Ne, also wenn ich so höre von anderen Leuten, ist das reproduzierbar. Ne, es resetet sich anscheinend nicht. Oh, fette Raupe. Aber wenigstens die Dinger gibt es noch. Okay. Vielleicht einfach mal Spiel komplett neu starten. Vielleicht gibt es mittlerweile einen Hotfix. Wer weiß. Das kann ja nicht sein. Das ist ja quasi ein kompletter Poker. Also hier ein kompletter Fortschritts-Domperbuck. Hopp, 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 hopp. So, Zwischenseckens starten, bitte. Oh, der Tag scheint jetzt aber schneller zu laufen, oder kommt es mir nur so vor? Das kann auch sein, dass es mir nur so vorkommt. Das Spiel könnte jetzt aber ein bisschen dauern. Aber auf diese Weise, vor allem später mit den Drohnen, könnte ich auf die Art und Weise halt einfach mal alle Mauern auf Maximalstufe bauen. Gegnerspawn. So, ich habe nicht gerechnet. Gott sei Dank, was geht mit euch? Ah, jetzt. So, im Endgame ist es oftmals ein kleines bisschen Gamble hier mit den Viechern. Immer nur einmal zuschlagen mit der Affe, weil das Vieh schlägt, sehr, sehr schnell und sehr unberechenbar plötzlich zu. Und ich habe schon sehr oft sehr schnell einfach Leute verloren durch den Shit. Genau das. Wir haben die Zeit. Nicht übertreiben. Ha, erwischt. Okay, das Ding können wir bauen. Das können wir blindern. Das können wir aufmachen. Hier sind auch nochmal Leckerchen drin. Leckerlis. Yay, 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 yay. Streams morgen auch, ja? Morgen gibt es dann wieder Gloria Victis. War doch eigentlich ein Fehler, am Release-Tag zu streamen. Ich hätte dann doch Never Play und Patch Day ein bisschen ernster nehmen sollen. Weißt du was, ich komme später wieder. Ich gucke mal, ob ich was aufbauen darf. Jetzt wo Tag ist. Darf ich jetzt eigentlich bauen, bitte? Ja, ich darf bauen. Ja, geil. Dann kann ich jetzt auf beide Seiten eigentlich expandieren. Ich habe noch... Der Tag ist noch lang genug, dass ich die Zeit dafür habe. Und das fehlt eh nicht mehr. Ganz ehrlich, jetzt wachsen eh keine Pilze mehr gescheit nach. Ah, doch, da wachsen Pilze. Ich habe nichts gesagt. Besser wird das Spiel wohl nicht laufen, aber egal. Gewöhnen wir uns an die Musik. Vielleicht wird sie ja nach der zweiten Welle gesettet. Und das wird noch schlimmer. Die Tage werden noch mal multipliziert langsamer. Das wäre toll. Expedition an die Oberwelt. Wie hatte sich das eigentlich die Geklämerei mit den Kingdoms machen damals weiterentwickelt? Achso, diese Geklämerei. Stimmt, da war mal was. Ja, das hat sich dann wieder normalisiert. Einfach mal angeschrieben und dann hat es aufgehört. Gleiches hatte ich auch schon mal bei Age of Mythology und anderen Spielen. Gibt es immer irgendwelche Firmen, die plötzlich hergehen und sagen, dass sie angeblich, dass es angeblich geschützte Werke sind, was totaler Humbug ist. Also, es kann sein, dass es geschützte Werke sind, aber deswegen YouTuber zu striken quasi ist nicht unbedingt die beste Idee, wenn es ein Spiel ist, was Leute vorstellen wollen. So, dann machen wir mal die schönen Farben. Tja, ist doch Fitnesscoach. Ah, dafür kann sie aber beim Mampfen wieder Ausdauer generieren. Vielleicht hat die immer ein paar Energieriegel dabei gehabt beim Laufen. Alle fünf Meter mal reingebissen. So, geht mir mal schön in die Farm. So, ich habe jetzt leider noch nicht... ...komm, ein bisschen was zur Vorsicht schon mal hierher. Ja, die kann aber schon ziemlich abgehen. So, jetzt ist dann bald Tag 10. Dann bist du hoffentlich bald nochmal... Stimmt, bei Tag 10 wird auch eine Zwischensequenz abgegangen. Ne, stimmt, Koschka hat geschrieben, dass es bei ihm trotzdem immer noch nicht funktioniert. Schwer zu sagen. Generator-Upgrade. Und jetzt haben wir ein kleines bisschen Mangel an Ressourcen. Hat gerade zum Glück noch gereicht. Können wir da links noch was abstellen? Ich glaube, das sollten wir auch. Pilze. Nahrungskisten erinnern sich an Poke-Bälle. Viele sagen, sie erinnern sich an eine Haselnuss, wenn sie das angucken. Verstehe ich auch. Aber auf die Weise dauert das ewig, bis wir Tag 25 haben. Da bezahlt ja auch einen Tag locker 10 Minuten oder so. Ah, hier habe ich schon aufgemacht, ne? Stimmt, hier habe ich... War ich hier schon drin? Ah, ich habe den Ingenieur nicht dabei. Stimmt, ich kann hier aufmachen, wenn ich... Ah, gut, jetzt ist es zu spät. Gucke ich beim nächsten Tag rein. Dann können wir uns mal die ganze Umgebung angucken, ne? Auf der Discord... Ach, die haben einen Discord-Server? Ich habe schon seit Ewigkeiten gesucht, ob da ein Discord-Server ist. Müsste ich dann nochmal gucken. Industrie, bitte! So kriegen wir wenigstens auch Ressourcen produziert jetzt. Gleich weiterforschen. Und jetzt könnten wir, sofern wir die Ressourcen hätten... Ich meine, da kriegen wir schon mal ein bisschen was. Ja, die Schilde, schön und gut. Ja, jetzt hätte ich gerne meine Stalker. Dann will ich warten auf die nächste Lieferung. Ich glaube, die nächste Lieferung noch nicht. Dann noch zusätzliche Werkzeuge. Ich gucke einfach mal nach rechts. Hm, nur ein Schaufler und zwei... Die rechte Mauer ist nicht sehr haltbar. Aber ich kann ja mal... Ein bisschen Dampf machen. Jetzt sollte von rechts eigentlich gar nichts mehr kommen. Weil der Zugang ist ja noch nicht offen. Zur Sicherheit steht hier was. Aber ich gehe mal lieber nach links. Ich habe dir jemanden mitgebracht. Er ist frei und willig. Eigentlich sollte ich jetzt schon... Die Ingenieure forschen auch viel, 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 viel langsamer. Ich sollte eigentlich schon links den Autoturm haben eigentlich. Egal. Egal, was soll's. Weißt du was? Du machst mir mal den... Nee, du machst mir noch nicht den Gräber. Wegenfalls haben wir jetzt auf diese Weise mal genug Zeit, uns alles anzugucken hier im Spiel. Und da gibt es durchaus ein paar Sachen. Oh, du? Holst mir mal ein bisschen... Ein bisschen Leute ran. Dankeschön. Willkommen im Team. Na, kommt doch her. Kommt doch das nächste Mal mit mehr Mutanten. Ich würde mal hergehen und die Musik zumindest ein bisschen leiser machen. Ist hier jemand dabei, der mir Total War wohl mal erklären kann? Ich kapier's einfach nicht. Also, eigentlich Total War jetzt nicht so kompliziert. Oh Gott, die Nacht dauert auch so lange. Gah. Gah. Hm. Kommt die Nacht überhaupt irgendjemand? Ah, hi. Ich kann's natürlich auch einfach provozieren, indem ich aggressiv vorstoße. Mann kann sich so einfach schwer machen, wenn's nicht schwer genug ist. Boah, die Schrotfinder haut hier und da rein. Das ist übel. Kommen jetzt mal noch Gegner? Also wirklich normaler Angriff? Oder ist da wirklich alles? Dann sind jetzt doch gar keine Gegner mehr gekommen oder so. Aber egal, gut, Siege-Survival im Gegensatz zu hier hab ich's noch nicht perfektioniert. Ich hab Siege-Survival seit dem letzten Stream nicht gespielt. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass man nur einen Spielstand haben kann. Also ich konnte mir noch nicht mal das Spiel jetzt angucken und sagen, okay, ich spiel's jetzt mal ein bisschen weiter und eign's mir ein bisschen an. Es sei denn, ich würde jetzt einfach unseren Progress wieder komplett... Hm. Stoppen. Hm. Äh, ja gut, okay. Ich geh mal zurück und hol mir das Zeug und... Erfreue mich des Lebens. Komm mal, Herr Freund. Du bist bezahlt. Oh, nicht ernsthaft. Das kann man sonst mit dem Geld machen. Die wären eigentlich das Wichtigste. Hier müssen wir noch warten. Ähm, Generatorforschung... Brauchen wir erst später. Ich brauche erst mehr. Um weiterzukommen, müsste ich jetzt dann mal die Stalker ausbilden. Hm. Wer wird mir als nächstes Geld produzieren? Na, du machst nochmal Werkzeuge. Ich muss auf den da rechts warten. Was der einfachste Modus ist. Ach, nee, das ist... Es bugt gerade einfach. Es ist ein Release-Bug. Das heißt, ich... Neustatten bringt nichts. Ich hab's schon gehört. Alle Leute, die das Spiel haben, haben den gleichen Fehler. Ab Tag 7 hängt sich das Spiel irgendwie auf. Und ich so... Es kam jetzt auch keine... Aber Eier sind gespawnt gewesen. Auf der rechten Seite zumindest. Kann auch sein, dass von links einfach nichts kommt. Und ich hab den rechten Angriff aufgehalten. Na, warte mal noch ein bisschen. Du kommst mal mit. Ja, wir dürfen rüber. Party! Jetzt gucken wir uns mal die rechte Seite an. Weil die haben wir bis jetzt noch nie gesehen. Wenigstens das gucken wir uns an. Auch wenn die Musik... So können wir wenigstens... Sehen wir es positiv, so können wir wenigstens erkunden. Auch wenn die Musik jetzt ein bisschen zu episch ist... Und nicht schön so atmosphärisch. Aber so können wir uns wenigstens mal angucken, was auf der Seite ist. Weil das haben wir so noch nie gesehen bis jetzt. Händler, ich brauche von dir, glaube ich, dreimal. Dreimal brauche ich von dir, aber... Ja, komm, nimm. Nimm, 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 nimm. Wie lange brauchst du noch, um mir was zu geben? Oh Gott, das dauert noch ewig. Ich glaube, der Reproduktionszeit ist auch verlangsamt. Egal. Äh, wir kriegen die Stalker schon noch. Dann gehen wir mal da rechts rüber. Da hat sich ja schließlich gerade was Schönes geöffnet für uns. Und bei schönen Öffnungen sollte man doch nicht Nein sagen. So, ich habe genug Ingenieure dabei. Komm, ich springe noch einen Gräber mehr mit. Wir lassen die Eier einfach mal Eier sein. Bevor uns wieder was anspuckt. Ich habe da keinen Bock drauf. Junge, wir sind echt froh... Ihr solltet viel später kommen. Da kommen mir zwei... Auf jeden Fall zwei Leute entgegen. Ein Stalker und ein normaler Dude. Und die sollten eigentlich von rechts kommen. Und ich von... Das Spiel ist total buggy geworden. Oh, no, 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 no. Das ist auch... Das habt ihr auch hinzugefügt. Normalerweise sollte da gar nichts sein. Das überrascht mich noch. So, okay. Einmal hier, einmal da. Zumauern bitte noch nicht. So, einmal aufkloppen bitte. Einmal mitnehmen. Einmal Pilze aufsammeln. Oh, neue Freiwillige. Soll ich hier warten? Warum eigentlich nicht? Normalerweise sollte ich... Normalerweise. Ich wurde jetzt auch gerade von Gegnern überrascht. Also ich sollte es mal nicht... Als zu... G... Sicher... Einstufen. Dass ich hier nicht mehr angegriffen werde. Aber eigentlich sollte ich hier keinem Gegner mehr begegnen. So. Hatte ich nicht... Ein Schaufler fehlt irgendwo. Guck mal. Da hinten ist sogar so ein Maschinengewehr aufgebaut. Und so ein kleines Zelt. So ein kleines Überlebendenversteck. Das nicht sehr erfolgreich war. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Wuuuut. Stoppsaugermodus. Ja, die Frage ist, ob es sich mit der nächsten großen Welle resettet. Oder ob es dann wirklich die ganze Zeit festhängt. Die nächste große Welle müsste bei Tag 15 kommen. Bis dahin vergehen wahrscheinlich noch 2-3 Stunden. Ich habe alles gemacht, was das Spiel zu sehen hat überhaupt. Aber egal. Hier da oben sind diese Blub, 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 wo die rausgesprungen kommen. Wenn es noch das ist. So, da können wir noch rein. Und dann treffen wir gleich noch auf eine kleine Stadt, die sich hier befindet. Also eine kleine Stadt, ein kleines Häuschen. Einfach nur, sagen wir es mal so. Aber erstmal das Zeug hier mitnehmen noch. Da drüben war nichts. Genau. Ist das wie Darkest Dungeon? Ne, wie Darkest Dungeon nicht. Das ist wie Kingdem. Darkest Dungeon ist nochmal was ganz anderes. Also das ist ja rundenbasiert. Aber ich kann mir gar... Ich verstehe, warum das vom Grafikstil daran erinnert. So. Und das ist dieses Hütchen, was ich meine. Hier ist auch noch eine schöne Küste zum Plündern. Hier sollten auch keine Gegner sein. Ich sage sollten, weil vor Release war es so. Aber Release... Haben sie ein paar Sachen schon mal geändert bisher. Yay. Und mit diesem ganzen Loot wird es auch viel, viel einfacher. Ursprünglich habe ich ja gar nicht gewusst, dass das hier existiert. Weiter nach rechts wird eigentlich nichts besser. Ne, war nichts mehr. Einen Tag dauert zwölf Minuten. Das bedeutet, bei noch weiteren 15 Tagen... Ach, du liebe Zeit. 12, 24, 36, 48, 60... Fünf Tage, eine Stunde. Das heißt, ich wäre noch drei Stunden beschäftigt, ja? Na gut, wenn ich es dann dadurch durch habe und alles freigeschaltet habe, okay. Ich weiß dann bloß nicht mehr, was ich in der restlichen Zeit mache, ne? Ich finde es persönlich interessanter, was vor allem am Metro-Setting liegt. Ich finde es halt erfrischend anders wie bei Kingdom. Weil du selbst mitkämpfen kannst, weil du so Technologie hast zum Erforschen und so. Also in gewisser Hinsicht finde ich es schon sehr interessant, aber... Ja. Es sind ja zwei verschiedene Settings. Wenn man mit dem Mittelalter einfach mehr anfangen kann. Komm, bau den Zugang mal zu. Wenn wir schon mal hier sind. Kriege ich dann auch das Achievement am Ende es auf brutal geschafft haben? Das fühlt sich eigentlich wie Cheaten an. Aber andererseits... Ich kann es ja nicht mal normal spielen, wenn ich es wollte. Und jetzt einfach eine Woche warten, bis der Fehler behoben ist. Ist auch so eine Sache. Hm. Und speichern und wieder reinladen bringt auch nichts, weil beim Spiel kann man nicht speichern. Man hat nur einen Versuch. Ähm, so. Bitte Zeug mitnehmen. Dankeschön. Sag mal, wo ist denn mein Stalker hin? Ja, wir können hier eigentlich noch aufbrechen. Ich habe doch einen Stalker dabei gehabt. Der ist mir irgendwo verloren gegangen auf der rechten Seite. Na ja, gut. Okay. Ich meine... Ich hoffe, der kommt schon wieder zurück. Noch mal den Eindruck, dass Utwins Stimme anders ist. Oder bin ich bescheuert? Eigentlich nicht. Gut, vielleicht einfach, weil ich ein bisschen anders sitze. Weil ich mich ein bisschen zurückgelehnt habe. Wenn es jetzt wieder normal ist, dann soll es eigentlich passen. Äh, ja. Schön. Jetzt ist hier Zeug und da Zeug. Ich habe ja den einen Stalker verloren. Ich weiß nicht, warum. Egal. Ich kann mir jetzt meine eigene Stalker-Hütte bauen. Und dann bin ich viel tollerer als alle anderen. Yay. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir auch gleich noch eine schöne Hütte. Hätte ich zu spät doch lieber einfach gestern gestreamt oder so. Statt heute. Ach, hi. Oh, danke. Ich hol dir nämlich gerne. Der steht noch bei der oder in der Hütte? Wenn er vor der Hütte steht, kommt er von alleine zurück. Wenn er noch in der Hütte drin steht, dann ist es ein kleines Problem. Okay. Dann muss ich ihn holen. Komm. So. Gib mir die Maschinenpistrolle. Autoturm. Yay. Die habe ich jetzt auch noch. Uh, das ist auch nicht mal das Fortschritt. Jetzt ist Daka angesagt. Dann bitte gleich zweimal. Ja, ich habe auch nur die normalen Stalker. Ich habe echt keinen Fortschritt mehr. Normalerweise hatte ich auch schon die besseren freigeschaltet. Da bemühe ich mich eine ganze Woche durch, das zu schaffen auf dem hohen Schwierigkeitsgrad. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe und dann wird es mir alles weggenommen, ey. Boah. Aber gut, okay. Ist dann halt so. Rechte Seite verstärken. Die ist wichtig, da ist unsere Landwirtschaft drin. Das heißt, da werde ich mal die zwei Stalker platzieren. Das wird auch nochmal verbessert. So, noch ein Stalker mehr und ich könnte eigentlich dann schon die Expedition los schicken. Zwei Expeditionen sind notwendig, dass ich das Hauptgebäude weiter upgraden kann. Ach, guck mal, wer zurückgekommen ist. Der verlorene Sohn ist wieder da. So, und zwei Ingenieure. Dann ist unsere Mauer eigentlich schon mal ganz gut gesichert. Rechte Seite sollte ziemlich safe sein. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das ist vor, mal wieder Total War zu spielen. Also Warhammer 3 wäre eine sehr gute Möglichkeit. Sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass ich mal wieder spiele. Ob noch andere, wird sich zeigen. Ah, es kommen aber wenigstens Gegnerangriffe. Also es ist nicht so, dass keine Gegner mehr kommen. Es dauert bloß einfach alles länger. Gut, also ist das Spiel nicht komplett broken. Es ist nur teilbroken. Immerhin. Warum wollen wir noch das Sniper-Gebäude kommen? Da sollen wir uns mal produzieren. Oh, la, 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 la. Auf der linken Seite geht es sogar richtig abgerade. Fütter mal die Plebs, bitte. Oh, la, 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 la. Fütter mal die Monster, bitte. Die Schrot-Finte ist so... Alter. Normalerweise machen wir solche Wellen immer ziemliche Bremsstreifen in die Hose. Aber so... Aber so mit der Schrot-Finte ist das alles easy peasy. Das ist ja richtig gut. Die ist viel stärker als der Dude. Und der Bonus ist noch nicht mal ein Kampf-Bonus. Vor allem wegen dem Flächenschaden ist das mega. Darf ich bitte mein Land zurückhaben? Please give me back mal Lebensraum. Oh. Und Pilze. Wird halt mal wieder Zeit für ein historisches Total War. Ich... Na gut, ich meine, das Rom-2-Remaster... Das Rom-1-Remaster ist schon mal was Besonderes. Aber... Ja, also... Ich wünsche mir halt ein Medieval-2. Alle anderen historischen Total Wars sind mir eigentlich relativ Wumpe. Rom-1 hat ein Remaster bekommen, das ziemlich gut ist. Und jetzt fehlt bloß noch Medieval-3 oder ein Medieval-2-Remaster. Und ich bin eigentlich glücklich, was historische Total Wars angeht. Ähm... Einmal zurück, bitte. Bitte scharfschützen. Was soll der Geiz? Ich kann schon mal den ersten holen, ne? Scharfschützen, Wurzeln und Mengen Schaden, aber schießen sehr langsam. Genau, am besten gegen große Gegner. Ich hab die eigentlich bis zum Ende gar nicht großartig gebraucht, Scharfschützen. Auch bei meinem anderen Durchlauf, aber man kann sie mal haben. Das ist ganz okay, ja. So, Freiwillige. Ich hoffe, er ist sowohl frei als auch willig. Oh Gott, die Waffenmodus sind dort auch ewig. Naja, irgendwann hab ich meine Stalker. Hanna. Hanna, Montana. Hanna. Hanna. Wusstest du, dass die aggressive... Spoiler doch nichts. Ich hab heute erst die Aufnahme gemacht und mir selbst die Kinnlade runtergefallen kurz. Hanna. So. Ich expandier mal noch ein bisschen. So Dinge, die man halt macht, wenn man nichts zu tun hat. Okay, dann breche ich gleich mal noch auf der linken Seite die Tür auf und dann haben wir eigentlich fast alles, was wir tun können. Dann gibt's nicht mehr sehr viele Möglichkeiten für mich. Gut, okay, dann später noch, ja klar, ich mein, ich mein, nicht mehr viel zum Erkunden, aber ich meine, Basisbaum-mäßig kann ich noch jede Menge machen. Ich kann jetzt noch übelst aufwerten und so. Äh, warum ich, auch immer ich diesen Dude nicht looten darf, das ist richtig seltsam. Na egal. Ja, Musik, ich weiß, du bist unglaublich dramatisch und so. Huuuuhuuhu. Äh. Herr Schaffschutz kann einfach mal hierbleiben. Komm, ihr bauten jetzt noch die Farben. Aha, ganz klar nicht. Okay. Dann später. So, jetzt haben wir gleich was ziemlich Lustiges. Passt mal auf. Und zwar, wenn wir jetzt hier reingehen. Dankeschön. So, oh, guck mal, so viele schöne Vorräte. Ah, schön, schön, schön. Sammel, 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 sammel. Und hinten ist so ein schöner, einsamer Computer. Ah. Komm, holen wir uns mal die Technologie aus dem Computer. Ach, was ne Überraschung. Da kommen Gegner raus, wenn ich loote. Das erste Mal, als das passiert ist, war ich halb tot. Und hab mich grad noch so irgendwie verteidigen können. Da ist mir auch so Arsch auf Grund ausgegangen. Vor allem so im Endgame, wenn du schon richtig viel erreicht hast. Da ist das nicht unbedingt ne Überraschung, die du haben willst. Ach, da ist das Vieh, okay. Einmal bitte hier noch aufwerten, die Mauer. Dass wir zumindest eine Stufe 2 erstmal haben. Zusammen mit den Stalkern und den Ingenieuren. Hier könnt ihr aber trotzdem schon mal bauen. Das könnt ihr mal machen. Der Scharfschütze geht mir hier mal wieder ran. Ach, stellst dir mal vor, mit den ganzen Möglichkeiten für Kampagne-Mechanik, gehen so wie historische Schlachten als Quest-Battles wie ein Warhammer. Sonst-Mechanik wie ein Kien-Mechanik. Ja, wie gesagt, für den Medieval-3 wäre das mega. Da wäre ich auch sofort bei. Ah, ich darf den Dude looten endlich. Wird aber auch Zeit. So, dann wird mir hier noch gefahren, was das Zeug hält. Dann bin ich glücklich. Vielleicht. Ich bin mal gespannt, wie früh ich dann schon die Drohnen... Also ganz ehrlich, wenn das so weitergeht wie jetzt und ich dann wirklich auch schnell... Okay, die Forschung geht jetzt auch nicht schneller. Das heißt, da bin ich jetzt ein bisschen eingeschränkt. Aber wenn ich das jetzt dann... Ich glaube trotzdem, ich kann sehr, sehr früh die Drohnen starten. Und wenn die Drohnen dann ungehindert losfliegen, die bringen mir so viel zu... Ich kann... Ja, ich kann ewig weit aufwerten. Guck, guck. Guck, guck. Guck, guck. Oh. Was ich nicht habe an Extra-Verteidigung, mache ich durch überstarke Enttier-Mauern und nur durch die Masse der Leute wieder auf... Mal gucken, wie viel Bevölkerung wir erreichen können, wenn ich jetzt durchspiele auf diese Weise. Pass auf, dann darf ich es nicht durchspielen. Bin ich bei Tag 25 und das Spiel hängt sich immer noch fest und will einfach weitermachen. Dann raste ich aus, wenn das dann alles umsonst war. Mitkommen. Kommen sie rinnen, kommen sie ran. Du kriegst noch einmal und danach noch einmal im Notfall. Ja, aber das letzte Mal dringt nicht. Haben wir jetzt mittlerweile eigentlich wieder Stalker? Ja, okay. Ah doch, es geht eigentlich doch mit der Produktion eigentlich. Warum ist die linke Seite... Oh Gott, ich habe auf der linken Seite vergessen, Ingenieure hinzuzufügen. Ich hätte gerne noch einen persönlichen Ingenieur dabei, danke. Also einmal hier. Dann hätte ich gerne noch einen weiteren Gräber, dass ich immer zwei Gräber mit mir habe, neben denen die am Farmen sind. Dann hätte ich gerne den einen Stalker mehr und dann würde ich eigentlich schon mal hergehen und die erste Expedition starten. Komm, was soll's? Was soll der Geiz? Beim Koch gibt es auch noch gebratene Maten mit Pilzen. Na immerhin, ich glaube zu dieser Zeit kannst du froh sein, wenn du überhaupt irgendwas hast, ne? So, ne, nicht der Ingenieur. Ingenieur kann bleiben. Das Coole ist, mit Ingenieursfokus stellen die Ingenieure zwei Geschütztümer auf. Das ist mega. Jetzt habe ich drei. Nice. Okay, das sollte eigentlich hoffentlich reichen. Zur Verteidigung. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Wird zum Halbwind haben. So, äh, habe ich überhaupt genug Nahrung? Wüsste ich eigentlich, oder? Expedition, jawohl. Viel Erfolg, tschüss. Wir sehen uns nie wieder. Tag 11. Bei Tag 12 müssen sie zurückkommen. Das heißt, Tag 13 kann ich sie wieder losschicken. Äh, passt. Haben wir zwei? Wir haben zwei Geschütztümer, okay. So. Ich würde trotzdem ein bisschen Ressourcen sparen, da ich später das Upgrade machen kann. Kann auch sein, dass die schneller wieder da sind. Ich weiß nicht, aber manche Sachen sind ewig lahm, wie die Forschung. Ich glaube, die Ingenieursforschung, ich glaube wirklich mittlerweile, die Ingenieursforschung ist an die Tageszeit gekoppelt. Ich glaube, Ingenieursforschung dauert immer einen Tag genau. Während die anderen Sachen, wie der Drasolinefahrer, oder jetzt vielleicht auch die Stalker-Expedition, eine komplett eigene Zeit haben, und dementsprechend noch normal laufen. Ich glaube, alles, was an die Tageszeit gekoppelt ist, ist gerade verbuggt. Oh ja, damit lässt sich doch leben. Komm, hol mir so einen Sniper. Äh, links erst mal die Ingenieure abstellen, bitte. Hm. Na, brauchen wir noch nicht. Pilzgulasch mit Maden. Wie findest du das Spiel denn jetzt noch? Also jetzt, nachdem ich es 40 Stunden gespielt habe, es macht mir immer noch Spaß. Also, ich habe es vor allem wegen Ehrgeiz gespielt, weil ich es unbedingt auf den zweiten Spiel durch Paskett schaffen wollte. Und ich habe es noch irgendwann geschafft. Und jetzt wollte ich stolz präsentieren, wie, und das Spiel ist einfach verbuggt. Ich fühle mich, in der Hinsicht fühle ich mich ein bisschen verarscht, aber ansonsten, es ist trotzdem noch cool. So ist es nicht. Also, ich mag das Spiel trotzdem noch. Kann ich eigentlich? So, wir haben ein bisschen Whisky. Na, kommst du? Kommst du? Nicht den da, den da angreifen. Dieses blöde Spuckviech. Nicht du, meine Güte, Junge. So streng doch mal dein Gehirn los an. Ah, es tut weh, es tut weh, es tut weh. Und weg. Ich habe es ein bisschen verletzt, das reicht. Später, wenn ich Monatof-Cocktails habe, kann ich die eigentlich ganz gut verbrennen, die Viecher. Aber vielleicht schaffe ich es auch ein bisschen früher. Ich meine, die Zeit habe ich ja. Ja, die Forschung, deswegen meine ich ja. Es ist einfach alles, alles, was Tageszeit gekoppelt ist, ist verpackt im Sinne von, dass es extrem langsam ist. Das ist das Gleiche mit der Forschung. Die Forschung geht im Grunde noch. Sie braucht bloß. Na? Ja, wen haben wir denn da? Aua. Okay, reicht. Ich gehe wieder. Tschüss. Hinter die Mauer. Okay, lass mich in Ruhe. Bist du dort echt, wenn ich das Vieh kaputt habe? Vielleicht geht es besser, wenn ich diesen Bonus habe. Es gibt so einen Bonus-Anführer auch, mit dem deine, ähm, die Leute, die bei dir nahe stehen, einen Verteidigungsbonus kriegen, einen sehr starken. Kann sein, dass es damit dann besser funktioniert. Ja, mit Schilden würde ich nicht sagen. Also Schilde haben das große Problem, du kannst, während du in den Schilden bist, nicht Nahkampf machen mit den Schauflern. Du müsstest da immer wieder Schild anmachen, Nahkampf, Schild aus. Das habe ich hier schon mal, letztes Mal versucht. Das war ziemlich, mehr schlecht als recht. Ich kann nur eine robustere Mauern bauen. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach. Ja, ich mache das jetzt. Niemand kann mich aufhalten. Niemand. Okay, die Gegner da links könnten mich vielleicht aufhalten, aber es ist mir jetzt egal. Sehen wir es mal so an. Das wird jetzt gleich ziemlich gechillt. Das heißt, ich kann jetzt gleich eine ganze Menge mit euch quatschen, wenn es um irgendwas geht. So zieht mir die Linie der Verteidigung hoch. Rechte Mauer, ja, alles gut. Ich meine, wir haben noch eine Barrikade, die uns schützt. Linke Mauer. Okay, jetzt wird es ein bisschen problematischer. Schön weiterbauen, bitte. Schön weiterbauen. Schön weiterbauen. Das schafft ihr. Komm, komm. Puh. Hochgepokert und gewonnen. Irgendwo muss ja mal ein bisschen Spannung rein. Oh, rechts hat Probleme. Oh, links geht aber auch gerade. Ohlala, rechte Mauer zerstört. Interessant. Ja, die Nächte werden langsam härter. Eigentlich bräuchte ich schon längst meine Stalker und die Munitionsfabrik. Ohne die wird es ein bisschen schwieriger, merke ich schon. Nicht du, die Ingenieure. Äh, da, da, da. Hoffen wir mal, dass das so erstmal hinhaut. Aber okay, rechts scheint die Gefahr jetzt auch vorbei zu sein. Da ist jetzt eine Mauer zerstört worden und jetzt ist schon wieder Ruhe. Äh, ja. Eine neue Portion gebratener Ratten, bitte. Viel Erfolg und Spaß. Dankeschön, Charlie. Wo man die Gesundheit des Charakters sieht, man sieht die nicht eingeblendet. Man sieht es nur am Aussehen des Charakters. Je roter und blutiger er wird, desto mehr Spaß hat der Charakter. Sagen wir es mal so. Zwei Stalker mehr, jawoll. Das ist es, was wir sehen wollen. So, jetzt müssen wir warten, bis unsere Stalker zurückkommen und dann... Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich langsamer sind oder nicht, weil eigentlich... ...müsste nicht mal unbedingt langsamer, würde ich sagen. Die sind relativ gut dabei. Okay, dann... Mal zurück nach rechts und wieder aufbauen. Der Wiederaufbau Ost beginnt. Ach, die schöne Ernte. Und die schönen Fässer. Habt ihr denn kein Gewissen? Okay, ist ein Monster, was erwarte ich? Oh Gott, hab ich jetzt eine Riesenschlange hinter mir. Hui. Wir fliegen gleich die Löcher aus dem Käschen. Okay. Äh, nochmal abgeräten, bitte. Ich hätte jetzt gerne überall Steinmauern. Und ihr könnt mal bitte weiter Maden farmen. Danke. Nächster, 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 der Nächste, bitte. Bitte immer eine Nummer ziehen. Jeder darf mal ran. Ich drück grad so schnell, dass die total verwirrt sind, wer jetzt an der Reihe sein soll. Hui. Ja, sechs Barrikaden pro Seite ist das Maximum. Ich hab schon mal versucht, weiter zu expandieren. Weiter will das Spiel nicht mehr gehen. Team zur Basis. Wir kehren von der Oberfläche zurück. Das finde ich schön. Dann kommt mal her, Buben. Jetzt haben wir... Kann ich die jetzt nochmal losschicken, weil es Tag 12... Ich warte, ich warte als Sicherheitshaber bis Tag 13. Oberfläche ist ein gefährlicher Ort mit allerlei fiesen Kreaturen. Wenn da jetzt noch gemeine Kreaturen dabei sind, dann bin ich total überwältigt. Eine funktionierende Tankstelle. Obwohl, ich kann die trotzdem losschicken nochmal. Ich meine, ich verliere zwar zwei Stalker, aber den einen Tag früher die Forschung zu der Energiekanne zu bekommen, wird mega wichtig. Hm. Äh, bitte die Vorräte. Dann kann ich jetzt mal anfangen, Sachen zu zerstören mit den Brandbomben. Willst du die Tiermenschen spielen, wenn der DLC draußen ist? Gibt's ein Tiermenschen-DLC? Machen die wirklich ein Tiermenschen? Oh Mann, könnt ihr doch nicht machen. Die machen die ganzen Memes kaputt. Ich bin gerade liegen. Will ich Stalker opfern oder will ich zur Sicherheit warten? Ich warte, komm. Ich meine, jetzt habe ich hier zwei Stalker. Ich könnte sogar nochmal die Mauern verbessern. Okay. Was, wenn alle sterben? Ja, dann ist es gerne mal gut. Was, wenn alle sterben? Wichtige ist, ob die Mutanten zum Generator durchbrechen oder nicht. Weil wenn alle sterben, dann hast du halt irgendwann nichts mehr, was dich verteidigt, ne? Ein neuer freier Williger. Sehr gut. Häuser weiter upgraden. Na, ich kann eben noch weiter nach vorne, weil weitere Häuser bauen noch. Du kommst mir auch noch mit. Haus bauen. Bus bauen. Und da drüben geht auch noch eins. Das macht die mir auch gleich. Yay. Neue Würmer. Ah, stimmt. Hier können wir mal unsere zwei Stalker hinsetzen. Die wir überhaben. Und wir haben jetzt einen schönen Molotow-Cocktail. Wer sagt denn mal Hallo? Hallo? Hui. Wutz. Die sind mittlerweile auch stärker geworden. Ein Molotow-Cocktail gut platziert. Er macht die ganzen Auswüchse da ziemlich kaputt. Mal gucken, wie fern ich die jetzt zurückdrehen kann komplett damit, ne? So, das Vieh sollte jetzt eigentlich auch verbrennen. Dann hat sich's ausgespuckt hier. Äh? Oh. Mal gucken jetzt. Ich starte mal die Molotow-Cocktail-Produktion. Ich guck mal, wie weit ich diese ganze Verderbnis zurückgedrängt bekomme. Ob ich da wirklich alles ausgelöscht bekomme. Wenn mir das Spiel schon mal die Möglichkeit gibt, wenn ich schon keine verbesserte Munition habe, dann versuche ich's zumindest damit. So, mehr Bevölkerung bitte. Und noch mehr Bevölkerung bitte. Kaufe doch noch einige Getränke. Bitte was, Getränke? Achso, wenn alle sterben, die Expedition... Äh, soweit ich weiß, wenn du die Stalker zu früh verschickst, ähm, sterben zwei von dreien bei der Expedition. Aber ich glaube, es kommt immer einer zurück. Mindestens. Und wenn du den Tag abwartest, dann kommen immer alle drei mit den Vorräten sicher zurück. So. Wir haben noch ein paar Plebs dabei. Das ist super. Mehr Sniper. Ich meine, wir können natürlich auch Sniper spammen wie sonst was. Mit genug Snipern hast du auch irgendwann genug Feuerkraft. Äh, erstmal noch nicht. Danke. Schö... Ich darf die Molotow-Cocktail jetzt noch nicht bauen, ne? Ich glaube, das kriege ich erst mit dem Generator-Upgrade. Schade. Naja, passt. Ich schicke die jetzt los. Ich warte jetzt nicht noch einen Tag. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt meinen, meinen Generator-Upgrade haben. Ich kriege schnell genug Ersatz. Obwohl... Ne, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen verloren. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Untertan verloren. Und ich hätte gern das Achievement, das Spiel durchzuspielen ohne einen einzigen Verlust. Und ich glaube, die zählen als Verlust, wenn die draufgehen bei der Expedition. Dann gehe ich doch auf nur sicher. In den halben Tag kann ich jetzt noch warten. Sind wir mal nicht so. Äh, was sagt die rechte Mauer? Wir haben zwei. Wir haben einen Schauschatz und wir haben zwei. Das passt eigentlich. Gut, mit... Ohne die verbesserte Munition wird es ein bisschen schwieriger. Die verbesserten Stalker sehen übrigens lustig aus. Die haben so einen Ganzkörperanzug. Das ist... Nice. Würde ich euch gerne zeigen, aber... Man hat mir leider den Spielstand resettet. Oh. Noch ein Stalker mehr. Okay. Schilde könnte ich bauen. Fand ich aber noch nie wirklich notwendig. Andererseits kommen ich. Ich habe jetzt so viele... Ach, das ist das Ding. Ich dachte schon, was ich kann doch mal lesbauen. Äh... Komm, bauen wir mal ein paar Schilder, was soll's. Die Frau hat besonders... Ja, die hat eine Schrotflinte und sie... Äh, regeneriert beim Nahrung... Kommt sie beim Nahrung aufsammeln. Gesundheit. Äh, nicht Gesundheit hier. Äh, Ausdauer meinte ich. Meine Güte. Den ganzen Wirrwarr. Wurrwarr. Rechts gibt es irgendwo einen Belüftungsschacht. Mhm. Schreib es mir zu den Informationen, die ich nicht gebraucht habe. Eins, zwei, wenn ich jetzt noch zwei... Hm. Wisst ihr was? Wir machen für jede Front noch einen zusätzlichen Sniper. Oh, der Weizenkaiser. Danke für die zwei Euro. Wie kann man dir Geschenke zukommen lassen? Also, wenn man mir irgendwas zuschicken will... Aktuell noch, zumindest jetzt noch diesen Monat, ist meine Adresse aus meinem Impressum noch aktuell. Also, bei meinem YouTube-Kaubkanal beim Banner ist ein Impressum verlinkt und dort ist meine Adresse aufgeführt. Muss ich ja machen offiziell. Es sei denn, ich hätte jetzt irgendein Netzwerk oder irgendwie... Es gibt einige Wege, das zu machen, aber die sind einfach zu hoch für mich quasi. Ähm. Einfach auf diese Adresse schicken. Dann... Meine Adresse ändert sich dann, weil ich ja dann umziehe. Aber jetzt diesen... Diesen Monat zählt sie noch so halb so ziemlich. Dann würde ich es noch bekommen. Läuft die Wissenschaft schon? Oh ja. Also, zumindest... Sie könnte laufen, wenn ich dir, ähm... Den Generator upgraden könnte. Ich war noch bis Tag 13. Sie hat zwei defensive Airbags. Oh ja, das ist natürlich auch so als... Als Nahkampf... Nahkampf-Distanz-Bewahrer quasi. Häuser upgraden. Wäre eigentlich eine Idee, ne? Ich meine, Mauern weiterzumachen, aber... Wir kriegen gerade sehr schnell Leute dazu. Und eine sehr, sehr große, möglichst große... Aber wir können wirklich jetzt, weil wir auch den, ähm... Den Untergrund-Netzwerk-Perk haben... Können wir eine sehr, sehr große Bevölkerung haben. Weil durch die mindestens vier, ich glaube sogar fünf Fässer, die wir haben... Haben wir auch nochmal extra Bevölkerung. Und dann mit allen maximalen Häusern kriegen wir eine ziemlich große Armee anstatt. Wenn ich dann wirklich so drei Sniper auf jeder Seite habe... Extrem viele Stalker... So zwei Ingenieure... Könnte das was werden mit den letzten Wellen? Was bisher passiert ist... Nun, das Spiel läuft langsamer, als es sollte. Einfach nur... Weil... Es ist ab Tag sieben ein Bagger. Kaum zu glauben, ne? Seit Tag sieben ist jetzt... Dreimal so viel Zeit vergangen, wie von Tag eins zu eins sieben. Äh, zu Tag sieben ist es einfach durch. Das Statue-Welle schickt mir eine Typ immer Bomben bei Post. Ich will mir... Hat da niemand Bomben bei Post geschickt? Ist ewig her, dass ich Statue-Welle gespielt habe. Du hast mir wieder ein Freiwillen... Das ist es halt. Ich bekomme so viele Leute... Viel mehr Leute, weil der hier halt in normalen, regulären Abständen fährt... Bekomme ich so viel mehr Leute, als ich eigentlich haben sollte. Drei Fässer auf der rechten Seite... Und ich glaube sogar drei auf der linken. Ich habe mega viel extra Bevölkerung. Dankeschön. So. Sobald es Tag 13 schlägt... Hanna. Oh Mann, Hanna ans Gesicht klatschen hier. Jetzt weiß er, wer der Boss ist. Bist du mich verarsche? Eins, zwei. Wenn ich jetzt noch einen links und noch einen rechts machen, Stalker... Und dann noch einen zusätzlichen bekomme... Komme durch die Produktion... Bis zum nächsten Mal sollte das eigentlich perfekt hinhauen. Ohlalalalalala. Links macht's Bum. Nein. 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 Danke. Ich habe einfach Nein gesagt. Die dürfen die Mauer nicht zerstören ohne meine Zustimmung. Hanna. Warte mal Konsent. So, zwei Sniper auf der linken Seite. Jetzt noch ein dritter Stalker. Ich merke halt wirklich, wie krass der Unterschied ist, wenn man die Munitionsfabrik nicht hat. Mit der Munitionsfabrik ist das so viel besser. Ah, gut. Okay. Okay. Also, normalerweise, auch wenn man Munitionsfabrik hat, vier Stalker und zwei Ingenieure mitsamt zweifachen Munitionsfabrik-Buff halten eigentlich eine halbwegs gute Mauer bis zur letzten Welle sehr gut stand. Ab der letzten Welle muss man dann natürlich was umändern und bei der Welle, die bei Tag 15 kommt, wird's auch ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten halten die super. Jetzt ohne Munitionsfabrik muss ich, glaube ich, ein bisschen umdenken. Was ist... The Silence and the Fury. Das ist... Das war doch ein Tod von Warhammer DLC, oder? Müsste ich mal gucken, Panther, ob ich dich finde auf Steam. Die Stille vor dem Krieg. Naja, das ist halt einfach der Bug vor dem Krieg gerade. Aha, jetzt kriege ich nochmal einen Stalker zusätzlich. Sobald es Tag 13 schlägt, schicke ich sofort die Stalker los, dass ich dann den Generator verbessern kann, sobald die dann zurück sind. Und dann ist Party. Ich glaube, dann gehe ich zwischenzeitlich auch mal aufs Klo. Ich kann das Spiel sogar laufen lassen dabei, wird eh nicht viel passieren. Ich schicke mal zusätzlichen Jäger vorbei. Äh, dann sind wir der Stalker. Was ich dann am Ende von der Armee haben kann, viel mehr als man haben sollte im Spiel. Also nicht mein Problem. So, machen wir mal einen schönen Molle hier platziert. Yes, der war gut. Wir haben das Mistviecher erwischt. Oh Gott, stimmt, die Mauer war noch gar nicht richtig repariert, oder? Oder hat es einfach so wehgetan? Eiei, 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 wenn mir dadurch jetzt jemand drauf geht, das wäre echt schade. Boah, drei, zwei Eier und dieses Viech erwischt. Geil. Mmh. Das war effizient. Etwa 130 Minuten. Hat sich gerade töten lassen. Also, äh, klar. Ist immer noch dabei. Ja, ich glaube, der Bug ist einfach reproduzierbar da. Ich weiß nicht, ob sie den bald fixen, aber ich versuche einfach mal so... Vielleicht würde der es ja nach der zweiten Welle bei Tag 15 resetten oder sonst irgendwo. Ansonsten spielen wir einfach trotzdem ein bisschen... Ich bin einfach mal gespannt, wie viel mit absoluten Maximum möglich ist. Weil das habe ich bis jetzt noch nie rausfinden können. Absolut maximalste Bevölkerung, absolut maximalste Ausbaustufen überall. Normalerweise kommst du beim Spiel ja nie dazu, dir alles anzugucken. Jetzt könnte ich das... Oh, stimmt, ich wollte... Ah, Mist. Ich wollte die Stalker losschicken. Macht schnell. So, Randa. Randa an die Randa. So, geht mal los, meine Freunde. Wir sind keine Freunde. Verschwinde von meinem Grundstück. Ach, wenn es einen Ingenieur mitschicken oder so. Halt, ich will nicht mit hoch. Dann kommt aber beim nächsten Mal, wenn der Aufzug runterkommt, nur so der Unterkörper vom Ingenieur. Das ist so wie bei Among Us. Einfach der Unterkörper mit so rausguckenden Knochen so zurück. Er hat es sich bemüht. Kommandant. Hm, kann ich eigentlich ausbauen? Ich kann nochmal ausbauen. Ah, nochmal bessere Mauern. Aber andererseits... Nee, erstmal die Häuser auf Maximum. Einfach nur, weil ich so schnell Bevölkerung reinbekomme. Das ist nicht mehr... Ah, nee, nee, nee. Ich glaube, ich spare jetzt erstmal. Beim nächsten Mal müsste ich jetzt den Generator ausbauen können. Darauf spare ich jetzt erstmal noch. Aber okay, ich würde mal sagen, ich würde jetzt mal fix auf die Toilette verschwinden. Hier schön beim Generator. Und dann sehen wir uns. Wann gibt es mehr vom Totally Accurate Battle Simulator? Also, Philipp Bebelhaus, ich habe da ein bisschen was vorproduziert. Jetzt gibt es erstmal... Erstmal alle zwei Tage gibt es jetzt ein paar Folgen. Dann gibt es mal zwischenzeitlich eine kurze Pause. Und dann geht es auch wieder weiter für ein paar Folgen. Ähm, lasst dich überraschen. Aber jetzt aktuell im Zwei-Tages-Rhythmus. Drei Stalker los schicken, ohne einen Tag zu warten ins Spiel. Aber dann sterben zwei Stalker. Das ist sehr stark in mir, aber Minuspunkte. Nimmt traurig die Russen... Russenmütze ab. Genau, bei einer Scheibe. Ähm. Das beschreibt es äußerst gut, mein Gefühl, zu der Sache. Oh, mehr Sniper. Äh, ich wollte eigentlich gehen, ne? Oh, jetzt sind wir schon wieder bei 30. Himmel, die Leute kommen viel zu schnell. Okay, warten wir mal kurz hier. Ich bin kurz Toilette. Und, ähm, ja, warte mal ganz kurz gucken, dass ich mich auch erfolgreich müte. So, zack, 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 zack. So, okay, dann bis gleich. So, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Ich habe mal eben... ...selbst eingegriffen. Kann sein, dass ein Moderator da war, aber das habe ich gerade selbst gesehen. Ähm... Was würde ich jetzt eigentlich noch machen? Haus weiter ausbauen, stimmt. Der Casino-Typ im Chat, ne? Mehr Sniper! Warum nicht? Oh, ich sehe gerade da hinten im Hintergrund, wo diese Lampen sind, da ist doch so ein Hammer und Sichel aufgebaut. Na gut, jetzt ist es gleich überbaut, wahrscheinlich. Aha! Ah, ne, noch nicht, man sieht es noch. Hallo, du, du kommst noch nicht mit. Ich lasse die erst mal ein bisschen ansammeln hier. Hm... Mehr geht gerade nicht. Hier auch noch nicht. Oh, ne Menge Nahrung. So, schlup. So, wir haben schon zwei Sniper auf dieser Seite. Sagt Hallo zu Sniper Nummer 3. Ich glaube, drei Sniper pro Seite reichen dann auch. Dann lasse ich die Sniper gut sein. Weil Sniper sind jetzt gegen die Masse von Gegnern nicht unbedingt effektiv, sondern nur gegen die Großen. Und ich glaube, gegen die Großen reichen dann wirklich schon drei. Ich glaube, mehr wäre dann Verschwendung schon fast an Feuerkraft, die ich dann durch Nicht-Stalker habe. Ja, durch Nicht-Stalker, tut mir leid. So, ähm... Ihr braucht noch ein bisschen mehr, gibt's dann. Apropos Stalker, da gibt's jetzt auch bald wieder Waffen. Wie krass könnt ihr also aussehen? Also, Maximalstufe ist noch eins entfernt. Sehen wir da ganz am Ende. Haben wir auf der rechten Seite jetzt eigentlich... Wie viele Sniper haben wir da? Zwei. Okay, alles klar. Wir können ja noch einen extra Stalker mit dazusetzen jetzt. Da haben wir schon mal vier. Die vier, die ich ja haben will. Dann setzen wir noch einen Sniper rechts ab und einen Stalker links. Und dann haben wir da eigentlich schon mal eine ganz gute Grunddefensive. Na, noch am Cheaten. Was heißt da am Cheaten? Ich könnte es ja nicht mal normal spielen, wenn ich es wollte, das Spiel. Es ist... Außer ich beende den Stream und das Spiel war anders, aber... Das ist gerade die einzige Möglichkeit, wie ich das Spiel machen kann. Never play on patch day, ey. Das ist halt echt so. Damals wie heute. Wisst ihr, was die Ironie ist? Wisst ihr, was die Ironie ist? Ich habe das Spiel jetzt seit fast zwei Wochen. Das Spiel war an jedem Tag von Anfang bis Ende durchspielbar. Und jetzt ist der Release-Tag und es geht nicht. Das ist eine unglaublich bittere Ironie. Ich meine, klar, durch Updates kommen Fehler mit rein, aber das ist echt krass. Genau deswegen sollte man eigentlich keine Last-Minute-Updates machen vor Release. Sondern vielleicht wirklich das letzte Update vor dem Release wirklich am Tag vorher machen. Dass man wirklich noch einen Tag Puffer hat, um zu schauen, ob irgendwelche Fehler sind, die man fixen muss. Sonst passiert sowas. Asche. Sonst gibt's Asche. Heißt dein Koch zufällig kochen. Bestimmt. Oh. Ohlalalalalalalala. Linke Mauer. Nein, 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 nein. Bitte nicht kaputt gehen. Ich möchte ohne Verluste mit Jahrfall. Ich weiß nicht, ob ich mich gut fühlen soll, ob ich einen statistisch fast perfekten Run auf diese Weise kriege, aber... Ich hab grad... Ich meine, ich hab grad nur die Wahl zwischen genau so spielen oder gar nicht spielen. War auch doof. Ich hab jetzt ja für den Abend nichts anderes geplant, weil Gloria Victis gibt's ja morgen. Hm. Hm. Hol mir mal weitere Penner ran, bitte. Ah, noch einen weiteren Sniper. Und ich könnte doch noch einen weiteren Stalker mitnehmen, ne? Gibt's nochmal ein kleines Hin und Her? Ja. Dann, ich nehm noch einen Stalker nach links, den Sniper nehm ich mit nach rechts. Was zur Hölle? Ich hab den doch... Das ist ein anderer Account. Weil ich hab den eigentlich komplett ausgeblendet. Okay. Müsste jetzt zu weiterlesigt sein. Shit. Das wundert mich jetzt tatsächlich. Ich glaub, der hat... Das ist ein zweiter Account. Oh, man. Ich glaub, der hat einen Stalker würde ich noch links abgeben. Dann kann ich mir den endlich... Jetzt wird's dann auch interessant, weil ich kann dann gleich... meinen Generator nochmal aufwerten. Und dann kann ich auch Molotow-Cocktails produzieren. Dann können wir mal richtig... Dann können wir mal schauen, wie weit wir die Wucherung... Äh, hier die... Die Verseuchung da zurückdämmen können. Aber wisst ihr, was meine allergrößte Sorge ist? Das Spiel hängt ja immer noch quasi in der Welle von Tag 7 fest. Und ich habe irgendwie so meine Sorge, dass sich der Sieg nicht triggert am Ende. Also ich mein, alle anderen Sachen, was tagbasiert ist, funktionieren ja noch. Aber ich habe so irgendwie so richtige Sorge so im Bauch, dass das Spiel sich einfach nicht beendet, sobald wir Tag 25 haben. Das wäre... Das wäre mega gemein, wenn das so wäre. Aber wenn ich zumindest die ganzen Achievements bis dahin freigeschaltet hätte und auch wieder die Gebäude... Das würde mich schon mal glücklich machen, dass wir das irgendwann mal gescheit durchspielen können. Das wäre dann schon mal ein Fortschritt. Wenn nicht, bin ich einfach traurig. Team zur Basis, wir kehren zur Oberfläche zurück. Wie oberflächlich von dir, äh. Äh, von der Oberfläche. Äh. So, dann bringt mir mal ran den geilen Generatorkern. Und weh, es ist einer tot. Ah, es sind alle noch da. Wunderbar. Das ist es, was ich sehen wollte. So, Brennstoff wird uns für eine lange Zeit reichen. Gut, erlaubt zu. Hana. Die Stalker lasse ich nicht looten. Die sind lahm wie sonst was. Die haben Lootverbot bei mir. Ich meine, sie können grundsätzlich looten, das ist schon mal was Schönes, aber sie sind so langsam. Wahrscheinlich sehen die mit der Maske einfach nichts. Obwohl, andererseits, die Gasmaske ist nur auf dem Mund. Vielleicht ziehen die ja durch den Mund. Kann ja alles sein. Yay. Dauert nicht mehr lang, dann kann ich auch schon die Drohnen fliegen lassen. Ah, das wird cool. Das ist lustig mit den Drohnen. So, jetzt erstmal den Generator upgraden, bitte. Jawohl. Jetzt geht's los. Bis das soweit ist, vergeht ein bisschen Zeit. Tag 15 kann ich erst wieder die Stalker losschicken. Ich hab noch ein... Ach stimmt, ich wollte den Scharfschützen rechts abliefern noch. Die Scharfschützenlieferung trifft ein. Und ich kann schon einen weiteren Stalker an jeder Front packen. Es wird langsam pervers. Aber pervers muss ja nicht schlecht sein. Warum hast du eine Maske auf? Ja, genau. Was passiert beim dritten Mal raufschicken? Beim dritten Mal raufschicken krieg ich einfach immer wieder Vorräte. Also man kann die jetzt immer wieder hochschicken, hochschicken und die schicken einfach immer wieder Vorräte mit. Also so... Teile. Vielleicht muss ich das gar nicht mehr, wenn ich dann mit den Drohnen jetzt ewig viel Zeug bekomme. So, ein fünften Stalker und einen Scharfschützen mehr. Bitteschön, gern geschehen. Obwohl, ich glaub, wenn man so 20 Scharfschützen pro Seite hat, dann kriegt... Ich mein, wenn dann alles, was näher kommt, sofort One-Shot ist, wird das bestimmt auch lustig. So, der Typ macht mir weiterhin Schilde. Achtung, Schildkröte! Leider können die Jutes da nicht richtig zuschlagen. Die Gräber. Obwohl, nee. Weil ich ja gesagt hab, ich hab drei Charaktere im Endscreen gesehen. Anna, den anderen Typen... Der dritte war jetzt hier der Typ mit seiner Gitarre, glaub ich. Stimmt. Also hat man den dritten Charakter doch nicht... Es sei denn, der Typ ist der dritte Charakter, aber dann weiß ich gar nicht, wer die Gondel fährt. Hm, ne, egal. Alles so verwirrt. Verwirrend. Verwirrend. Tag 15. Normalerweise, also... Normalerweise hatten wir die Drohnen so gegen Tag 20, 21. Beim letzten Brand war ich ziemlich gut, hab ich die schon mit Tag 17 oder so gehabt. 17, 18. Wenn alles gut geht, 15, dann krieg ich sie mit Tag 16. Weil ich muss noch zwei Forschungen machen. Einmal für bessere Mauern und dann für die letzte Stufe, dass ich die, ähm... Die Minen bauen darf. Mollis! Molli, 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 Molli. Yay. Damit können wir dann vorstoßen langsam. Mach ich dann langsam die Sachen kaputt. Hihi. Äh, gäbe es die Möglichkeit, Berufe und Klassen zu wechseln bei den Rekruten? Ja. Man kann, also man kann ja überall hier die ganzen Sachen, die Ausrüstung machen und man kann sie, das ist neu mit dem Release, man kann sie degradieren wieder zu normalen Rekruten. Finde ich gut, weil ich hatte oftmals die Phase, dass ich mich da total verkalkuliert habe. So geht es tatsächlich. So, jetzt wird nochmal gefoscht. So, voll von Grenzen verstärken auf jeden Fall. 20% mehr und Barrikaden verlangsamt zusätzlich. Das ist sehr, sehr wichtig. Ab da wäre dann wahrscheinlich auch dieser Stacheldrahtbonus nicht schlecht, aber ich mag, diesen, diesen Blendgranatenbonus sehr. Das ist so ein richtig schöner Oh-Shit-Button. Ähm, jetzt können wir die letzte Stufe von Häusern machen. Machen wir mal. Ähm, ich werde dann sowieso zwei Ingenieure dann da dran haben. Von daher werde ich mir jetzt noch einen holen. Hanna. Und der Endstufe-Generator, ne? Worms. Voll das üble Teil. Das wäre also atmosphärisch, das ist schon echt cool gemacht. Kann mehr als eine Ausrüstung bauen lassen. Leider nicht. Bei den Minen kannst du dann für jede Seite einschicken, aber... Ah, ne, doch. Okay, äh, okay, stimmt. Okay, bei den Schilden kann ich einen mehr schicken. Ist das bei den Mollys auch? Ich habe die zur Seite... Ja, Tatsache. Ja gut, dann machen wir mal ein bisschen schneller die Mollys. Okay, das... Ah, zwei Stück können dann immer machen. Das ist dann natürlich umso interessanter, wenn es dann um... Ähm... Um den Sortieren-Bonus geht, dass man Schrott generiert dadurch. Aber Schrott wird man eh keine Probleme haben, sobald die Drohnen da sind. Die werden uns richtig schön ranbringen und ranschaffen. So, Limit weiter erhöht. Jawohl, Ska. Und das ist noch nicht mal meine finale Form. Äh, stimmt, haben wir uns das finale Haus überhaupt richtig angeschaut? Ah, erstmal, ich liefere noch weiteren Stock auf der linken Front ab. So, Hallöchen Genossen. Hier, nehmt noch Dimitri. Wie heißt du? Jakob. Das ist nicht unbedingt der typische russische Name, den ich jetzt im Kopf hatte. Der dritte Typ im Spiel war ein Stalker mit Gitarre. Ah, okay. Alles klar. Danke fürs Nachschauen. Äh, ne, ne, bis um zwei. Es dauert... Haben wir schon, glaube ich, so bis 23 Uhr wird es dauern. Also, etwas so weit, wie ich eigentlich streamen wollte. Das passt. Auf diese Weise. So, jetzt, wo der Generator restlich da ist, werde ich wahrscheinlich wieder die Eisenbahn da aufbauen dürfen, ne? Nicht wahr? Ne, ich darf ihn nochmal losschicken. Okay. Interessant. Aber irgendwann darf ich dann die Eisenbahn bauen. Ich weiß nicht, woran sich das fest hängt, nach wann ich das machen kann. Oh, hier ist noch ein Stalker mehr. So, ja, jetzt ist so die Sache, die... Wir produzieren Mollys und haben ganz gut welche da. Wir könnten ein bisschen Spaß haben. Ich würde aber auf Safe spielen nur einen einzigen Stalker mitnehmen, nur zum Molly werfen. Ich muss eher auf die Forschung warten, bis es richtig losgeht. So, das heißt, der gesamte Rest kommt mir jetzt einfach mal hier mit an die Front ran. Und ich möchte nur einen einzigen Stalker. Das ist viel zu neblig, ich sehe nichts. Macht mir immer das Licht an. Aber hier ist immer noch gesäubert, krass. Hui! Tschüss! Boah, der Klingelstreich einfach nur. Ah ja, was hier eingereiht ist. Das ist ja Wahnsinn. Komm, ich möchte mal sehen, was da jetzt für ein Feuer kommt. Okay, Leute, bereit machen. Es kommen ein paar Gegner, glaube ich. Obwohl, ne, die Nacht ist noch nicht da. Ach, schon wieder. Ah, Tobi ist da. Gut. Was? Wenn du spielst, du in unterschiedliche Spiele könnten, wir vielleicht von Empire ist die Neuzeit. Das kenne ich sogar noch aus meiner Kindheit. War eigentlich ziemlich cool. Ich könnte es mir vorstellen, Empire ist die Neuzeit. Das heißt, die Neuzeit mal zu spielen irgendwann. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das so schnell mal kommen wird. Das ist mit auf meiner Liste im Sinne von vielleicht irgendwann mal. Und aktuell mache ich sowieso nicht so viele, so schnelle, aktive Projekte. Das heißt, die Blacklist-Funktion müsste doch auch für Livestream funktionieren, oder? Eigentlich schon. Eigentlich, ja schon, aber die Sache ist die, ich glaube, das ist immer wieder ein neuer Account, der sich so nennt. So, komm ihr Gegner, ich möchte mal sehen, wie die gedackert werden. Komm, 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 komm. Jetzt gibt's hier mega Feuer. Das ist meine Rechte. Die kommen nicht mal in meine Kamera rein. Oh, die Armen. Wo auch immer wir die ganze Munition hernehmen. Weil gerade so, so, zumindest im Metro-Universum ist es ja so, dass Munition sogar die Währung ist. Dort. Und dementsprechend so, dass hier alles verschossen wird. Vor allem, wie viel Munition da auch verschwendet wird, ne? Da kommen zwei oder drei Mutanten und du haust dir erstmal 100 Schuss ins Gesicht. War's das schon? Hallo? Ingenieurin ganz hinten, ne? Aber die Geschütze ganz vorne, die sie aufgebaut haben. Was heißt da eigentlich von Age of Sigmas Storm? Age of Sigmas Stormgrounds? Ach ja, stimmt. Zu Age of Sigmas ist doch, glaube ich, ein Spiel rausgekommen, oder? Oder kommt eins raus? Aber ich habe keine Ahnung, was das jetzt für eins ist. Zu Wochen, wir kommen jetzt eh ewig viele Spiele raus. Der Nebel wird dünner. Oh, jetzt haben wir bei Tag 15. Jetzt müsste eigentlich die fette Welle kommen. Oh, jetzt sollte ich halt wirklich mal hergehen und aktiv... Stimmt, ähm... Die müsste jetzt nur von rechts kommen, ne? Das heißt, ich kann jetzt dann einmal die übelste Verteidigung aufziehen auf der rechten Seite. Das heißt, baut mich schon mal die Mauer besser. Und neben der Sache, ich nehme mal bitte... Alle bitte einen rein. Ich nehme mir mal ein paar von meinen Schaufel-Dudes mit und sammle nochmal ein paar Ressourcen auf. Jetzt müsste dann die große Welle kommen. Oh, ich darf noch meinen Stock ausbilden. Wir haben ja noch nicht genug, würde ich sagen. Wir sind nur da eine... Komm, eine... Geht schon. Irgendwie werden die Schaufeln langsam produziert. Also, ernsthaft, die Schaufeln werden langsamer produziert als die Maschinenpistolen. Vielleicht sind die Schaufeln auch genau auf einen Tag von der Zeit eingestellt. Die Maschinenpistolen nicht. Die Maschinenpistolen sind wahrscheinlich länger eingestellt, aber dadurch, dass die Tage jetzt viel länger dauern, sind sie plötzlich schneller. Ach, nix, verstehen. Ah, hi, dankeschön. Nochmal Geld, danke. Jetzt müsste es gleich soweit sein, dass die fette Welle von rechts kommt. Und da wir links den Eingang verschlossen haben... ...müsste von links nichts kommen. So zumindest stand von gestern noch vor dem Release. Also, dem schönen Zeitpunkt, als das Spiel noch funktioniert hat. Das ist eigentlich so. Ne, warte mal. War es Tag 16? Oder was denn? Ne, es war Tag 17, glaube ich. Okay, dann ist noch Zeit. Wir haben zugemacht, ne? Wir haben zugemacht, alles klar. Ey, guck mal, das Vieh ist gar nicht da. Ja, dann spricht doch nichts dagegen, ein kleines bisschen Spaß zu erlauben. Guck, guck. Hi, 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 hi. So, ist da links noch irgendwas? Ja, da ist wieder so ein Vieh. Und hier jetzt einen Molli zu werfen... Ich habe eh keinen Jäger dabei gerade, merke ich. Aber hier ist gesäubert. Schön. Schön, wie sauber das hier aussieht. Ich meine, jetzt könnte ich natürlich die linke Seite... Ja, komm, wisst du was? Abgegaden wir noch die linke Seite. Nehme ich noch den Scharfschützen wieder hier rein. Und die zwei Ingenieure können noch die Mauer fertig bauen. Das passt ja. Stimmt, es war Tag 17, war diese fette Welle. Das heißt, ich habe die Drohnen vor der zweiten fetten Welle. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Dann habe ich es an in Erinnerung, hatte ich die Drohnen, glaube ich, über Tag 18 oder 19, als ich am schnellsten war. 350. Schauen trotzdem fast mehr Leute zu, als letztes Mal, wo das Spiel noch funktioniert hat. Aber hey, ich meine, wir können jetzt mal alles ausbauen. Spätestens sobald wir die Drohnen haben, haben wir dann richtig viele Materialien, weil die bringen uns richtig schön rein. Wenn das vor allem nicht tageszeitbasiert ist, wie schnell sie zurückkommen, dann sollte da jetzt richtig viel reinfließen. Dann schwimmen wir in Materialien. Dafür müssen wir aber noch ein paar Fischungen abwarten. Aber stimmt, wir haben Tag 15, ich könnte eigentlich die Stalker wieder losschicken. Verdammt, ich habe alle Stalker an die Mauer geschickt, ne? Liebe Stalker, ich brauche drei von euch. Die drei lustigen zwei, die heute zu fünft sind. Viel Spaß. Viel Spaß, Kinder. Yay. Neuer Freiwilliger. Neben den neuen Freiwilligen. Jetzt könnte ich eigentlich in die rechte... Ja, komm, ich mache schnell die Freiwilligen. Jetzt sind wir schon wieder bei Max. Jetzt beim nächsten Mal bringt er mir wieder keine Leute mit. Aber gut, ich spare eh gerade an. Das sollte noch passen. Ich glaube, ich habe ... War ... Wieso? So. So. Passt erstmal soweit. Bitte noch zwei Stalker mehr? Warum nicht? Einfach nur weil, warum nicht? Wir haben jetzt acht Molotov-Cocktails noch dabei. Damit ließe sich ein bisschen Unfug treiben. Ich kann noch zwei Häuser auf Maximalstufe bringen. Dazu kriege ich noch vier Bevölkerung dazu. Die werde ich dann wahrscheinlich brauchen, um Minen zu produzieren. Ja, mehr geht dann, glaube ich, gar nicht, was Bevölkerung angeht. Kannst du mir bitte aufhören, dich zu wundern? So, einen Stalker bitte. Mehr brauche ich nicht. Ja, so Mensch, warum auch immer ich selbst keine Molotov-Cocktails werfen kann. Ich habe das anscheinend nie gelernt in der Schule. In welcher russischen Schule lernt man das bitte nicht? Ist doch total unrealistisch. So, ähm, zack und... Ja, Asche. Bitte Asche. Jede Menge Asche. Weg, 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 weg. Ha, hat mich nicht erwischt. Mutanten an der rechten Mauer. Zumindest das, was noch übrig ist von den Mutanten, ne? Ha. Ah, nee, nee, das ist noch da. Na, warte, diesmal kriege ich dich. Yes, das war... Das hat gesessen. Jetzt müsste das Vieh kaputt gehen. Ha, ha. Ah, nee, ich glaube, es ist tot. Ich glaube, das war vorher schon tot. Sehr robuste Mauern. Das klingt nach einem Plan. Der war gut genug, glaube ich. Und weg. Oh. Ein bisschen zu warm, oder? Kann ich verstehen. Oh, der war auch sehr gut für den Fall, dass das Spuckvieh noch im Leben ist. Mit Mollys geht das sehr schön. Ich meine, ich kann auch Mollys mit Sch... Warum mache ich es mir so kompliziert mit dem Wegrennen? Ich kann den Ingenieur mitnehmen und kann ein Schild davor halten. Das sollte mich beschützen, falls das Vieh doch mal spucken sollte. Ich mache es mir echt zu kompliziert, ne? Äh... Du kommst mal wieder rein. So. Ich kann doch einfach Molli werfen und dann die Schilder aktivieren. So, wutz und... Äh, äh. Tut mir leid. Ah, so langsam kommen wir gut voran, würde ich mal sagen. So. Geh. Monster. Ach, das Ding... Ah, ne, ist es da. Warum wirst du nicht... Warum gehst du nicht in Flammen auf? Das finde ich ziemlich unrespektlos von dir. Unrespektlos. Was soll das? Unrespektlos sein. Auf Wiedersehen. Haha. Einmal versuchen hat es noch. Noch ein bisschen Asche, bitte. Hana, ich tue es auch im Notfall. Asche. Hana. Und weg. Asche. Jetzt ist gleich Nacht. Jetzt... Lass uns gut sein für heute. Das nennen wir mal eine Schicht. Das nennen wir mal einen Tag. Ja, das war jetzt echt effektiv. Ich kriege vielleicht wirklich... Äh, wenn ich die ganze Seite blank geleckt bekomme, sowohl rechts als auch links, das wird... Dann wird die letzte Welle aber ziemlich Kindergarten, glaube ich. Dann wird schon Tag 17 ein Kindergarten. Vor allem, der kommt ja von rechts da an. Pass auf, dann kommt er einfach von links, weil... Pfff. Du kannst mich mal. Äh, ah, ich hab schon wieder eine Lieferung bekommen und... Konnte ich nicht nochmal die Stalker losschicken? Ah, da hab ich schon gemacht. Oh Gott, meinst du... Amnesie. Ähm... Zwei... Wir haben zwei hier an der Front. Wir haben genug da. Der kommt mir mal wieder in die Mauer, nur für den Fall. Und wir gehen mal zurück. Soll ich holen? Äh, was, was, was? Ich soll hinterlaufen, wenn du so eine Streitkommung anpasst. Oh ja, der Casino-Typ will einfach nicht aufgeben. So, ich hab jetzt die sehr robusten Mauern. Das bedeutet, wir können jetzt hergehen und die letzte Forschungsstufe machen. Ah, geil. Wusste ich doch. Ich muss dreimal von dem Vorräte holen. Das hat schon letztes Mal, glaube ich, um eins nicht geklappt. Ah, passt. Letztes Mal forschen, bitte. Ein letztes Mal. Mit Schal. Hmm... Oder doch lieber die Mauer. Könnte ich die Mauer? Na gut, jetzt... Jetzt wäre eine schlechte Idee vom Angriff, aber die Mauer... Ja. Warum stirbt das Ding nicht, das Ding? Ich habe eine Feuerresistenz. Äh, genau. Ich darf ja nochmal upgraden. Wird das... Ah, ja, genau. Ja, klar. Natürlich. Sicher aber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind auch 17 Teile. Okay, ich hätte auch einfach mal gucken können, wie viel ich habe und eins dazu addieren können. Aber gut. Man kann auch einfach zählen. Warum? Einfach, wenn es auch kompliziert geht. Aber vielleicht hat einer meiner Händler jetzt wieder ein bisschen Schrott für mich. Ich habe doch extra die Industrie aktiviert. Hat jemand ein bisschen Schrott? Hast du mal Kleingeld? Ne, hast du nicht. Okay. Du da drüben. Hast du Kleingeld? Du siehst mir doch schon so aus. Du hast so einen Gesichterstdruck, als wärst du reich. Hier ist es unser Geld. In der Ude ist es er. Ja. Zumindest alles, was gut ist, gehört uns. Und alles, was schlecht ist, das könnt ihr euch schön behalten. So passt das am besten. Also her mit dem guten Zeug bitte. Und zwar schnell. Also. Ach komm, ich brauche das eine kleine bisschen. Gut, okay. Gleich kommt der Typ mit seinem Schiebewegelchen zurück. Going with the Evil. Going with the Evil hat gerade ein kleines bisschen halb ausgelöst. Werde ich mir vielleicht auch mal angucken. Aber es ist an sich. Ich habe halt auch Rimbird gemieden. Einfach weil es so komplex ist. Aber ich denke mal mit golden mit the Evil könnte es vielleicht ein bisschen gehen. Dass es einfach so viele Werte und Statistiken gibt, die man beachten sollte. Bringt mal ran. Dann kann ich wenigstens auch rechtzeitig die Mauer aufwerten. Der Ingenieur braucht nicht mehr so lange. Dann gibt es gleich noch die Stalker, die zurückkommen. Da haben wir bald Maximalstufe Mauern. Darf ich nochmal nach dem Bug fragen? Äh. Ach so, fragst du gerade, ob der Bug noch da ist? Also das merkt man schon alleine, weil die Kampfmusik noch da ist. Ich bin mal gespannt, was passiert dann bei Tag 17, sobald die zweite Angriffswelle kommt. Vielleicht hört es ja danach auf. Könnte ja sein, ne? Man würde immer noch träumen. Ich sag's schon. Dann wird der Effekt multipliziert. Dann gehen die... Jetzt geht der Tag ja schon irgendwie fünfmal so langsam, wie er gehen sollte. Und dann wird der Tag jetzt noch mal fünffach verlangsamt. Dann kann ich es über die Nacht einfach laufen lassen, das Spiel. Ich hätte es eigentlich nicht beschwören dürfen. Nachher passiert das jetzt wirklich. Hanna. Was soll's. Dann können wir gleich noch das Stalker-Team herzlich empfangen. Die müssten jetzt gleich runterkommen. Musik ist dann auch noch doppelt. Oh Gott, das wär's echt, wenn's dann die plötzlich überlappt. Wieso hab ich Angst, dass jetzt wirklich irgendeine Shit passiert plötzlich mit Taxi? Das crasht einfach nur. Crasht der Desktop vorbei. Das wär das Schlimmste, weil dann würde ich noch nicht mal die Achievements bekommen für die Tage. Und damit diese... Ich weiß nicht, ob ich die Medizionsfabrik bekomme oder was es braucht, dass ich die kriege. Aber ich hätte gerne Sachen. Mann! Ja, ganz ehrlich, hätte ich das eher gewusst, hätte ich gleich zum Release, bevor das Stream losging, zumindest auf einfach einmal... Aber kurz, die Achievements hätten trotzdem nichts geändert. Daran, dass das Spiel rumbackt. Ja, genau. Die haben jetzt einfach ein Fragezeichen. So, was zur Hölle? Warum schreiten die die Luft an? Aber kommt jetzt bald mal! Die haben nicht den ganzen Tag Zeit. Voller kann der Balken doch gar nicht mehr werden. Na also. Dankeschön für die Vorräte. So. Einen jeweils da. Und ganz ehrlich, um mal zu demonstrieren, die sind langsamer als die, die einzeln bluten. Einfach weil die so lang... Die brauchen so lange... Die brauchen fünfmal so lange etwa wie die Gräber. Zum Vorräte looten. Gut, okay. Ich hab die auch zuerst... Beim nächsten Mal muss ich die Sorker zuerst schicken, um das besser demonstrieren zu können. Ja, gleich... Gleich wieder hoch mit euch. Zack. Wir haben eh genug Leute. So, also ich hätte jetzt gerne die maximale Mauer. So, maximale Mauer und so. Irgendwo siehst du so weiter Ulbricht, wie er hier so in Ekstase aufgeht. Einfach... Ja. Ey, das ist echt blankgeleckt hier. Mal gucken, wie viel wir noch geräumt kriegen. Das ist gerade wie der Schneeräumdienst hier. Oh, jetzt kommen wir zu den richtig bösen Vereiterungen hier. Ah! Anna. Mal zur Sicherheit. Die Schilder rauspacken, für den Fall, dass irgendwas passiert. Aber jetzt sieht das eigentlich echt gechillt aus. Die halten halt mehr aus. Sollen sich ein bisschen mehr brennen. Da fackel ich mal nicht lange. Ich weiß, die könnte ich wahrscheinlich sogar mit Schaufeln zerstören. Na komm, das bisschen was noch fehlt. Das machen wir fix mit den Schauflern. Voll die üble Auswuchs einfach nur. Finde ich schon irgendwo dreist. Das ist mein Boden. So, jetzt haben wir mega Auswuchs einfach nur. Hier hatten wir nichts mehr, ne? Okay. Nur mal zu gucken. Ah, ich kann mich jetzt aber so mit den Schilden da vorstellen. Ich glaube, das sollte schützen, oder? Selbst wenn da so ein Vieh kommen sollte. Boah, das dauert echt nicht. Ich glaube, beim nächsten Mal sollte ich mehr Schaufeln mitbringen. Oder gut, ich habe es eigentlich mit den Mollis gerechnet. Wisst ihr was? Ich gehe schon mal weiter und fackel ein bisschen. Die sollten da schon klarkommen. Pilze. Ah, hallo. Na, wen haben wir denn da hinten? Na, na. Hui. Tut mir leid, aber nein. Bitte verbrennen. Danke. Verbrennen wir ein bisschen schneller. Ich habe noch einen Termin. Ha, danke. Blub, blub. So, da noch einmal Asche. Und dann da noch einmal. Und dann haben wir eigentlich die gesamte rechte Seite geräumt. Krass. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal schaffe. Na, na. Ihr seid fertig, ja? Glückwunsch. Für eine neue, saubere Welt. Dann noch die Pilze weg und dann ist beim nächsten Mal die linke Seite dran. Von der rechten Seite kommt ja eine große Welle, aber ich glaube, dann ist von der Welle... Hier ist es vorbei. Ja, hier ist es einfach komplett aus. Ich bin noch niemals bis ganz rechts gelaufen. Ich hatte immer Angst. Jetzt ist gut. Ähm, so. Ja, rechte Seite ist clean. Die ist blank geleckt. Da kann man jetzt vom Boden essen. Okay, sollte man, glaube ich, trotzdem nicht, aber... Zumindest stirbt man nicht mehr, wenn man vom Boden isst. Das ist schon... Das ist ein Fortschritt. Fortschritt zum letzten Jahr. Da ist schon wieder das Casino-Zeug. So. Ähm... Ich glaube, ich habe genug Leute da, ne? Ich lasse mal die drei Stalker bei mir, dass ich vielleicht die Explosion wieder los schicke, mal. Lassen wir uns einfach als Leibgarde. So. Die Forschung sollte bald soweit sein. Dann gibt es Drohnenspaß. Das sage ich euch. Drohnenspaß. Ja, wegen eines Bugs. Ich weiß. Es gibt ja keine andere Möglichkeit gerade. Ich meine, ich finde es mal ganz schön zu sehen, was alles erreichbar wäre im Spiel, wenn... Äh... Ich fühle mich ja auch schlecht deswegen. Also ich... Am liebsten würde ich es dann normal spielen. Aber es geht ja nicht. Man kann den Bug ja nicht zurücksetzen oder so. Man kann auch... Selbst wenn ich jetzt neu starte. Das ist... Einzige Alternative wäre, ich sage, ich spiele das Spiel heute nicht und verabschiede mich. Und das wäre es für den Stream gewesen. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wollte ich schon mal einen extra Stream-Tag machen und wäre jetzt doof, wenn das jetzt einfach so weg wäre. Jetzt ein anderes Spiel plötzlich zu machen wäre jetzt auch doof. Ähm... Eigentlich könnte man das nächste Haus bauen. So, und ihr macht mir mal die letzte Stufe der Mauer. Auf der linken Seite. Das sollte noch rechtzeitig passieren. Dann haben wir bald die letzte Upgrade-Stufe. Dann kriegen wir die Drohne und dann geht der Spaß los. Kriege ich noch irgendwas auf der linken Seite abgefackelt? Komm, das kriegen wir noch hin. Irgendwas Kleines. So ein kleiner Fackel Spaß zu mitnehmen. Genug fürs Aufwerten für die Häuser habe ich nicht mehr, ne? Aber egal, ist schon okay. Boah, das dauert aber echt. Gott, das ist ja immer noch so sauber. Die wollen ewig nicht nachwachsen, kann das sein? Das ist echt Wahnsinn, wie weit ich da schon gesäubert habe. Schildkröte! Selber! Rufen die so zurück, ne? Ach Mensch, das ist schon... Ah, nee. Ist doch noch nicht. Aua! Könntest du das bitte lassen? So, dankeschön. Da drüben setze ich noch einen rein. Und gehe jetzt einfach wieder. Du darfst einmal schießen, bevor du mir den Rücken spuckst. Und jetzt gehen wir. Tschüss! Stell dir vor, es ist Invasion und keiner geht hin. Moment mal. Das ist schlecht. Die kommen ja zu uns. Hm. Äh, ja. Also, ähm, ja, Mauer sieht gut aus. Genug Leute da. Alles glücklich. Auch ein bisschen gefackelt wieder. Und jetzt müssen wir gleich den Bonus haben. Sehr schön. So, wenn wir das noch einbekommen, dann gucken wir uns gleich hier drüben. Dann werde ich noch die ganzen anderen Mauern ausbauen. Und wir haben noch genug zu tun. Wahrscheinlich sogar genug bis zum letzten Tag. Das ist kein Bot, die Frequenz passt sich an. Wollt ihr? Technologie erfolgt. Das ist das. Das ist eine Übersetzung. Ich habe zuerst gedacht, hä, Bergwerke? Ingenieure können Bergwerke aufbauen irgendwie an den Mauern. Habe ich gesucht, habe ich gesagt, hä, nein, die haben einfach nur meins. Statt es zu Minen zu übersetzen, haben sie es zu einem Bergwerke. Auf jeden Fall können wir jetzt Minen produzieren. Das ist eine schöne Sache. Aber auf der linken, aber auf der rechten Seite. Dass die dann an der jeweiligen Front immer an der Mauer platziert werden. So, und jetzt haben wir die Forschungsstation zu dieser Drohnenstation gemacht. Jetzt passt mal gleich auf. Oh, was ist jetzt noch? Wir können ja immer noch mal losschicken. Irgendwie, ich glaube, wir kriegen den Zug gar nicht. Es kann sein, dass sich der Zug fortschritt oder nach der zweiten Bälle oder so. Aber die zählt ja auch nicht, die hat es abgewehrt. Egal. Das Labor wurde in den Drohnenhafen verwandelt. Drohnen sammeln Schrott und wir führten ihn zum Lager. Dann Maranda. Zwei Leute, die drohen. Zack, zack, zack. Los mit euch. Sammelt mir Schrott. Das ist so richtig cool, weil die fliegen jetzt immer wieder so über die Basis und bringen Schrott zurück. Das ist richtig lustig. Die sehen wir später noch. Die brauchen immer ein Weilchen, bis sie zurückkommen. Jeder bringt einen Schrott zurück. Landminen explodieren. Boah, nicht Bergwerke. Ich dachte, Bergwerke explodieren, wenn Gegner zu mir reinkommen. Die Minen würde ich sagen, für die letzte Welle bereite ich Minen vor. Vorher werden die zwei immer wieder ausgelöst, aber bringen noch nicht so viel, wie ich finde. Zumindest soweit ich das gesehen habe bisher. Bitte einmal hergehen und... ...noch einmal Zeltos ausbaus. Und das ist dann das letzte Mal, dass ich was ausbauen konnte, ne? Das ist kein Miesenberg. Ja, also, weißt du... Das... Die... Die Anweisungen kamen ziemlich undeutlich rüber. Der Ingenieur hat jetzt ein großes Bergwerk einfach vor die Mauer platziert. Du voll Idiots. Irgendwie gehen wir jetzt alle drauf. Aber, Genosse, wir haben nun richtig viel Eisen und Stein, wenn wir drauf gehen. So, ich schenke mir gerade was zu trinken ein. Ich nutze die Ruhephase. Die Ruhephase mit dramatischer Musik. Versteht sich. Hättest du irgendwann mal deinen Audioblock vor... Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, so Meinungsblocks oder irgendwas in der Richtung zu haben, ist heutzutage und auch beim politischen Klima nicht unbedingt die beste Idee. Vielleicht irgendwann, wenn ich finanziell unabhängig von YouTube bin, aber so aktuell... Wer weiß, ob ich mir damit nicht einen Grab schaufel. Jetzt haben wir nochmal Arbeit. Ach, einmal können wir trotzdem noch. Einmal geht hier noch. Und ja, das ist das maximal abgegradete Haus. Und ich glaube, da drüben ist auch noch maximal abgegradet, ne? Moment, März. Da gab es ja gar nicht. Doch, da vorne müssen rein sein. Blub, schwurbel, schwurbel, blubbel, blubbel. Ähm, bitte noch einmal Ingenieur, bitte. Weil zwei sind hier mit den Drohnen beschäftigt. Haben wir schon... Och, die Drohnen haben schon mal zurückgebracht. Cool. Das sind... Wenn zwei Ingenieure... Jeder Ingenieur schickt vier Drohnen los. Also insgesamt acht Drohnen. Und die acht Drohnen bringt jeder einen Schrott mit. Das kriegen wir immer regelmäßig acht Schrott rein jetzt. Zusammen mit dem von dem Dude. Moment. Holen wir auch mal gleich ab. Kommt gerade wieder schön an. Dankeschön. Zehn Minuten, ein Tag, ja. Äh, zwei, drei. Dann... Och, guck mal, die Drohnen sind zurück. Yay. Ich finde es immer schön, die Drohnen rüberfliegen zu sehen. Sind sie nicht drohlich? Sind sie nicht drohnig? Ja, irgendwie schon, ne? So, haben wir das. Jetzt müsste eigentlich die fette Welle angekündigt werden. Das ist die perfekte Welle. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Weil hier soll sie spätestens kommen eigentlich. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Bitte, bitte spiel, sag mir, dass du einfach einen Trigger hast, dass es bei Tag 25 endet. Bitte sag's mir. Bitte nicht, bitte nicht, keine Eingriffe mehr. Oh Gott, das wäre schlecht. Das wäre richtig schlecht. Ich habe ein richtig, ich habe echt ein richtig schlechtes Gefühl bei der Sache. Eigentlich müsste da jetzt der Angriff von rechts kommen, aber es wird nichts angekündigt. Das ist nicht gut. Wollte ich nochmal gesagt haben. Wir haben auch nicht mal den schönen Zug. Du darfst mir jetzt mal minen. Machen. Könnte da sogar noch einen zweiten sammeln lassen, äh, bauen lassen, ne? Egal. Gute Nacht, naja, die schlafen gehen. Genau. Das ging gut. Yay, Meldet. Da sammelt sich echt was an, ne? Also die, die, okay, die Drohnen arbeiten normal schnell. Das heißt, wir schwimmen bald in Ressourcen. Welche Überraschung. Unsere Madenfarm produziert ja Maden. Warum hat mir das niemand gesagt? Dann schreit das uns letztens einfach. Mal gucken, ob was nachgewachsen ist. Kurzer Kontrollgang. Oh, Pilze. Sagen wir es mal so. Auf diese Art und Weise, wie wir es aktuell machen, sehen wir wenigstens alles vom Spiel. Da habe ich wirklich alles gezeigt, was man vom Spiel sehen kann, mitsamt allen letzten Ausbaustufen und allem, was das Spiel zu bieten hat. Da ist echt nichts mehr. Nichts mehr. Ich habe da immer noch komplett blank geleckt. Die Pilze sind aber nachgewachsen. Das ist doch mal schön. Ne, es ist alles blank. Na gut, dann haben wir auf der linken Seite noch ein bisschen Arbeit vor uns, ne? Panamma. Manamma. Nö. Was? Moment mal, mir fällt gerade was ein. Ich war auf der linken Seite noch gar nicht bei diesem komischen Spucke. Stimmt. Und da nehme ich eine kleine Armee mit. Oh, den möchte ich richtig einheizen. Dem Wappel, da war ich noch gar nicht. Stimmt. Das habe ich ja verschoben auf später. Hm, hm. Ähm, erstmal tue ich meine Stalker zurück an diese Seite. Die gehören hierher. Hallo Drohnen. Ja. Yay, Ressourcen. So, hier kommt man mit hierhin. Kann mir einer noch Minen auf der Seite produzieren. Hm, ja, genau. So, jetzt habe ich ein bisschen was aufgesammelt, ne, dank der Drohnen. Ich habe es nicht gesehen. Oh, 36. Ich glaube, ich habe erstmal genug. Ähm, das reicht, um ein bisschen was auszubauen. So, jetzt nehme ich mal zwei Dudes hier mit. Und ihr zwei werdet mir mal wieder zu den Waffen greifen. Dass ich noch mal zwei Stalker mehr habe. Die werde ich mindestens brauchen gegen diese. Es wäre so lustig, wenn das Fie mich jetzt töten würde. Deswegen möchte ich da jetzt ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Dankeschön. Das schon, aber ich sage es dir, also die ganzen Mechaniken, die an Tage basiert sind. Dass jeden Tag alles nachwächst, dass die Teile in Monster täglich spawnen, das funktioniert. Aber diese großen Wellen, die spawnen sollen, die kommen nicht. Die zweite große Welle, die eigentlich kommen sollte, kommt gerade nicht zu Tag 17. Das ist etwas, was mich ein bisschen irritiert. Das hat wiederum auch nicht ausgelöst, dass ich jetzt den Zug bauen kann. Den müsste ich auch schon nicht spawnen dürfen. Obwohl, ne, ich glaube ab Tag. Es kann auch sein, dass es einfach festgesetzt ist, dass ich den ab Tag 18 bauen kann. Kann auch sein, dass ich den jetzt noch gleich machen kann. Schauen wir mal, ob das so festgesetzt ist. Liebe Entwickler. Alter, fix das schnell. Fix das einfach live, während ich spiele. Lass ich auch nicht neu starten müssen. Geht zwar nicht, aber egal. Einfach mal eine Bestellung aufgegeben. Ein Haus darf ich noch upgraden gehen. Genau, das machen wir noch fix. Und während abgegradet ist, komm, wir nehmen noch zwei Ingenieure mit und noch ein paar Stalker. Und dann sagen wir dem Vieh mal Hallo. Obwohl... Ach, das wird zeitlich gerade echt gemein. Nee, ich glaube zeitlich möchte ich da jetzt nicht rein. Das mache ich dann erst, sobald der neue Tag kommt. Keine unnötigen Risiken. Ich mache jetzt noch die eine oder andere Vereiterung weg. Komm, die eine. Die eine geht noch wunderbar weg. Und dann sagen wir dem Vieh mal Hallo. Jetzt können wir auch richtig schön schnell laufen. Das ist praktisch. Ja, da müsste ich rein. Das machen wir nächstes Mal. Die Wellen... Na gut, ist es nicht, dass die Wellen nicht... Die werden eigentlich schon stärker. Die Sache ist nur die... Ähm... Ich mache halt jetzt die ganzen Wucherungen kaputt. Und wenn keine Wucherungen da sind, kommen auch keine Gegner. Wenn das Einzige, was passieren könnte, sind die Gegner, die ja richtig dazu spawnen. Aber die spawnen ja nicht, weil... Ich habe immer noch diese große Angemelde. Es ist verwirrt. Sagen wir es mal so, wie es ist. Es ist einfach nur verwirrt. Okay, einer ist jetzt bei der Front mit dabei. Dann machen wir noch einen zweiten draus. So, jetzt haben wir immer noch... Okay, jetzt sind wir bei 44. 44 ist Maximum. Mehr geht jetzt nicht raus. Jetzt haben wir einen Fässer als Bonus mitgenommen. Ohne die Fässer ist es wahrscheinlich bei 38. Weil wir drei Fässer auf jeder Seite haben. Ich glaube, es waren drei. Die bleiben mir einfach mal als Reserve. Ach komm, schaffen wir trotzdem mal ein paar Juts ran. Yay, die Drohnen bringen wieder. Yay, es regnet Schrott. Ist denn schon wieder Weihnachten? Okay. Eins und zwei. Ich kenne noch zwei Juts. Wenn ich den Zug bauen sollte, würde ich die nutzen, um den Zug zu bemannen. Schauen wir mal, was Tag 17, nach Tag 17 dann sagt. Was Tag 17, nach Tag 17 sagt. Was Tag 17 nicht alles nach Tag 17 sagt, ne? Hm, da ist das Casino mal wieder. Oh man, eigentlich wollte ich hier ja übelst drei haten. Einfach nur auf dem brutalen Schwierigkeitsgrad, weil ich den Vorrang jetzt schon knapp geschafft habe. Und das Spiel macht schon wirklich Spaß, eben weil es so fordernd und anstrengend und manchmal auch frustrierend ist. Und ständig, die Sache ist ja wirklich die, jedes Mal habe ich alles hingeschmissen und habe gesagt, boah, Kackspiel, ich rühre das nicht mehr an. Jedes Mal, wenn ich dann versagt habe und wieder irgendwas schiefgegangen ist. Und dann so eine Stunde später grübele ich schon wieder automatisch über das Spiel nach und denke mir, aber das habe ich noch gar nicht probiert und das könnte ich anders machen. Und da habe ich nochmal und nochmal und ich habe wirklich über 30, 40 Versuche über die gesamte letzte Woche. Ich habe es immer wieder probiert und probiert und probiert. Und jedes Mal habe ich mein Early Game, die ersten 10 Tage, so perfektioniert, bis ich irgendwann fast den ultimativen Durchlauf quasi generiert habe. Auf den ich dann auch schon ziemlich stolz war. Und dann habe ich es halt irgendwann hinbekommen. Aber das ist halt etwas, was wirklich Leute, die müssen schon wirklich, also jeder, die es schaffen will, wenn die den Schwierigkeitsgrad nicht nerven, brauchen auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad schon wirklich 30, 40 Stunden drei hart, um das herauszufinden, wenn sie keinen Guide befolgen. Das ist ziemlich heftig. Und gerade dieser gesamte Reiz geht das halt irgendwie komplett verloren, einfach weil das Spiel festhängt. Aber unsere Feuerwehr, schaut mal, die kommt trotzdem überraschend nah dran. Aber ohne die Munitionsfabrik wird das halt schwierig, ne? Aber jetzt bei Tag 17... Das Lustige ist ja, die Zementfabrik und die andere Fabrik da, die Schalten, äh, Zementfabrik und Munitionsfabrik schalten wir ja frei. Komm, wir können mal Mauern bauen in der Zwischenzeit. Äh, Zement und Munitionsfabrik schalten wir frei, indem wir auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad hochspielen. Und die, ähm, Verbesserungen für die Stalker und dass man Leute wiederbeleben kann, schaltet man frei, indem man auf Erfahren hochspielt, auf Tag 18 und 22. Wieso habe ich so das Gefühl, dass wenn du es auf Brutal schaffst, das einfach nicht zählt? Tut mir leid, das ist weder der einfache noch der normale Schwierigkeitsgrad. Die musst du doch nochmal machen. Ich meine, das ist so der Grund, ähm, wieso ich halt ein bisschen frustriert bin, weil ich habe jetzt halt 30, 40 Stunden mich abgequillt mit dem Spiel, also wirklich hoch und runter probiert, um dann endlich mal die Sachen freigeschaltet zu haben, auf die ich so lange geguilt habe. Und gestern habe ich es geschafft und heute wird es mir mit dem finalen Update einfach wieder weggenommen. Das ist ziemlich gemein. Deswegen sehe ich so ein bisschen, bisschen diesen Bug gerade als, auch ein Teil, als Wiedergutmachung an. Weil ich habe das Spiel eigentlich schon gemeistert. Aber Spiel sagt nein. Ah, Stalker-Team kommt zurück. Maximale Mauer. Weißt du was? Ein Ingenieur macht diesen Mauerteil. Der andere Ingenieur macht diesen Mauerteil. Und ich komme dann gleich zurück. Ah, stimmt. Ich kann ja einen Poverbuiden quasi. Das bedeutet, einmal bringst du mir jetzt noch einen Typen mit. Dann habe ich sogar noch einen zusätzlich. Das ist gut. Yay. Bist du etwa auf das Spiel süchtig? Süchtig würde ich es nicht gerade nennen. Das Spiel hat sich halt einfach super angeboten, um es zu spielen, während ich gerade render oder irgendwelche Videos angucke auf dem Zweitbildschirm. Und es war einfach der Ehrgeiz, es zu schaffen. Jetzt, wo ich es gemeistert habe, habe ich gar nicht mehr großartig den Ehrgeiz gehabt, das jetzt nochmal zu spielen. Jetzt kam mal der Release und ich denke mir, okay, ich zeige einfach mal, was ich gelernt habe. Upsi. Äh. Warum ist da gerade Nahrung entstanden? Was zur Hölle passiert hier gerade? Was verbrenne ich hier gerade? Was ist gerade Nahrung? Ach, die Ratten! Einen Moment mal. Ne, abschießen kann ich sie nicht. Aber ich kann die Ratten verbrennen und die geben mir Nahrung? Okay, das ist gut zu wissen. Egal. Tag 18. Eigentlich sollte die zweite große Welle schon da sein. Und, äh, Gott. Ach, Gott, 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 Gott. Jetzt muss ich die Stalker eigentlich auch gar nicht mehr losschicken. Ich habe eh genug Ressourcen. Ja, stimmt. Schreiben sie die Leute auch gerade in den Chat. Ah, ich habe schon wieder einen Ingenieur. Komm, Ingenieur. Bauen wir mal. Der Ingenieur, der baut, ich schwöre. Ah, ne, stimmt. Ich wollte doch zeigen. Komm, ich lasse jetzt mal alle Stalker bei den anderen Kisten looten. Mal gucken, ob sie es schneller schaffen als meine Gräber. Ah, sieht gar nicht mal so schlecht aus für die Stalker. Die müssen jetzt bloß noch das eine. Ich glaube, die werden sogar vor den Gräbern fertig. Weil ich fünf bis sechs geschickt habe. Gegen einen. Oh, gleichzeitig. Okay. Ich will ja nicht sagen, dass ihr schlecht im Looten seid. Deswegen sage ich einfach gar nichts. Oh Mann, ich vermisse den Ingenieursfokus. Ach, deswegen habe ich den auch nicht auswählen können. Weil das ebenfalls nicht mehr drin war, dass ich den Ingenieursfokus bauen durfte. Gemein. Bitte weiterbauen. Ich wünsche dir von fast, ich hätte jetzt einen Ingenieur mehr. Ich könnte mir auch schnell einen machen. Was soll der Geiz? Komm, du da. Du hast jetzt einen neuen Berufsweg eingeschlagen. Du wirst mir jetzt mal hier Mauern bauen. Obwohl die... Ne. Boah, ich bin gerade erschrocken, weil ich oben links und oben rechts fünf Mauern sehe jeweils. Aber die werden ja ausgebaut. Ich dachte schon, fast sie in den Mauern durchbrochen wurden. Das war unglaublich schockierend. Panna Cotta. Ach, jetzt, ja, Tatsache. Tag 18 darf ich den Zug bauen. Das hat sich also nicht geändert. Ja, gut, okay, dann tun wir das. Ich habe doch irgendwann noch einen weiteren normalen Dude gehabt, ne? Ich habe sogar sieben. Ich habe sieben? Okay. Eins, zwei, drei. Stimmt, ich habe den... Okay, dann muss einer der Ingenieure doch nochmal zurück, oder? Ne, da, du da. Du kommst mir mal schön mit, Freundchen. Ihr besetzt mir jetzt schön den Zug. Die Geschütze. Einfach, weil es cool ist. Das muss als Begründung reichen. Äh, du baust mir mal noch die Mauerweiter aus. Äh, Geschütz 1. Geschütz 2. Und dann, würde ich mal sagen, eine gute Fahrt. Richtung links, bitte. Ach, wie schön. Oh, der ist fertig mit Bauen. Komm mal her, Kamerad. So, ich glaube, ich habe genug Stalker dabei. Auf jeden Fall wird das viel. Du wirst mir trotzdem mal da bleiben und weiter hier ausbauen. Oh mein Gott, da ist schon wieder... Oh mein, ich möchte auch die Ingenieure auswählen, nicht das... So, okay. Jetzt habe ich auch den Sniper mitgenommen. Den brauche ich nicht unbedingt. Verarschen kann ich mich alleine. Nackt. Ach, Stuhl. Ich werde dich vermissen. Obwohl, eigentlich nicht. Die Stille werde ich genießen. Die kommt, wenn du mal nicht mehr da bist. So. Hier müsste gleich ein Vieh kommen. Hallo. Gehst du mal tot, bitte? Meine Güte, ey. Das ist, wie gesagt, ich gehe schon extra, weil das hätte mich jetzt schon wirklich beinahe gegrillt, das Teil. Bitte die Kiste. Noch die extra Vorräte. Auch wenn ihr nur Stalker seid, aber was solls. Ich möchte es jetzt nicht riskieren. Ich glaube, ich gehe nach dem Vorrat blindern einfach. Gut, ich werfe noch eine Brandbombe irgendwo hin und dann... Nenne ich das einen Tag auf der linken Seite. Gott, die Vorräte, die ich jetzt habe. Und die Nahrung. Das sind Dimensionen, die man auf diesen Schwierigkeitsgrad niemals erreichen sollte. Guck mal, die Ratten, die hier aufgehängt sind. Eine Nachricht der Ratte. Ah ja, genau. Das habe ich auch schon herausgefunden. Wenn ich an der Mauer bin, kann ich das Teil rufen. Das habe ich auch schon herausgefunden, ja. Ähm... Okay. Schild? Schild doch mal. Schild, schild doch mal. Ola, die Waldfee. Das hätte echt nach hinten losgehen können. Ist es aber zum Glück nicht. Und noch eine. Einfach des guten Willens wegen. Ich habe niemanden verloren, oder? Da war noch ein Vieh, das geschossen hat. Das hätte echt übel nach hinten losgehen können. Aber gut, 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 gut. Ich habe niemanden verloren. Rattenbacon. Ah, hallo, Baron von Bergkartal. Der hat jetzt pinke Haare durch das ganze Blut. Okay, ähm... Wer hat alles zum Team hier gehört? Äh, eins, zwei. Und ich glaube, die Stalker waren alle meine, ne? Die zwei Livegarten-Stalker und die drei, die auf Expedition sind normalerweise. Alles klar. Ähm... Okay, ich gehe mal eben den Weg hier ab. So, du bist schon Maximum Mauer. Sehr gut. Dann mal weiter. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Eigentlich schaffen wir es zeitlich nie, alle Mauern auszubauen bis zum Endgame. Aber dann müsstest du... Auch ressourcentechnisch. Wohl ressourcen- als auch zeittechnisch. Wurde schwierig. Aber... Das ist ja kein normales Spiel gerade. Rechte Mauer. Auf der Lauer. Oh, hi. Du kannst auch noch was bauen. Ja, komm. Die kannst du auch auf Maximum bringen. Hallo, Drohnen. Die ist auch noch so schäbisch. Schäbisch. Schäbisch, Hall. Warum kommen da eigentlich Mutanten von rechts? Da ist doch gar nichts mehr. Da müsste was nachgewachsen sein. Ich muss dann mal wieder einen Kontrollgang machen. Ui, ein fettes Teil. Hallöchen. Dass wir auch mal kommen. Oh. Gut, wir haben drei Sniper. Die machen extra Schaden gegen die. Okay, wir haben eh eine ganze Armee von Stalkern hier stehen. Hier könnte ich machen. Hier. Die drei Sine bestellen. Drei Sine. Wie spät? Wie spät das Ding überhaupt aus? Geht's erst nach 10 Wodka oder so? Ja, die drei Sine. Was? Einer ist so... Nee, oder? Wo sehe ich meine Bevölkerung? Also wenn, dann sind sogar zwei tot. Weil ich hatte einen overbreedet quasi. Ich hatte... Tatsache. Oh, sag mir bitte nicht, dass da jemand... Okay, dann hole ich mir das irgendwann mal anders. Weil das ist halt schief, wenn das niemand sterben muss. Das kann man Schwierigkeitsgrad unabhängig machen. Dann hole ich mir das irgendwann mit dem Stille einfachen oder so. Was ist denn da echt? Oder liegt es daran, dass ich die zwei an das Eisenbahngeschütz gebracht habe? Und die zählen nicht mehr zur aktiven Bevölkerung dazu. Moment, das möchte ich testen. Kann ich den Dude runterholen? Kann ich gar nicht mehr, oder? Kann ich gar nicht mehr. Okay. Ich glaube, dass jetzt niemand gestorben ist. Ich müsste eigentlich noch alle haben, mit denen ich los bin. Ich habe alle Stalkern noch. Ich habe die zwei Gräber noch. Und ich hatte die Ingenieure noch. Also ich glaube, dass die zwei, die das Geschütz bestiegen haben, nicht mehr zählen. Das ist natürlich interessant. Jetzt kann ich nochmal einen neuen Dude holen. Ich bin jetzt echt erschrocken kurz. Was hier aber los ist, ne? Wenn die ganze Drohnenflotte immer wieder rumfliegt und so. Da haben alle Spaß. Seid ihr auch gut unterhalten? Ja, die sind vom Zug abgezogen. Das finde ich immer wirklich auch kurz, habe ich echt kurz Panik gehabt. Es gab ja keine Möglichkeit, wie die hätten gestorben können. Abseits von denen spuckern da ganz vorne, aber... Ausrufezeichen und Klammern links für den Abend Blacklisten. Da würde ich lieber sowas wie Freespins oder sowas. Oder Casino.com mit einem Ausrufezeichen. Da würde ich lieber so irgendwas in diese Richtung. Weil... So Klammern und Ausrufezeichen. Ah ne, Moment. Ne, stimmt. Das sind ja... Das ist ja dann sein Name. Und er macht ja nur Ausrufezeichen und Klammern. Hm. Ah, sehr gut. Die zählen nicht dazu. Ich bin gerade überlegen, will ich mir jetzt einen zusätzlichen... Sobald ich die Mauern fertig habe, brauche ich die Ingenieure ja eigentlich nicht mehr. Aber gut, dann kann ich die ja immer noch umswitchen, ne? Hm. Hm. Dann bauen wir mal schneller alles. Ein bisschen mehr Ingenieure zu haben, ist ja auch nicht verkehrt. Asche. Asche. So, bei Tag 19 von 25. Es kann ja nur besser werden. Ich glaube, es gibt dann gleich nochmal eine Toilettenpause oder so. Ab jetzt, wo ich so viele Leute an den Mauern habe und alles verstärkt habe, kann fast nichts mehr schief gehen. Eigentlich wäre das jetzt ein Video. Let's Play. Würde ich sagen, ab dieser Stelle mache ich einfach meinen Cut und wir sehen uns dann bei der... Bei der... Was wünsche ich dir eigentlich? Das ist kein Ehrenner, der Ingenieur. Ähm. Dann würde ich einfach sagen, ich mache einen Cut und wir sehen uns bei der letzten Welle. Wenn sie kommt überhaupt. Oder einfach beim Endbildschirm. Aber... Ist ja live, ne? Tut mir leid, dann müssen wir jetzt gemeinsam durch. Da kann euch jetzt nichts retten. Nichts und niemand. Ah ja. Gott, braucht ja alle lange. Ich vermisse den Ingenieursfokus. Am Anfang habe ich echt gedacht, oh man, ich komme gar nicht mehr so weit, dass die Ingenieure effektiv arbeiten können. Aber mittlerweile, dass ich ja weiß, dass ich selbst ohne die brennenden Fässer die Wellen schaffe. Damit geht das jetzt mittlerweile. Jetzt der Ingen... Ich habe es mit Ingenieursfokus, Perk, das erste Mal geschafft, ähm... Hier auf dem zweiten Verfahren zu gewinnen. Weil das schnellere Aufbauen und vor allem die Doppelgeschütze sind halt schon wirklich stark. Im Endgame vor allem. Also Ingenieursfokus ist eine Endgame-Auslegung. Du musst halt nur so weit kommen. Und wie gesagt, da ich mein Gameplay bis zum Mid- bis Endgame perfektioniert habe, komme ich eigentlich immer ins Endgame, selbst ohne die brennenden Fässer. Eine Zeit lang dachte ich, unser Schlupfnetzwerk ist die einzige Möglichkeit, wenn man überhaupt ins Endgame kommt. Auf den Schwierigkeitsgrad. Aber mittlerweile... Geht's. Äh, nochmal zwei und nochmal... Oh, jetzt wird der Schrott langsam weniger. Ich muss mal wieder von den Drohnen was abholen. Hallo, Drohnchen, habt ihr mir so... Oh, wie brav. Jetzt, eigentlich... Könnte ich hergehen und meine zwei Schaufler noch zu irgendwas machen. Wenn wir dann nochmal zu Stalker oder ich mach nochmal extra Sniper? Weil ganz ehrlich, normale Viecher können uns bei dieser Schwerfeuerlinie, die wir haben, sowieso nichts mehr. Eigentlich brauche ich keine zusätzlichen Stalker, aber ich brauche wahrscheinlich wirklich noch zwei Scharfschützen. Einfach nur, weil die großen Viecher dann noch eine Bedrohung sein könnten. Ähm... Können wir überlegen. Oder ich lasse extra Minen produzieren, das wäre auch noch eine Idee. Aber ich brauche meine Schaufler einfach jetzt nicht mehr. Ich schicke jetzt auch keine Stalker mehr los. Einfach weil ich es nicht mehr... Oder schicke ich nochmal... Ach komm, ich schicke noch einmal Stalker los. Sobald die da noch einmal reinkommen, dann lasse ich es dabei bleiben und... Gut ist. Ah, hallo Genossen. Erstmal Asche hier. So. Tschüss. Hm, Abend, Benjamin... Ähm... Bolz. Naja gut, viel verpasst ist relativ. Eigentlich hast du nicht viel verpasst. Oh, die Minen werden immer... Warte, werden die Minen mehr? Dadurch, dass ich sie produziere, werden dann extra noch zusätzliche Minen auf dem Boden platziert? Das scheint so, oder? Das ist natürlich mega praktisch für den Fall, dass dann mal Gegner durchbrechen sollten. Wenn die Gegner überhaupt noch... Ach stimmt, ich wollte doch mal ausgucken. Pana, Gotta. Es ist nur noch doof, dass ich hier und da Leute auswähle, die ich nicht auswählen will. Gucken wir mal raus, was da so Sache ist. So, hier sind Gegner gekommen. Irgendwo ist noch... Hat sich noch was... Die Pilze lasse ich jetzt einfach. Ich meine, okay, für den Score am Ende, aber ganz ehrlich, das Score zählt... Ganz ehrlich, um den Score geht es mir gar nicht. Der Score ist mir egal. Wenn es möglich ist, würde ich den am liebsten löschen. Am Ende geht es nur darum, die Sachen wieder freizuschalten, die ich hatte. Weil der Score ist eh nicht repräsentativ, so wie ich das hier durchspiele. Und die Wertung. Nee, ist nicht okay. Die Gegner, die da gekommen sind, müssen irgendwo von außerhalb der Map gekommen sein. Weil Nester sind hier gar keine mehr. Das wurde wirklich komplett... Ich glaube, wenn man es einmal komplett ausgerottet hat, kommt es auch nicht mehr zurück. Krass. Ob es mehr Maps gibt es? Nee, noch nicht. Es sollen aber noch welche kommen. War vorher super hektisch im Fast- und Schafverweis. Ja, das ist... Das ist so ein Problem, was ich mit dem Spiel habe. Ich meine, es hat zwar extrem Spaß gemacht, die letzte Woche über zu treiharten und es immer wieder zu probieren, es zu schaffen und optimale Laufwege herauszufinden. Aber es ist halt wirklich so ein übelstes Drei-Hard-Game gewesen. Schon auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad. Und dadurch ging halt die Atmosphäre auch ein bisschen verloren. Also die Atmosphäre des Erkunden von diesen gefallenen Siedlungen und von den Untergrundwerken und sowas. Das ist ja eigentlich mega cool, aber irgendwie kam das viel zu kurz. Eigentlich sollten sie das Spiel so ähnlich machen wie bei Kingdom, dass du sagst, du hast jetzt mehrere Maps nacheinander und du hast wirklich einige, die wirklich einfach sind am Anfang. Auch auf höheren Schwierigkeitsgraden, wo du einfach sagst, es geht jetzt nicht um die Schwierigkeit. Es geht wirklich bei den ersten Karten darum, Atmosphäre, Erkundung, Story oder was auch immer man da machen will. Weil das bietet sich ja einfach super an. Und vielleicht für spätere Missionen dann mit den Schwierigkeitsgrad hochgehen oder so. Sowas wäre eigentlich cool. Vielleicht wollen die Entwickler das auch machen, wenn später neue Maps dazukommen. Ich meine, Story, es muss ja nicht mal sein, dass hier Zwischensequenzen groß erzählt werden. Aber es ist so typisch, man kann so eine typische Story aufbauen, die rein durch Atmosphäre erzählt wird und so. So, du, dann... Oh Gott, nicht genug... Nicht genug Teile. Kingdom World, Hands Downs, ein brillantes Spiel. Ja, man muss es halt so sagen. Aktuell ist das Spiel halt noch so, und ich glaube, das Spiel wird eine ähnliche Entwicklung hinlegen. Aktuell ist das Spiel noch so wie Kingdom Classic. Nur eine Map und das heißt nur überleben bis zum Ende und sonst nichts. Ich nehme mal an, dass das Spiel dann mit Erweiterung so wird wie Kingdom New Lands, beziehungsweise dann am Ende wie Kingdom Two Crowns. Dass du wirklich sagst, okay, jetzt kommt das Update, was neue Vervis hinzufügt, die miteinander verbunden sind. Und du kannst vielleicht sogar hin und her wechseln und so. Ab dann wird es bestimmt interessant. Kingdom könnte ich auch mal wieder spielen. Also auch so für mich privat. Ich meine, ich glaube, ich habe damals alles gezeigt, was es im Let's Play zu zeigen gibt, oder? Von Kingdom Two Crowns. Also, New Lands habe ich irgendwann aufgehört, das weiß ich noch. Als es um Loops ging, als ich dann Loop hätte wiederholen können oder so, habe ich einfach gesagt, brauche ich nicht. Aber ging es bei Two Crowns noch weiter? Oder hatte ich einfach durchgespielt? Ich glaube, ich hatte es einfach durchgespielt, ne? Ich glaube, da gab es nichts mehr, soweit ich weiß. Also, es ist halt eine Frage, ob es verbuggt ist oder ob es auch geplant ist, dass man speichern kann. Weil damals stand ja noch speichern und beendet. Da steht sogar noch da, speichern und aufhören. Weil wenn man speichern und aufhören macht und dann wieder reingeht später ins Spiel, startet man wieder von vorne. Also, es gibt noch kein Speichersystem hier im Spiel. Ich meine, ich würde es verstehen, wenn jede Mission nur so ein bis zwei Stunden dauert. Aber selbst ohne den Bug kann so eine Partie, wenn du es schaffst, schon mal gerne drei Stunden dauern oder so. Also, das ist nicht ohne. Ich meine, es gibt Leute, die machen das halt. Die haben halt nicht die Zeit. Two Crowns hat ja noch extra DLCs. Achso. Ah, gute Nacht, Nido. Fahrzeuge war auch cool, wenn man sich welche improvisieren könnte. Hast du mal Bock auf Two Crowns im Koop? Das ist halt so die Sache. Aktuell suche ich halt nach einem Spiel, deswegen habe ich halt auch hier dieses Spiel so gut machen können. Einfach ein Spiel zum Abends, wenn ich Videos gucke, während ich Videos laufen lasse, noch so zum Spielen nebenbei. Oder aber, hört sich zwar blöd an, so ein 3-Hart-Spiel zu machen, aber es hat funktioniert bei mir. Oder aber während ich Videos rendere oder so. Und das sind dann so typische Zeiten, in denen ich gerade nicht Koop oder Online spiele oder so oder mit anderen. Sondern einfach so für mich alleine. Dementsprechend, klar, Two Crowns im Koop wäre mal irgendwann eine cool, lustige Idee. Aber aktuell wäre es nicht gerade das, was ich suche als Art von Spiel. Ach, es gibt ein Custom-Troop-Mod. Das finde ich cool. Weil nach sowas habe ich damals besucht. Weil ich wollte ja irgendwann mal bei Bennerlord wirklich so Günther und seine große Streitkorben und die Hühnerfutter-Mafia am besten noch machen. Über alles auf Farmumständen die Hühnerfutter produzieren, die ich dann exportiere. Und dann nur Streitkorbenkämpfe in der Armee. Das wäre schon cool. Stellen wir mal vor, sie würden die Mechanik von Variabiliens bei der letzten Welle übernehmen, wo alle übernommenen Siedlungen gleichzeitig angreifen würden. Das wäre schon ganz cool, wenn die wirklich hergehen würden. Und wie bei Kingdom, dass es übergreifende Maps gibt, was du hin und her kannst. Und ja, wenn es dann ist wie bei Variabiliens, dass dann plötzlich bei allen Siedlungen in Wunderwuchungen sind, und das dann alles gleichzeitig ausbricht, ganz am Ende. Das wäre schon echt was Cooles. Das ist die Frage, ob das Spiel mal so weit gehen wird. Ich glaube, es hängt auch vieles vom Erfolg des Spiels ab. Wenn es jetzt gut erfolgreich ist, entwickeln sie die Entwickler hoffentlich ganz gut weiter. Das wird sich wohl alles zeigen. So, jetzt gibt es gleich nochmal neuen Loot. Jetzt fehlt aber nicht mehr viel. Bald haben wir die Mauern fertig und dann müssen wir immer noch fünf Tage warten. Also fast eine Stunde. Boah. Äh, genau. Tealco. Ich habe Zubi Castle schon einmal eine Runde gemacht und einen sehr langen Stream. Also Zubi Castle habe ich schon ganz gut was gemacht. Ähm. Einmal Livestream, einmal meine Runde. Aber jetzt nochmal eine Frage, weil es ja hieß, dass Two Crowns auch DLCs hat und so. Gibt es da jetzt sehr viel, also von dem, gemessen von dem Content, den ich gespielt habe damals auf meinem Kanal, gibt es da jetzt noch sehr viel mehr Content oder ist es das schon fast gewesen? Das würde mich interessieren. Einfach mal so im Sinne von Wiederspielwert, ob ich es nochmal, ob es sich lohnt, es nochmal anzuwerfen oder nicht. Äh. Pana. Ja, ja. Das ist so was typisches. Irgendwann packt es mich vielleicht mal. Vielleicht, vielleicht erwähnt mein Umzug. Sollte ich mal wirklich ein paar Wochen oder so kein Internet haben und ich sitze auf dem Trocknen und ich habe sonst nichts zu tun, könnte ich das vielleicht mal machen. Ja, ja. Ab hier New Lands und New Crowns wurde das Spiel tatsächlich relativ easy und du hast eigentlich alles durch Progression ziemlich gut hinbekommen. Hat natürlich seinen eigenen Reiz gehabt, aber wenn es extra Challenge-Karten gibt, wäre das natürlich cool. Hm? Ah, stimmt. Äh, hier. Äh. Oh. Tag 20. Alles klar. Asche, Asche, Hanna, Hanna. Mega Billions ohne Ausbildungsgebäude. Boah, nur über, nur über Türme. Pfff, pfff, pfff. Nur über Türme und aus, äh, uns den, ähm, die Stadt-Truppen. Ah, alles klar, Melbo. Ja gut, mit Doppel-Speed geht es natürlich auch. Hey, wenn du mit Doppel-Speed schaust, dann sind die Tage ja fast wieder in Normalgeschwindigkeit. Geil. So kann man es natürlich auch lösen, das Problem. Obwohl fast, ich weiß nicht, ist es doppelt so lang? Es könnte sein, dass es doppelt so lang ist. Es fühlt sich aber... Hm. Ja, na, was fühlt es sich eigentlich an? Das ist die goldene Frage hier. Das fühlt sich nach Hanna an. Äh, wenn man recht für den Kingdoms ist, kann man auch recht stabil ohne einen einzigen Tod durchspielen. Aber man hat manchmal auf den Karten 4 und 5 Generierungssprechen, dann geht gar nichts. Ach, so verkehrt ein Rückspech. Schwere Geschütze. Ja, echt, ich, ich kann mir vorstellen, dass das in dem Spiel noch viel gemacht wird. Und ich glaube, so schwere Geschütze oder sowas, das hätte schon irgendwie was, ja. Auf jeden. Ah, die, die sind schon Maximum. Ich bin, was die Mauern angeht, schon echt gut dabei. Da fehlt noch ein bisschen was, aber gut, okay. Gucken, was meine Drohnen mir alles mitgebracht haben. Und, schlup, ja, wohl, es könnte mehr sein. Vielleicht schaffe ich die Mauern gar nicht so schnell auf Max, wie ich es dachte. Aber ich schaffe es auf jeden Fall bis zur letzten Welle, klar, aber es könnte trotzdem nicht so eindeutig schnell gehen, wie ich dachte. Wisst ihr was? Ihr bleibt einfach mal, ihr kommt einfach mal mit. Wir gehen jetzt nochmal nach links und schauen, dass wir den Rest noch anzünden. Anzünden. Anzünden ist immer gut. Also, so viel ist es jetzt aber nicht mehr. Ich glaube, das schaffen wir jetzt schon alleine meine Drohnen, einfach nur. Durch die Ausflug 222 Nahrung. Meine Güte. Leute, Leute, Leute. Wir haben schon echt weit geräumt. Da fehlt echt nicht mehr viel. Wir müssen es bald haben. Ist das Ding eigentlich beseitigt? Ich gucke mal zur Sicherheit. Wir haben ja genug Mollys. Ja, ist es okay. Nee, ist es nicht. Genau, macht mal Asche draus, bitte. Gut, dass ich es mal angestupst habe. Und gut, dass ich jetzt drei Schilder habe. Verbrenne. Ketze. Einmal. Und oh, hi. Wen haben wir denn da? Komisch, dass man immer... Ich weiß nicht, ob sie dazu plätschen sollen, dass man vorher Schaden nimmt oder nicht. Vielleicht ist es ganz gut so, dass man es nicht bekommt. Weil das wäre noch zu viel des Guten. Ich weiß nicht. BG-Schützen. Also so, 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 wirklich aktive Verteidigung. Vielleicht, dass die Mauern ab einer gewissen Stufe so ein MG oben haben, was Leute bemannen können. Und dann später dann Kanonen oder sowas. Das hätte schon was. Oh, 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 oh. Ich habe noch genug... Ich habe noch genug Schilder. Es werden aber langsam wenige. Puh, zum Glück. Aber wenn du genug Schilder hast, bist du fast unverwundbar eine Weile lang. Wahnsinn. Da kam böse was raus, ey. Heiliger Bimbam. Holy Bimbam. So, Ruhe ist. Da ist die Schildproduktion doch nicht zu vernachlässigen. Pusher. Pana. Pana. Komm, ich habe hier genug Mollis. Komm, da drüben werfen wir auch noch. Da werfen wir noch mal. Und jetzt sind alle glücklich. Na gut, der Gegner nicht, aber ich bin glücklich und das zählt. Der Rest ist eh Bumpe. Erstmal ein bisschen Asche hier. Hi, alle am Spawn, ja. Jetzt wird es ein bisschen knapp langsam. Mit den Schilden. Na gut, ich will es aber auch gerade extrem wissen, ne. Bin gerade übelst auf Konfrontationskurs einfach nur. Ich frage mich, warum. Die Mutanten sind doch so gut zu mir. Einmal geht noch. Die da hinten kriegt mal ein bisschen Feuer. Unterm Arsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da noch einmal. Und dann gehen wir nach Hause. Obwohl, da geht noch einmal. So. Später gucke ich noch mal nach. Aber jetzt wird es langsam von der Zeit ein bisschen knapp. Ach, hi. Da ist auch noch was. Und jetzt geht es nach Hause. Unser Kindergartenausflug ist beendet. So sehen russische Kindergartenwanderungen aus, meine Freunde. Ach, ich habe nur noch sieben Schilde. Oh, die haben das ziemlich schnell nachproduziert wieder. So, ähm, Mutanten fast ausgeschaltet. Vielleicht ein bisschen, ein paar Reste sollten noch da sein, aber... Ich denke mal, das wird sich schon geben im Laufe der Zeit. Ähm, die... Hier ist noch alles, wie es sein soll. Ja, sehr gut. Bö, 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 bö. Einer steht noch in der Küche Reserve für mich. Das ist wunderbar. Na, zwei sogar. Erstmal bie ich noch mal. Prost, Torin. Vorst. Vorst, sagt der Horst. Okay. Es fehlt nicht mehr viel. Ich meine, ab Tag 21 geht es da wirklich relativ fix. Zumindest im normalen Spiel. Also da ist plötzlich die letzte Welle schneller da, als einem die bist. Plötzlich ist dann schon Tag 24 und du merkst, oh oh. Dann, äh, es kommt immer noch welche an der rechten Mauer. Das ist irgendwie respektlos, muss ich sagen, vom Gegner. So, was haben mir denn meine Drohnen vorbeigebracht? Oh ja, das ist ordentlich. Dankeschön. Falls du es überlesen hast, das Spiel, welches ich vorhin habe... Wie, äh, Thea, wie Awakening. Sagt mir jetzt spontan tatsächlich nichts. Na, seid ihr fertig? So, das ist die letzte Stufe. Sehr gut, jetzt habe ich über die letzte Stufe Mauern, ne? Also zumindest auf der linken Seite haben wir hier, haben wir da. Und das ist dann schon die Front. Ich glaube, die linke Seite ist fast fertig. Boah, ich bin schon wieder bumm. Aber das ist, glaube ich, irgendein Vieh. Helf mal mit. Helf mal dem Jakob. Bruder, Jakob. Ja, nur noch diese eine Mauer, dann habe ich die linke Seite komplett durchgepanzert. Ein gutes Halsspiel, und dann kann ich von einem Baum erwischt werden. So blöd es klingt, aber das war mein allererster Tod in Valheim. Schön ironisch, ne? Tug of War in, das Level Tug of War in Empires of the Underground. Könnt ihr vielleicht auch mal wieder ein Empires of the Underground Stream machen? Yay, gleich die letzte Stufe. So, ihr baut mal weiter, und ich gucke mal in der Zwischenzeit wieder rüber. Dann haben wir da die Mauer fertig. Was sagt der Zwischenstand? Linke Seite ist komplett durchgepanzert. Von vorne bis hinten. Ähm, rechts, äh, da sieht's schon mal, vom ersten Blick aus, schon mal nicht so gut aus. Da fehlen auch noch zwei Stufen. Ähm, das ist die letzte, sehr gut. Da fehlt noch eine. Oh Gott, also, bei der linken Mauer haben wir echt noch Arbeit vor uns, ey. Also, auf der rechten Seite, meine ich. Komm, wir fahren mal mit dem Zug zurück. Komm, wir fahren mal mit dem Zug zurück. Komm, wir fahren mal mit dem Zug zurück. So. Äh, ja, seid ihr fertig mit Bauen? Da kommt noch mal Zeug rein. Obwohl, ja, ist das Ding wirklich, ja, ich glaube, das war die letzte Stufe. Ja, hier fehlen wirklich noch extra Geschütze oder sowas. Irgendwas in der Richtung, das wäre schon cool. Gut, linke Seite ist fertig. Tag 21 schicke ich die Stalker noch einmal los. Dann sind sie dann Tag 22 da. Und dort bleiben, dann bleiben sie einfach zu Hause. Das Beispiel eindeutig fehlt, wenn man eine Flanke nach mehreren Tagen erstmal wieder besucht und von den Soldaten komplett mit Gold überschüttert. Das stimmt irgendwie, ne? Alles, was die da einfach in Gold mitgenommen haben. Irgendwie schon. Weil diese Überflutung, das gibt schon so ein kleines Belohnungsgefühl im Gehirn einfach nur. Aber ich bin ja mal gespannt, was das Spiel später sagt. Also, ich... Zum einen, was es an weiteren Leveln gibt und ob es noch ein weiteres Progressionssystem gibt. Ich meine, es gibt ja schon diese Räume, die man freischalten kann für zusätzliche Perks. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann immer noch eine Art Skill-Tree, mit dem man dauerhafte Verbesserungen freischaltet oder so. Irgendwas in dieser Adelsprogression fehlt mir auch noch. Also, ich... Das Spiel hat zwar Release, aber da könnten noch so viele Sachen kommen. Das Allergeilste ist, ich weiß auch noch in Kingdoms, es ist immer super, wenn du dann irgendwie durchs Dorf durchreitest und alle bewerfen dich mit Münzen. Du hast einfach keinen Platz mehr und du denkst einfach, lass mich alle in Ruhe und ich werfe trotzdem alle nur Münzen hinter dir. Das ist unglaublich, ey. Der Sack ist halt einfach voll... Ich fand es ja lustig, dass der Sack eine eigene Physik hatte. Manchmal passen mehr Münzen rein, manchmal nicht, je nachdem, wie sie drauf fallen. Die Drohnen sind wieder da. Yay. Ich meine, einen großen Vorteil, den eben dieses Setting hat, sind eben, dass man solche Späße machen kann, wie diese Drohnen und irgendwelche Tech-Spielchen und moderne Waffen und sowas. Da kann man natürlich auch sehr viel Spielereien machen, irgendwie irgendwelche Geschütze und Stellungen mit einzubringen und... Okay. Absatz von den Drohnen wahrscheinlich Luftangriffe eher weniger. Wir sind in den Tunneln, aber ja. So, ich würde mal sagen, jetzt haben wir Tag 21. Ich bringe die Stalker nochmal los. Ab mit euch. In den Aufzug. Expedition starten. Dann... meine Damen und Herren. Ihr seid alle soweit gechillt drauf. Ja, sehr gut. Wir haben jetzt Tag. Komm, ich gucke nochmal, ob die rechte Seite jetzt immer noch frei ist oder ob die Gegner einfach von hier gesponnt sind. Aha. Macht mal weg, bitte. Okay. Das ist noch so ein Vieh, oder? Nee, das ist nur Überreste von dem Vieh. Okay. Nur das eine, ja? Gut, man darf nicht vergessen, wenn jeden Tag immer so eine Wuchung dazukommt und es schon sehr weit hinten und sich andere noch weiterentwickeln, dann wird es irgendwann schon so ein übelstes Nest. ein bisschen Bankermünzen zuwerfen und, äh, der Rentenbauer kommt hin und sammelt die ganzen Münzen ein und schmeißt sie die wieder in den Sein. Ja, das waren wirklich noch Zeiten, ey. So, dann mal nach links, dann möchte ich auf der linken Seite noch fertig aufräumen. Wenn da dann alles sauber ist, bin ich erstmal glücklich und gehe nochmal auf Toilette, dann ist auch schon Tag 22 und dann haben wir es schon fast, dann sind wir im Endspurt. Ich sehe es wirklich kommen, das wird alles umsonst sein. Und die Sache ist ja die, ich glaube, für die Siegesbedingungen muss ich ja nicht bis zu die letzte Welle besiegen. Die Siegbedingung ist ja, bis Tag 25 zu überleben, ne. Es könnte sein, dass der Sieg trotzdem funktioniert. Da fühlt es sich dann nicht wirklich befriedigend an und das Ganze hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht, wie es eigentlich sollte, also im Sinne von, dass es herausfordernd war. Aber okay. Mehr ging halt jetzt nicht zur Release. Tut mir leid, das Spiel hat immer funktioniert, nur beim Release nicht. Passiert mal. So. Schildkräute und Molotow. Die Molotow-Schildkräuten-Formation. Eine russische Erfindung. Ist da links eigentlich noch was, oder war es das? Ach, guck mal einer an. Aber danach war es das, ne? Jo, das war es, sobald das leergeräumt ist. Würdest du bitte platzen, tu mir bitte den Gefallen. Ach komm, sei doch nicht so. Kannst du mal bitte einmal nach meinem Willen gehen und nicht nur nach deinem? Na also. Geht doch. Es gibt nichts, was sich nicht mit mehr Molotows lösen lässt. Was kann der? Der Zug kann schießen. Der hat ein Mörsergeschütz und zwei MG-Stellungen, die bedient werden. Den kann man auch taktisch mit einsetzen an der Front, die benötigt wird. Und ihn auch umherschicken. So was wie der Zug ist, hat auch eine echt coole Idee. Also das Spiel hat genug eigene Ideen und Mechaniken, um sich von Kingdom abzuheben. Auf jeden Fall. Der Wucherturm soll endlich fallen. Ha. Der Wucherturm ist weg. Der Wucherturm ist weg. Wenn die Schilder nach oben zu halten, wäre auch eine schlechte Idee, wenn jemand Molotows wirft. Upsi. Dann kokelt die Schildkröte von innen aus, so. Okay, die Stalker brauchen noch ein bisschen. Der nächtliche Angriff wird bestimmt relativ unspektakulär, als wo alles gejätet ist. Einfach gejätet. Ja, ich hab mehr Zeit für den Chat. Auf jeden Fall. Einen dicken Pickel. Alles klar, Rierchen. Verständlich. Jetzt kann ich noch ein paar Mauern bauen. Das ist auch was Schönes. Oh, guck mal, neuer Stoff. Hallo, liebe Drohend. War vorbei, Dankeschön. Yeah. Ich brauche immer den Schrott sammeln, aber ich find's schön, dass wir's machen. Ähm, einmal hier. Einmal da. Und ich würde sagen, Toilettenpause. Äh, erstmal gucken, ob's irgendwas Neues gibt beziehungsweise dem Spiel. Ah. Until we die Update in Warteschlange. Gemein, es gibt ein Update anscheinend. Vielleicht hat's das gefixt. Vielleicht hat's das gefixt. Aber jetzt starte ich auch nicht neu. Jetzt mach ich das noch zu Ende, die letzten paar Tage. Aber gut. Ähm, ganz kurz. Äh, da ist OBS. Okay. Dann, bis gleich. Kurze Toilettenpause. So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich glaube es auch beobachtet zu haben, dass die Ingenieursgeschütze mehr Schaden machen. Ich glaube alle Schusswaffen sind einfach stärker. Also Sniper, Jäger, die Geschütze und dein Charakter. Wie es mit ihr mit der Schussfindung ist, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube es sind alle Schusswaffen. Hm, okay. Ähm, wir haben jetzt fast überall. Wenn ich hier arbeite umsonst, werde ich es vermutlich. Ich habe 40 Stunden in dem Spiel gebraucht, um einmal Progress zu machen. Dementsprechend bin ich das schon gewohnt. Aber ich bin ein bisschen sauer, dass mir 40 Stunden Progress einfach weggenommen wurden und ich das nochmal erfahren darf. Die Spezialgebäude und das ganze Zeug. Deswegen, äh, genau deswegen will ich auch nicht aufhören. Weil wenigstens habe ich dann die Gebäude wieder zurück. Die ich eigentlich für den Run haben wollte. Dann spart es mich mir zumindest jetzt nochmal auf Easy durchspielen zu müssen. Um die Gebäude freizuschalten. Na ja, auf normal einfach nur. Nicht easy. Äh, ja, haben wir, haben wir, haben wir. Oh, extra Minen. Oh. Yay. Es ist Schrottweihnachten. Ja, also ich, da fehlt nicht mehr viel. Da noch, klar. Dann hier noch, ja. Und das war's. Und da noch einmal ein Upgrade danach. Und dann haben wir's. Jetzt einmal die Stalker-Team, die die Ressourcen abholen. Dann haben wir's geschafft. Dann sind die Mauern auf maximaler Stufe. Bei Taktze. Haben wir alles ausgebaut, was wir ausbauen können zu Takt 22. Weil mehr geht jetzt eigentlich nicht mehr. Außer der Stuhl. Da bräuchte ich noch ein Upgrade. Aber, äh, ich glaub, da kannst du nichts mehr retten. Da kann nur der Neue helfen. Äh, machst du noch meine... Ja, morgen. Shin-Yuk, äh, Shin-Yukun. Für morgen. Der ist an sich für morgen geplant. Der heutige Stream war einfach schon spontan aus der Laune raus. Morgen gibt's wieder sie. Eigentlich hätte ich's andersrum machen sollen, ne? Jetzt, wo ich mir seh, wie das Spiel zu Release ist. Eigentlich hätte ich heute Siege Survival machen sollen. Und morgen, ähm... Äh, hier. Until we die. Na, jetzt ist's zu spät. Na, wir habt ihr nicht mitgebracht, du hörst. Ich muss mal voll an Schnauzen hier. Ja, ich muss mal voll an Schnauzen hier. Ja, ich muss mich... Ich muss mal voll an Schnauzen hier. Ich muss also... Tja, ich muss mal voll an Schnauzen hier. Ich muss mal voll an Schnauzen hier. Waren kann man nicht drohen, mit Molotov zu den Nestern schicken. Das ist eine typische Logik. So was könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht später als Mechanik mit ins Spiel reinkommt. Statt nur zum Ressourcen sammeln, dass du die Drohnen auch offensiv einsetzen kannst. Also, wäre eigentlich eine coole Idee. Wie lange ich noch brauche? Es sind jetzt noch drei volle Tage, also etwa eine halbe Stunde. Da sollten wir es haben. Easy. Aber wir haben die ganze Zeit fast was zu tun gehabt, ne? Dementsprechend, wenn man sich das mal so anguckt, in einem Durchlauf, auf einem normalen Durchlauf hat man vielleicht eine Chance, weil auch mehr Ressourcen zur Verfügung sind und du schneller bauen kannst. Aber ab dem zweiten Schwierigkeitsgrad ist es eigentlich unmöglich, alles auf maximaler Stufe zu bauen, bis Ende ist. Das kriegst du eigentlich zeitlich gar nicht hin. Das Spiel wäre jetzt schon zweimal vorbei. Kampf an der Ober... Das wäre natürlich auch eine Idee, wenn es dann noch Oberweltlevels gibt, ne? Wenn du dann wirklich an die Oberwelt gehen kannst und dir dort einen Außenposten aufbaust oder sowas und die Mutantenaktivität da viel, viel stärker ist. Aber dort kriegst du einfach viel mehr Ressourcen als im Untergrund. Das wäre cool. Okay, maximale Stufe. Dann hätten wir es geschafft. Alles ausgebaut. Alle Häuser, alle Mauern. Ich könnte jetzt die überschüssigen Ingenieure noch zu normalen Juts machen und noch Minen produzieren lassen, wie ein Bescheuerter. Das wäre eigentlich eine Idee, ne? Extra Minen? Warum nicht? Hier nicht. Das sind die Ingenieure. Oder die zwei Gräber. Die werden mir eh nicht so viel bringen. Aber andererseits sind die auch richtig hoch befördert, ne? Ingenieure haben wenigstens Geschütztürme. Die Gräber bringen nur was im Nahkampf und da ist es eh schon zu spät. Komm, machen wir die. Euch beide. Ah, die geben mir aber sogar einen Punkt zurück. So, mehr Minen bitte. Du machst Minen. Und... Du machst Minen. Giorgi. Giorgi. Und wenn... Wie lange dauert der Spaß noch? Ich würde mal sagen 25 Minuten um den Dreh. Ich puste und puste und die Bude stürzt ein. Weißt du, dort ein Tag 5 Minuten statt 12. Erst locker doppelt so lange, ja. Deswegen sage ich ja, wir werden es schon im zweiten Spiel durchlaufen jetzt durch. Ah, ja. Okay. Das ist gar im Schrei. Pusrat da. Oh, Shinji-kun. Dankeschön für die Mitgliedschaft und willkommen als Herzog auf den Kanal. Du gehörst jetzt auch zum Erlesenenkreis der Rattigen. Das ist jetzt das tolle Rad-Profil-Bild, was immer angezeigt wird, wenn du kommentierst. Sowohl im Stream als auch unter meinen Videos. Und irgendwann wird es zur Schlange. Irgendwann wird es zum Schwein. Irgendwann wird es zum Wolf. Wir haben schon einige Schlangen in der Gemeinde. Das erste Schwein wird bald folgen, glaube ich. Das dauert nicht mehr lang, dann kriegen wir die erste Sau ins Haus. Und mit der ersten Sau im Haus ist der Erfolg quasi garantiert. Ja, ich würde mal sagen, ich lasse die Stalker jetzt. Ich würde mal hergehen und schicke noch zwei extra Stalker an diese Front. Und zwei Ingenieure. Und drei Stalker auf die Rechte zusammen mit mir zur Verteidigung extra. Aber dafür haben die halt den Zug nicht. Finde ich fair. Oder aber ich möchte eigentlich zusammen mit dem Zug kämpfen. Das macht mir ja Spaß. Okay, dann lasse ich einen weiteren Stalker hier und nehme den Zug mit. Tut mir leid. Richtig richtiger Sau stein und wenn es Anhänger schafft, aber echt, ne? Wenn ich mich mal anschaue, Tobi und Ryo Shin sind ja schon Schlangen. Jetzt auch mal unterstützen, schau dich schon sehr lange auf, wenn die meisten einstürmer Zuschauer bin gefällt. Das freut mich sehr, 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 sehr. Okay, ähm, boah. Stellt euch mal vor, das wäre auch eine coole Sache, stellt euch mal vor, das ist auch so eine Art Progressionssystem, im Spiel diesen Zug auszubauen. Stell dir mal vor, die erste, die erste Karte, stell dir mal vor, später ist es im Spiel so, dass du im ersten Karten noch so dieses System hast, dass immer wieder diese Gondel hin und her fährt und später machst du diesen Zug halt immer mehr zu einer Hauptbasis und der wird immer weiter ausgebaut. Und du baust immer mehr Sachen ran und machst dann immer mehr zu einer mobilen Basis, mit dem du zwischen deine Siedlung hin und her fährst. Das wäre auch eine coole Idee, dass du den Zug einfach immer weiter hochmotzt. Dass das vielleicht schon Stufe 3 ist oder so oder dass du langsam aufsteigst und das ist dann noch weiter. Ah, erschreckt mich halt, das sind wieder die paar Maden. Schrei doch nicht, als würden die dich gerade auffressen, bei lebendigen Leib. Und selbst wenn, dann fressen sie halt zurück mal. Aber ja, so wirklich den Zug noch richtig aufzunehmen, so extra Geschütze ran machen, dann vielleicht noch so ein extra so ein Wohnraum mit anbringen, also wirklich noch so eine Überdachung, dass du sagst, du hast jetzt noch zusätzliche Leute, die du mitnehmen kannst für, ja stimmt, klar, so ähnlich wie das Schiff in Kingdom. Eigentlich ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, bloß dass du es noch aufmotzen kannst. Das wäre cool. Irgendwann ist es einfach so ein Landraider auf Schienen. Flammenwerfer, so Maschinenkanonen oder ein Baneblade einfach nur. Das Blade, das Blade, Tabs war super. Freut mich zu hören, da kommen noch ein paar Folgen mehr. Ist alles schon produziert, alles im Gasten. So, Tag 23 kommt. Yay. Äh, spielst du da mit auf den Film Model Engines an? Oh Gott, Model Engines. Model Engines war so rein von der Logik her ein totaler Graus. Also ich meine, die Story war eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber die Logik hinter diesen Maschinen, wo sich einfach denkt, was zur Hölle. Also selbst, die Ketten von diesen, von dieser fahnden Stadt müssten schon aus Graphen oder irgendeinem Zukunftsmaterial sein, das unzerbrechlich ist, dass das bitte so ein Gewicht, dass die so ein Gewicht tragen können, ohne kaputt zu gehen. Aber ja. Kannst du mir deine Ideen an die Entwickler schicken? Hm. Denkt ihr wirklich, das funktioniert? Das versuche ich mit Pfeifele schon seit Ewigkeiten. Ha, 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 ja, was machen wir jetzt? was machen wir jetzt nur, außer Drohnen fangen zu spielen? Yay! Im Zug sind ja noch Kreissägen. Was ist in dem Zug hier? Möchte ich mir nochmal angucken. Impossible. Impossible. Bist du Un-Metal spielen? Un- Un- Un-Metal. Un-Metal hört sich eher an, als würde die Schanze weggeräumt werden, ey. Sind da Kreissägen? Ah, ja, stimmt. Links und rechts sind so Kreissägen dran. Was auch immer diese Kreissägen bringen, wenn dann davor noch diese, diese ganzen, diese Ramböcke herangebaut sind. Das bringt eher was, wenn die nicht dran sind. Okay, sagen wir mal so, mit Kreissägen ist Stufe 2 und dann sind noch diese Ramböcke vorne dran, aber die Kreissägen bringen dann halt nicht mehr was. Braucht viel vor, dann freut, äh, braucht viel vor Lachen, dann freut euch auf die späteren Folgen, das wird noch viel besser. Ich hab noch ein paar Lieblingseinheiten zu entdecken in dem Spiel, also das ist, ach, das, das wird mir richtig gut, einige, einige Szenen, die ich da habe. Impossible. Zwei Tage noch. Es ist ein absehbares Ende. A Metal ist eine Metal Gear Parodie. Es gibt eine Demo auf Metal Gear Parodie. Interessant. In der im Sand, würde ich mal sagen. Und was haben wir an Minen bisher? Oh, acht. Wir können mal, wir können mal gucken, wie weit die Minen jetzt mittlerweile nach vorne ragen oder wie, wie die angebracht sind und so. Moment, auf der linken, ich räume jetzt auch nichts mehr weg. Ich lasse den Gegner zumindest noch die Chance haben. Acht, acht. So, wir haben hier Minen bei vier, fünf, sechs. Das sind immer zwei Minen pro Seite, pro Mauerabschnitt. Sieben, acht. Ah, hier sind aber auch noch extra welche. Wahrscheinlich neben denen, die jetzt hier produziert sind, sind noch welche an der Hauptmauer angebracht, ne? Weil hier sieht man auch so ein Sprengsatz vorne. Ach ne, Moment mal, die sind jetzt auch noch vor der Mauer. Uff, also jetzt haben wir wirklich, ich glaube, deswegen macht es oftmals so groß Bumm, weil da die Minen plötzlich hochgehen. Also bei all diesen Minen, die wir jetzt noch in Reserve haben, heiliger Bambam. Sieht so aus, als wären es ein Teil der Räderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderäderä Du 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 alle einreihen bitte in die verteidigungslinie weil ich soweit ich mich erinnere war die rechte seite schlimmer als die linke zumindest bei der rechten seite weiter durchgebrochen weil ich weiß es gar nicht mehr ganz genau wenn überhaupt die letzte angriffsfälle stattfindet irgendwo mutantenbunker regt sich der mutantenanführer gerade auf dass der angriff steiners nicht erfolgt du brauchst noch ein stalker für den ja das ist eine idee aber ich glaube es geht auch so wenn ich jetzt drücke genau dann dann drückt derjenige in molotov der gerade an der mauer ist das passt also eigentlich übrigen das finde ich ziemlich cool die die drohnen fliegen jedes mal an diesen offenen schacht hoch warum auch immer die mutanten diesen schacht nicht runter gefallen kommen oder so aber so ein world war world war sie schät einfach nur dass ihn so riesigen einfach so mehrere tausend einfach so wie so ein meer angeschwemmt kommt oder einfach fluten ganz ehrlich wenn ich nicht wissen wie die oberwelt aussieht mal interessant man kann dem spiel auch sprinten die man doppelt lauftaste drückt aber ich habe mich schon in die shift haste gewöhnt keine ingenieure für schilde keine jäger für molotovs muss nicht wie anna bringen leute für molotovs und schilde mit Steiner konnte nicht genug Mutanten für die letzte Welle sammeln. Ja, genau. Yeah. Wir haben es bald geschafft. Bei 24 müsste jetzt eigentlich die Ankündigung für die letzte Welle kommen. Wenn das nicht kommt, dann... Ja, dann haben wir ein leichtes Problem, dass die letzte Welle auch nicht kommt. Dann müssen wir einfach vor uns hin langweilen, bis Tag 25 eintickt und hoffentlich der Endscreen kommt. Wenn er nicht kommt, dann bin ich leicht beleidigt. Warum sind die Nächte überhaupt kürzer? Warum dauern die Nächte länger? Warum werden die von der Zeit reduziert? Das ist doch blödsinnig. Warum lässt man nicht die gleiche Zeit durchlaufen, aber macht einfach die Leiste länger oder sowas? Warum gibt es da plötzlich eine Zeitreduzierung? Wenn die Mechaniker nicht drin wäre, gäbe es diesen Bug gar nicht. Äh, das ist ein Thema Awakening. Es ist richtig entspannt. Das Spiel wird man locker einen Haufen Stunden auf dem Kopf und keine Herausforderung. Kannst du in der Selbstinformationskartenspiels lösen oder einfach ausautolösen lassen? Äh... Achso, Thea. Thea, ach, das Spiel, ja. Eine Frau und der Rest ist nur Mann. Das ist mir so aufgefallen. Ja, gut. Muss halt kriegen, was man kriegen kann. Ich weiß nicht, ob es wirklich sehr angenehm ist, die letzte überlebende Frau zu sein. Und wenn die überlebende Menschheit von dir abhängt. Aber... Ja. Ich meine, es ist ein kleiner Entwickler, wenn die eben jetzt nur männliche Modelle haben. Ich meine, sie sind wie in Kingdom. Da gab es ja auch nur die... eine Art von Plebs. Die sich weiterentwickelt haben. Yay. Winter- und Sommerzeit. What? Was hat denn wir denn von GLP gesteuert? Mh-hm. Tut-tut-tut-tut. Tut-tut-tut. Tut-tut. Eigentlich kann ich die Farmer auch mittlerweile an die Front schicken. Andererseits. Das wird die erste Mal auch fallen. Helfen die eh mit bei der Verteidigung. Es werden irgendwie nicht mehr Minen. Aber ich denke mal an, dass es werden zusätzliche Minen platziert, sobald die ersten kaputt sind. Einfach nur... Einfach... Eine Frau mit langen Haaren, die sich Anna nennt, ne? Genau. Pleb digitiert zu Pleb mit Bogen. Das ist halt echt so, ne? Aber Sommer... Sommer- und Winterzeit, das würde ja bedeuten, dass wir nicht Tage haben, sondern Jahre. Das kann es ja auch nicht sein, dass wir plötzlich Sommer und Winter haben. Und Winter, ne? Das sind eigentlich Tage... Das wird es noch ein bisschen seltsamer machen. Yeah. Guck mal, ich bin schneller als die Drohnen. Ich hole euch ein. Yeah. Drohnen wegrennen. 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 Alles klar. Wer wäckt schneller auf? Am Ziel. Wer wacht schneller auf? Mensch, in der Marsch, aber der Amazon-Drohendienst läuft. Ja, genau das. Wo ist das? Nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich glaube... Ich glaube, das wird eintönig bleiben. Okay, Leute, bleiben wir mit auf eine kleine Mutantenjagd. Drei von euch. Zwei von euch. Und ich bin glücklich. Dann gehen wir nochmal raus und gucken mal, ob wir irgendwas kaputt machen. Ja, hallo! Nix da. Diesen Schild, werdet ihr nicht durchbrechen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, man hat schon mal wen, hat so eine 300-Mod, ne? Also so wirklich so in der Antike, so mit Spartanern, wäre das auch ein cooles Spiel. Oh, 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 da kam ein Vieh raus. Boah, das hat mir das voll in den Rücken geschossen, aber zum Glück hat es nichts gemacht. Opfer. Also, du sollst mir so mit anrückenden Perser wählen und du spielst so die Spartaner? Das hat schon irgendwie was. Voll das Flammenmeer einfach nur. Kalifere stolz auf mich, was ich hier hinterlasse. Was auch noch eine coole Profession wäre, wäre so eine Art Medic oder sowas. Dass du wirklich noch einen Sanitärter dabei hast, der noch Truppen heilen kann unterwegs. Dass man das nicht nur mit diesen Pennerfässern macht. Oder von mir aus ein tragbares Fass dabei hat. Dann macht man eben wie diese Leichenkarn ins Toten-Woh-Woh-Hemmer. Nur mit so brennenden Pennerfässern, die auf dem Weg heilen. Ja, stimmt. Man könnte sagen, dass man den Zug mit so einem Fass ausstattet, ne? Alter, was hat sich denn hier auch, weil das wieder rausgeruchert. Der Himmel, Herrgott. Da kam echt eine Menge dazu. Ist ja Wahnsinn, was hier alles spawnt. Wenn jetzt die letzte Welle eh nicht kommt, dann kann es mir egal sein. Aber am letzten Tag sollte eigentlich alles spawnen. Die Frage ist, ob das wirklich auch passiert. Vielleicht sagt das Spiel auch einfach, nö. Oh shit, ich gehe wieder, ich gehe wieder, ich gehe wieder. Einer meiner Leute ist stark verletzt. Aber alle leben noch, gut. Jetzt habe ich ein bisschen Panik. Aber der eine hat stark erwischt zwischenzeitlich. Also das hätte böse enden können. Ich glaube, das reicht. Ich würde vielleicht auf der linken Seite gucken, ob ich noch ein bisschen was beschädigen kann. Aber dann bin ich endlich glücklich. Äh. Ist das Fass hier gar nicht angezündet? Hier sollte es doch ein Fass geben. Oder ist das Fass nicht da bei dieser Version? Äh, bei diesem Schwierigkeitsgrad. Ach, da ist das Fass. Die haben das umplatziert. Das Fass war eigentlich an der Front vorne. Stimmt. Das ist jetzt woanders. Das Stream ist zu populär. So, ich gucke jetzt nochmal nach links. Den Zug lasse ich mal da. Passt auf, in den letzten Sekunden vom Tag stirbt mir echt noch jemand weg. Das ist irgendwie süchtig machend, wenn ihr langweilig ist, die ganze Zeit nachzuladen, wie so ein bescheuerte. Dö, 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 dö. Immer mit der Ruhe. Ja. Bestell sie dir doch selber. Könnt auch mehr Feuerkraft mitbringen, dann wird's einfacher. Ich könnte es aber auch lassen. Das wär gemütlicher. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Könnt ihr die bitte einfach verbrennen? Dankeschön. Na, hi. Auch da. Ist ja schön. Freut mich für dich. Tschüss. Wir einfach weitergehen, ne? Vielleicht gibt's ja nächste Woche nochmal ein Until We Die Stream, wenn das Spiel soweit gefixt ist und ich dann wirklich mal gescheit zeigen kann. Aber bis nächste Woche soll's gefixt sein, denk ich mal. Aber morgen erst mal Gloria Victis. Dabei bleib ich. Oh, ich wollt grad sagen, wo ist der letzte Storke? Weiter hat sich jetzt aber nichts mehr aufgebaut, ne? Gut, die rechte Seite hab ich auch länger in Ruhe gelassen, ne? Dementsprechend konnte sich da nicht so ein Mega-Pickel bilden. Ja, links ist komplett gesäubert jetzt. Das heißt, da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Bin ich dort, wo der Zug ist. Hallo? Scheiße, das mal auch nicht runter zu gehen kann. Ich mein, man könnte so viele, man könnte so viele Erkundungsmissionen auch machen, weil gerade solche Sachen wie das zu erkunden, das hat schon was. Das ist cool. Das Spiel hat für die Zukunft eine Menge Potenzial, was Content angeht. Man könnte sogar Kommandomissionen einbauen. Dass du sagst, du hast da so ein Gebiet, da hast du keine Siedlung, sondern gehst nur mit so einem kleinen Erkundungstrupp in so einen verlassenen Bunker rein und erkundest einfach alles. Das wär cool. Keine Frage. Auf jeden Fall. Mega geil. So, rechts hab ich, glaub ich, noch ein kleines bisschen was übrig gelassen. Also, was auch immer da jetzt von der rechten Seite spawnen will in der Nacht. Viel Spaß. Es ist hier mal nachzuladen, da könnte man denken, dass da, ähm, dass du so eine Repetierschrotflinte hast. Die gerade nachgeladen wird. Oxygen, oxygen not included. Ja, das hat auch wieder ein mega kompliziertes Ding. Jai, 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 jai. Schlupp, 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 schlupp. Hier haben wir echt nicht viele. Okay, ich hab ja auch, ja stimmt, ich hab die ganze Stock hier mitgenommen, ne? Deswegen haben wir nicht so viele Leute da. Gehen wir mal zurück auf Position. So, liebe Gegner, wenn ihr kommen wollt, dann wünsch ich euch viel Spaß. Ja, das Feuerende spielst nicht, ob hier die Mutanten haben einfach nur keinen Brunnen gebaut, richtig? Ich habe Angst, alles klar. Mittlerweile sind wir überzeugt gegenüber den Mutanten, aber hab ruhig weiter Angst, passt schon. Echte, ich stelle es mir echt mal vor. Du wirfst so einen Molotow-Cocktail auf so ein Nest und plötzlich kommt so ein Mutantenbrunnenarbeiter mit so einem Wasser-Bottich und schüttet das Feuer so aus, einfach so, instant. Ey, sag mal, was soll denn das? Weißt du, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat, das Feuer hier zu legen? So, wir werden es gleich sehen. Ich würde mal sagen, noch fünf Minuten oder so sind es, dann ist es Tag 25 und wenn dann... Wenn es dann nicht aufhört, dann... Ja, was soll ich dann noch sagen, ne? Eine Flammenwaffe. Pünktlich halb zwölf. Wahrscheinlich wirklich pünktlich halb zwölf, ne? Ein paar, danach kommt er nicht. Ich habe ja überlegt, weil es das Hot... Ich weiß nicht, ob der Hotfix funktioniert, ist die andere Sache. Und ganz ehrlich, selbst ein erfolgreicher Rand dauert in diesem Spiel zwei bis drei Stunden. Also jetzt herzugehen und zu sagen, ja komm, wir machen noch mal eine Runde. Das wird einfach zu spät. Von daher, wenn es hier fertig ist, dann gucken wir uns unsere Chiefments an. Vielleicht... Ja, da kann man, glaube ich, den Raum nicht so nicht begutachten, aber ich denke mal, ich müsste die Sachen freigeschaltet haben. Ähm, wenn es jetzt funktioniert. Und dann würde ich sagen, machen wir mit Antifedal einfach nächste Woche weiter, wenn hoffentlich die meisten Probleme überhoben sind, die jetzt mit dem Release rauskamen. Servus, Seppi. Der Teddybärter da... Oh, oh, oh. Die Leute gehen in Position. Jetzt, jetzt, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Letzter Angriff. Und was ist es? Och, wie süß. Boah, die Minen gehen auch noch mit hoch. Was ist das? Oder kommt da noch was? Hallo? Please? Ich seh den nicht mal. Könnt ihr nicht ein bisschen weiterkommen, bevor ihr sterbt, bitte? Aber wenn auch die schwere Maschinen. Geh, wer mitschießt. Das ist schon cool. Genau solche Dinge, ich meine, die gibt's ja schon als Modelle und dass sie schießen können. Genau solche müsst ihr mal auch auf die Mauern montieren können oder so. Das wär cool. Ja, wer soll denn geht bis Tag 48? Ganz ehrlich, ich hab weit genug vorbereitet. Dann lass ich einfach rüber nachlaufen, ey. Langsam, Tanki, mit Flammenwerfer. Hält mit Flammenwerfer? Wär echt ne coole Idee. War's das wirklich? Okay, die finale Welle spawnt ja nicht, ne? Das meint es bloß noch die restlichen Eier, die gekommen sind. Wuhu. Was ein Finale. Weißt du, das ist halt wirklich... Die letzten ein bis zwei Wochen vor Release, das Spiel bockelschwer. Alles muss perfekt sein, dass du den Run erfolgreich abschließen kannst. Dann kommt das Spiel raus. Du probierst einfach mal aus Spaß und höchsten Schwierigkeitsgrad und dann ist das Spiel einfach so verbuggt jetzt bei Release, dass du das einfach mit verbundenen Augen spielst. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll. Auf eine gewisse Weise fühle ich mich ja auch schlecht, dass ich das jetzt auf diese Weise durchspiele, aber andererseits, ich hole mir ja nur meinen Progress zurück gerade. Aber... Trotzdem. Ich hätte gerne... Ich war eigentlich voll stolz drauf, euch meinen Fortschritt zu zeigen, wie ich das Spiel eigentlich mittlerweile gemeistert habe über die gesamte letzte Woche. Und ja, ich konnte es nur bis Tag 7 zeigen, aber es eh vorbei. Und der Typ... Ja, ja, das dachte ich, ich habe mir auch schon gedacht, dass es einfach nur ein Stalker war beziehungsweise vielleicht der Typ hier. Aber wann Stalker? Vielleicht ist der nächste Charakter ja ein Stalker. Nur vielleicht mit irgendeiner anderen Waffnung. Obwohl, der Stalker endliches hat man mit dem ersten Kommandanten schon, ne? Außer der Scheitsspielerfähigkeit, dass er mit nach oben darf, wenn er zu einer Expedition geht. Das wäre cool. Und? Und? Jetzt, 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 jetzt. Hä? 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 Ähm, ähm, ja. Ich mein... Hm. Hä, eigentlich sollte es hier vorbei sein. Okay. Sehen wir es mal so. Sehen wir es mal so. Bis Tag 28 geht das Spiel... Länger als Tag 30 kann das Spiel eigentlich gar nicht gehen von der Programmierung her, glaube ich. Aber... Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich verabschiede mich hier. Oh. Weizenkaiser, danke für die 2 Euro. So, Paket ist vorbereitet. Ich hoffe, es mundet. Dankeschön. Oh. Ach so, du hast wirklich was für mich vorbereitet. Zum Verschicken. Das ist cool. Da freue ich mich, was es wird. Du kannst die Nacht noch abwarten. Also diese Nacht... Ja, ich könnte noch warten bis 26. Ich komme bis 26. Ich würde sagen, bei Tag 26 beende ich einfach den Stream. Und das ist dann einfach für mich offscreen einfach laufen, um zu gucken, wie... Ähm... Ob es irgendwann endet. Spätestens bei Tag 30 müsste es eigentlich mal enden. Wenn nicht... Ist egal. Wenn ich bis dahin meine Spezialgebäude freigeschaltet habe, soll es mir auch recht sein. Ähm... Aber ja, ich werde noch diesen einen Tag abwarten, bis zum Ende, bis er vorbei ist. Und dann werde ich den Stream beenden. Egal, ob das Spiel vorbei ist oder nicht. Ne, eigentlich nicht einschließlich Tag 25. Als ich auf dem zweitwöchsten Schwierigkeitsgrad Tag 25 erreicht habe, war... Habe ich gewonnen. Oder... Ja, doch, ja. Ja, ja. 24 kam... Wurde die letzte große Welle angekündigt. Die kam am Abend. Tag 25 habe ich gewonnen. Na gut. Ja, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Wenn ihr noch ein bisschen quatschen wollt. Ein bisschen was im Chat machen, bevor es losgeht. Bevor ich beende. Also so 5 bis 10 Minuten haben wir noch. Den einen Tag mache ich jetzt noch. Ja, nächsten Stream werde ich auf jeden Fall sagen, was das Ergebnis war. Echt super. Hui. Die meisten Trigger im Spiel sind halt kaputt gerade. Ich vermisse auch die ganzen Boni. Ich meine, diese... Die ist schon gekommen, dass die ganzen Tage auch gar nicht zählen für die Statistik am Ende. Wahrscheinlich ist es dann bei der Statistik am Ende einfach... Spiel hier, bist du ja normal frei. Mitternachts, Triemann, Five Night at Freddy's. Oh, nee. Nee, 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 nee. Wird es, du Russen spielen? Du meinst Kislev wahrscheinlich, ne? Ich denke schon. Also wenn, ja, ich glaube, Kislev wäre so meine erste Fraktion, die ich spielen würde, sobald ich dann mal... Tuttle, wo wir mal drei spielen. Ob als Triemann oder nicht, würde ich mal zeigen. Nein, es gibt kein Duell zwischen mir und Tenno und Stronger Corsede. Das ist eine der häufig gestelltesten Fragen. Es wird einfach keins geben. Das ist die kürzeste Fassung, die ich euch geben kann. Ähm, ich denke, es wird nicht Zehn für den Progress. Ist aber cool, wie der Pferdeschwanz wackelt beim Rennen. Hui, hui. Hat sich wieder, weißt du, ja, von Iron Harvest kam vor kurzem, die geht jetzt hier raus. Würde ich vielleicht auch mal irgendwann vorstellen. Schalt's auf jeden Fall. Deswegen, ja, wenn überhaupt nichts passt... Ach du schalt... Ach so, hast du auch freigeschaltet? Okay. Ja gut, dann würde ich mich killen lassen, sobald alles, ähm... Selbst wenn es bis Tag 30 nichts wird, lasse ich mich killen, dann habe ich zumindest den Progress. Aber da zählt es zwar nicht als geschafft, aber das ist vielleicht auch der feste Kompromiss. Dass ich sage, es zählt einfach. Das wäre auch eine Idee. Aber gut, das mache ich dann einfach offscreen. Ich lasse mal bis Tag 30 laufen. Wenn es da nichts wird, dann lasse ich mich einfach killen. Dann wird angekündigt, dass wer seine KI schafft, sich mal melden soll. Das ist doch das von Ewigkeiten. Das wurde doch schon abgeklärt. Da habe ich doch sogar die drei Stück besiegt gehabt, glaube ich. Schaffen wir die 500 Nahrung, bevor Tag 26 eintrifft. Nein, nein, nicht, nicht mir folgen. Geht an die Mauer zurück. Ne, in dem Spiel kann man leider nichts speichern. Der Shoshi. Geht an die Mauer zurück. So viel Nahrung ist das zu Lebkuchen. Nicht nur mit den Lebkuchen. Wahrscheinlich eher Maden- und Rattenhäuser. Mh, nomi, nomi. Wann wird dein letzter Livestream-Fammer-Umzug? Wahrscheinlich nächste Woche. Also morgen gibt es nochmal Gloria Victis. Und nächste Woche am Donnerstag wahrscheinlich. Also genau heute in einer Woche gibt es wahrscheinlich nochmal Until We Die mit dem aktuellsten Fortschritt. Und das ist dann wahrscheinlich der letzte Livestream vom Umzug. Ich weiß nicht, ich habe 15 Tage umsonst gespielt. Ne, der Shoshi, mach weiter. Also je nachdem, welcher Schwierigkeitsgrad du hast. Achso, ne, du hast schon beendet, oder? Weil, lass dich ab einem gewissen Tag, also wenn du auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad spielst, dann spiel zumindest bis Tag 18 im Medialfall bis Tag 22 und lass dich dann töten oder so. Dann schaltest du zumindest die Spezialgebäude frei. Die, die du damit freischaltest. Mit denen werden die zukünftigen Randhäuser auch einfach um einiges besser. Ja, ich guck noch mal in Angriff. Guck mal, was Tag 26 sagt, aber dann, lass mal's gut sein. Da noch vor 1 bis 3. Achso, das meinst du. Also, also so viel, also da noch vor 1 und 3 habe ich ja schon, ähm, let's play it. Ähm, und zu da noch vor 1 gibt's jetzt demnächst bald mal ein Ultimate Apocalypse Special. Die kommenden Wochen. Ist schon aufgenommen, das müssen noch kommen. Das sind drei Parts waren's, glaube ich, ja, drei Parts waren's. Die Schall, die Schall, was? Die schallt aber mittlerweile auch auf normal frei? Ja gut, okay, die, die, ähm, die Munitionsfabrik und die Zementfabrik schaltet mal frei. Ja, die habe ich ursprünglich auch freigeschaltet auf normal. Aber die verbesserten Stalker und das Wiederbeleben von Leuten, das kommt, glaube ich, erst auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, oder? Oder ist das jetzt auch alles auf normal? Hast du alle vier Räume freigeschaltet? Das glaube ich jetzt aber nicht. So, die letzten Minuten des Streams nähern sich, wie gesagt, egal wie es endet. Ich beende es da. Linke Maubutanten, rechte Maubutanten, oh mein Gott, nein, 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 niemals. Wie gesagt, genau aus solchen Gründen macht man im Jahr für keine Last-Minute-Patches direkt vor Release. Dann passiert gerne mal sowas. Und vor allem, ich meine, ich meine bei der aktuellen Version, als ich den Stream gestartet habe, war das Spiel ja schon zwei Stunden draußen. Ah, okay, ah, okay. Ja, dann hast du die Zementer, entscheidest du bei Tag 16 auf normal wahrscheinlich die Munitionsfabrik frei und die anderen Sachen sind für den mittleren Schwierigkeitsgrad. Die Schaufel müssten sie doch auch langsam langweilen. Kommt gerade ein zweiter Fix, boah. Äh, ich bekomme auch Errungenschaften, wenn ich sterbe. Aber ich würde einfach mal aus Interesse gucken, wie weit dieser Bug geht. Andererseits, ganz ehrlich, mich bei Tag 26 sterben zu lassen, wir müssen ja nicht das Outro sehen, ne? Ich glaube, das wird eh nichts. Okay, wisst ihr was? Neuer Plan. Okay, das ist zwar schade, um das Achievement, was ich hatte, von wegen einmal durchspielen ohne Verluste zu machen, aber das kann ich nur anderweitig schaffen. Was? Mal eben Patchnutzung vom Hotfix durchgelesen, sieht nicht so aus, als ob das gefixt wurde. Okay, würde ich gerne mal selbst durchlesen, wartet mal kurz. Gibt es da irgendwas Neues zum Hotfix? Ja gut, dafür müsste ich Steam neu starten, aber ich glaube, wenn ich Steam neu starte, kann es sein, dass es mir Antil Vidae abschmiert. Ach, durch die Wände gefallen, meine Güte, was ist denn mit dem Spiel los? Ach, wisst ihr was? Ganz ehrlich, ich lasse es schief hin, schaffe ich eh nicht. Ich lasse mich jetzt einfach sterben. Ich warte bis Tag 26. Und dann lasse ich mich einfach von irgendeinem Spucker oder sowas umnieten oder so. Es schmiert ab. Weil jetzt einfach laufen lassen ist jetzt auch nicht die Lösung, jetzt bis Tag 30 ist oder sowas. Ach stimmt, es müssten noch Mutanten kommen, wenn ich jetzt hier zu weit raus laufe, oder? In der Nacht. Hallo? Ja, hi! Warte mal, ich warte mal kurz bis Tag 26 ist, um es zu gucken. Bitte wartet noch kurz, noch kurz warten, noch kurz warten, noch kurz warten, noch kurz warten. Noch nicht in die Speerfeuerlinie laufen. Äh, nee, ist nichts. Okay, ihr dürft mich töten. Äh, yay. Ja, ich bin über der Linie. Was soll ich denn machen? Äh, egal. Okay, was habe ich freigeschaltet? Ich habe, ja, das, ich habe alles, ich habe alles wieder. Dankeschön. Okay, wir haben die Munitionsfabrik. Schaden durch Ranger erhöht. Wir haben die Zementfabrik. Und nun kommen die Sachen, die dazukommen, sobald wir auf, auf die Brutal höher kommen. Das habe ich auch schon freigeschaltet, ich habe das letzte Mal. Das hier ist die gute Ausrüstung, dann kriegt man die verbesserten Stalker. Und das ist nicht nur ein Perk, die hat man dauerhaft. Also alle Stalker, die du ab da hast, sind verbessert. Wir halten da aus und machen mehr Schaden. Und die sehen auch irgendwie cool aus. Ähm, dann... Als letztes, die radikale Heilung. Also man kann tatsächlich hier und da Leute, die am Boden liegen und eigentlich besiegt sind, nochmal wiederbeleben. Aber jetzt, ja, ich meine jetzt ist, ich habe alles wieder. Cool. Mehr geht jetzt einfach nicht. Okay. Hintergrund, jetzt wird es neu starten, ne? Nö, danke. Speichern und aufhören, bitte. Okay. Dann... ...habe ich zumindest meinen Progress zurück. Und ich würde sagen, dann können wir ja nächste Woche gucken, ob wir es dann gescheit spielen können. Nächste Woche Donnerstag. Alles klar. Dann bedanke ich mich mal bei euch allen fürs Zusehen. Und ich würde mal sagen... Bis morgen zu Gloria Victis. Und bis nächste Woche für nochmal Antibidai. Bis dahin. Bye-bye. Oh my god. Uh-oh. Bis dann. Bis dann.